Und sage, im allerersten Elden Ring Stream fangen wir ein bisschen früher mit der freundlichen Genehmigung von Bandai Namco, die das Spiel für den Stream zur Verfügung gestellt haben, an und können gucken, was wir schon im Netzwerktest vielleicht gelernt haben, wenn es in Limgrave startet, ich weiß es nicht. Habe es noch nicht gestartet, nur runtergeladen, installiert, von daher Lautstärkenwarnung, erster Start, ihr seid live dabei, ich bin hier spannend, lange gewartet, super bewertet, kann nur eine epische Reise werden. Platin drin und Pflicht machen wir, erster Run mache ich solo, also das heißt ohne Summons aus der Community, wenn wir dann halt Platin machen im NG Plus oder weiteres, dann natürlich mit Summons aus der Community, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ich drücke den Knopf und sage, ich habe Angst und bin hier spannend gleichermaßen, let's go. Ah, es hat noch das alte Logo, dankeschön Bandai, jetzt könnt ihr das Logo danach gerne ändern, aber das ist zum Glück noch das richtige Logo und nicht dieses neue Logo oder was ich nicht so fühle, es ist noch zum Glück das alte. Elden Ring, beliebige Taste drücken. Bandai möchte mir eine Waschmaschine verkaufen, gerne. Und noch ein zweiter, und eine mehr auch. Und noch ein trockener. Welcome to the online multiplayer world of Elden Ring. The game allows you to connect online to experience a variety of elements, such as enrich the single player, ne was, that enrich the single player experience. In order to play online, your console must be connected to the internet, also depending on your network environment, summoning and matching by invasion may not work properly. Please check the online software manual for details. Before playing, um, was, behaving, behaving during online play. And put your sack into the face of other players. Be disrespect. Use cheats. No, please don't. When playing with other players in online multiplayer, please keep the following manners in mind. Do not use data that has been illegally modified. Do not play games by using in-game functions in a manner, other than, let's say, were or original intended for. No, in, was, intentional disconnecting growing play. Do not say or do anything that makes others uncomfortable. Uncomfortable. Äh, ja, also, seid, wie ich heute getwittert hab, stay classy, ja? Benutzt keine Cheats, benutzt keine Hacks, seid kein Arsch. Und die Welt hat euch lieb. Ne? Im Großen und Ganzen. Kann so einfach sein. Und Olli, sei gegrüßt, moin. System, Informationen, was haben wir denn hier? System, Autoerfassung, Autozielen, manuelles Zielen, Vibrationsfunktion, Bewegungssensorfunktionen, Bildrate priorisieren. Entscheidet, ob die Grafikqualität oder die Bildrate wichtiger ist. Okay, wir können ja mal mit Qualität anfangen und gucken, wie sich das anfühlt. Qualität priorisieren. Übernimmt der das? Jawohl. Kamera lassen wir auch erstmal so, ähm, bis ich irgendwas vielleicht merke. Filmeffekte, normal, normal, normal. Blutanzeigen, Ante, hat, HDR ist aus, Helligkeit, Musik, Gesamtlautstärke, gucken wir uns einfach mal an. Äh, keine Spielesuche, Rufzeichen senden, deaktiviert, Voice Chat, kann man den ausmachen. Oh Gott, nein, ich wollte den eigentlich ausmachen. Charaktername, Onlinespiel, ähm, und was haben wir hier? Das sind, äh, nochmal die Tastaturbelegungen. Okay, das wird uns das Spiel auch nochmal erklären, ich weiß eigentlich gar nichts mehr. Von daher gucken wir erstmal hier raus und was für Informationen. Achso, das waren die, alles klar. Neues Spiel, let's go. Wow, okay, hätte ich mir auch sparen können. Ähm, ja, lassen wir erstmal so, wie es ist. Ähm, und machen halt nur mal Qualität und gucken uns mal die Qualität an, wie die FPS dabei aussieht. Ansonsten gehen wir in den Leistungsmobs. Ja, Leistungsmobs. Also, wenn Qualität nicht Leistungsmobs ist. So, ähm, weiter. Helligkeit anpassen. Ist okay. Ich sitze im Gegenlicht, passt schon. Kamera, lass ich mal, eventuell muss ich die Kamerageschwindigkeit drehen. Ich hab's halt gerne schnell. Müssen wir aber schauen, wie das Ganze halt funktioniert. Ansonsten können wir's anpassen. Weiter. So. Aha. Charaktergrundlage. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und Schmando, sei gegrüßt. Und Haken, du natürlich auch. Äh, so, ich muss mich mal ganz kurz... Ich, ich guck mal. Der, der Vagabund-Status, äh, Anzeigen. Der hat, äh, ist ein... Was ist das denn? Das ist ein Quality-Char, würde ich sagen. Aus Stärke und Geschicklichkeit. Gleichermaßen. Hat irgendwie, äh, ein Schwert, eine Lanze und ein Schild und ich weiß nicht was. Ähm. Der Krieger ist er der Geschicklichkeits-Char. Wobei der Name Krieger deutet für mich eigentlich immer eher auf Stärke-Char hin, aber okay. Ähm. Dual-Wheel-Knüppel und so ein Ding, verstehe ich. Der Held ist der Stärke-Char mit einer Axt und einem Schild. Der Bandit ist auch, ähm... Der Bandit ist Arkan-Energie und, ähm... Wobei, was sind das denn eigentlich für, 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 für Dinge? Kraft und Geist. Was ist denn Kraft und Geist? Kraft ist wahrscheinlich Leben. Was ist Geist? Keine Ahnung. Kondition ist, äh, Stamina. Stärke, Geschick ist klar. Weißer Glaube, Arkan. Was ist Geist? Chat, was ist ein Geist? Geist kann ich gerade nicht zuordnen. Äh... Ich hab keine Ahnung, aber was ist denn Geist? Okay. Wobei der, der Astrologe hat einen ziemlich hohen Geist. Ich weiß nicht, ob das halt für, für das Einstimmen von Zaubern ist oder so. Maybe? Mana? Ja, oder, oder das. Mana kann sein. Das kann sein. Zauberei, ja, hätte ich auch gesagt. Genau. Und der Lois sagt, grüßt, guten Abend. Ähm, okay. Was haben wir hier? Also, wir bleiben mal beim Held. Der Held ist eher der, äh... Was ist denn der Held? Der Held ist der Stärke-Char. Verstehe ich. Ähm... Dann haben wir den Bandit. Das ist halt, äh... Wobei, ja, der ist ja auf Geschicklichkeit und Arkan. Verstehe ich schon. Das ist der Astrologe. Der ist eher auf Weisheit. Also, der Wunder-Char. Nee, okay. Glaube ist Wunder-Char. Ach nee, Weisheit war Magie, ne? Äh, mehr oder minder. Ähm... Okay, dann ist das der, äh... Wunder-Mann. Der Samurai. Es gibt einen Samurai. Der ist neu. Samurai kenne ich nicht. Der Samurai hat Katana, Bogen, Pfeile und, äh... Was hat denn der Samurai? Stärke und Geschick. Also, eher Geschick als Stärke. Haben ein bisschen Weisheit. Ein bisschen Glaube. Aha, aha. Der Gefangene. Okay, was ist denn mit dem? Das ist Geschick, Weisheit. Ähm... Okay, was ist denn das für ein Char? Der sieht eher so Allrounder-mäßig aus, ne? Der Bekenner. Hat auch Glaube. Okay, was ist denn der Unterschied zwischen... Und dann gibt's noch den Bettler. Der hat überall 10. Tatsächlich, die Klasse, die wir gespielt haben, die ich genommen hätte aus dem, ähm... Netzwerktest, die gibt es tatsächlich gar nicht. Den einen Ritter mit dem, ähm... Bastardschwert. Den gibt's tatsächlich gar nicht mehr. Lol, den hab ich's ja weggemacht. Haha, der war aber super. Den hätte ich genommen. Den gibt's aber nicht. Äh, halt den mit den quasi anderthalb Hända. Ähm, der so Vorteil quasi die Blitzenergie auf der Waffe hätte. Den hätte ich prinzipiell genommen. Den gibt's aber nicht mehr. Ja, lol. Ähm... Ja, lol. Und Jasmin, sei auch gegrüßt. Guten Abend. Ähm... Der hat ein bisschen mehr Glaube. Der hat... Wobei, was ist denn der Unterschied zwischen... Was ist denn das da unten eigentlich für ein Symbol? Dass man halt schon wieder nicht sehen kann, was das für ein Symbol ist. Das triggert mich jedes Mal. Oder kann ich den anklicken und dann nochmal zurückgehen? Äh, Typ B ist Frau, ne? Warte mal, was hat er denn? Ähm... Komm ich da irgendwie hin? Kamera zurücksetzen? Äh, ich nimm den nicht. Ich will nur mal, ähm, 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 eigentlich auf die rechte Seite zurückrotieren. Zoom, ähm, weil ich... Ich kann halt Item da rechts nicht zuordnen, was das ist. Andenken, keine. Grundverlagen auswählen. Ja, gut, okay. Nee, dann, ähm, ja. Okay, dann... Dann ist es beim ersten Mal raten, weil ich nicht weiß, was es ist. Weil der sieht tatsächlich eher aus wie ein Kleriker. Ähm... Stärke und Geschick 12-12 mit 14 Glaube. Sieht jetzt nicht so falsch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm... Und hat halt immer noch ein bisschen Glaube. Also ich schwanke gerade zwischen dem, ähm... Samurai? Der hat dann Katana? Den nennen wir Jin, oder? Sakai! Hahaha! Den würde ich sagen, ähm... Könnte man nehmen. Warte, 4-Eck drücken? Äh, also hier kann ich es nicht. Und hier... Warte, hier kann ich aber nicht hin. Also, nee, ich komme dann nicht auf die rechte Seite, um zu gucken, was der... Was der irgendwie hat. Also, dementsprechend, das ist dann... Erraten. Also, wie gesagt, da komme ich halt leider nicht hin. Erklärung. Ah ja, da. Da komme ich hin. Nee, ich komme aber nicht zu den Items. Hahaha! Toll! Aber hier haben wir dann nochmal. Kraft, eure Lebenspunkte, euren Fokuspunkte. Also, wir nennen es Mana. Konditionen ist natürlich Ausdauer. Na klar, Stärke ist klar, Geschick ist klar. Weisheit. Stimme ist... Was? Schimmerstein-Zauberei. Ähm... Anrufung. Von Anrufungen mit Glaubensskalierung. Und... Äh... Ist für Entdeckung. Beeinflusst außerdem eure Resistenz gegen Heiligschaden, eure Lebenskraft sowie bestimmte Zaubereien und Anrufungen. Okay. Moment, ist Weisheit das, was man braucht? Glaube ist für die Heiligen Anrufung. Und Weisheit ist tatsächlich für die Zauber dann wahrscheinlich, ne? Okay. Eieiei. Und Eirun sei auch gegrüßt. Guten Abend. Guten Abend. Also ich schwanke tatsächlich zwischen dem Bekenner. Ich weiß nur nicht, ob ich dann noch Glaube und Weisheit brauche. Der hat zwölf Stärke, zwölf Geschick, zehn Kraft. Was hat der Samurai? Der Samurai hat ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Leben. Ähm... Aber dafür mehr, also überhaupt keine Weisheit und kein Glaube. Ähm... Da müsste ich halt sehr viel halt rein skillen. Ähm... Ich glaube, der Bekenner sieht halt echt nice aus. Tatsächlich. Ich glaube, ich würde den auch nehmen. Hat auch ein Schild schon an Bord. Irgendwie, das sieht für mich aus irgendwie wie so eine, weiß ich nicht, Vorhautschere. Ich weiß es nicht, was der da unten hat. Ähm... Ja, keine Ahnung. Würde ich jetzt fast mal sagen. Lass mal den Bekenner testen. Wobei der Samurai, äh... Also den möchte ich definitiv auch mal austesten. Direkt halt mit dem Katana starten. Und der Rüstung, die sieht fesche aus. Okay. Bekenner. Ähm... Typ, Frau. Name. Ja, machen wir erstmal hier Name rein. Ähm... Und dann muss ich mal gucken, dass ich hier alles irgendwie hinkriege. So. Fertig. Typ B, Alter, Jung. Ja, na klar. Ursprung, Bekenner. Da könnte ich auch nochmal ändern. Lassen wir aber natürlich. Und andenken. Was haben wir denn hier? Rotes, ähm... Bernstein. Erhöht die maximale Lebens-Zwischenland-Rune. Und viele Runen. Goldene Saat. Verschärbt angeblich Heiligflaschen. Asche der Vampir. Wichtige sprüngende Töpfe. Wälter für bestimmte Wurfobjekte. Ein Steinschwertschlüssel. Heben Siegel von Wachstatt. Dann können hier einmal verwendet werden. Okay, ich hab keine Ahnung. Gekochte Garnelen. Verstärbt angeblich Heiligflaschen. Ähm... Ich weiß nicht, ob die goldene Saat eventuell das halt ganz nice ist. Oder das Medaillon. Wobei das Medaillon irgendwann obsolet wird. Aber theoretisch könnte ich das, äh... das Medaillon jetzt am Anfang mitnehmen. Keine Ahnung. Den Rest werden wir wahrscheinlich finden. Sieht wahrscheinlich für mich jetzt am besten aus. So, Grundvorlage. Ähm... Detailliertes Aussehen. Jung, junge Stimme. Gibt's hier ein, ähm... Ausprobieren? Stimmt sie gut, Chat? Okay, ich nehm die. Die stöhnt gut. Hautfarbe. Ähm... Können wir, können wir, können wir, können wir... Äh, die Hautfarbe können wir lassen. Gesicht und Haare. Gesichtszüge anpassen. Äh, Gesichtsstruktur. Haar. Haar, Haarfarbe, Glanz. Wo kann ich denn... Ach so, da oben kann ich erstmal das Haar auswählen. Ähm... Äh... Frau mit Schwanz. Wobei das sind alles sehr maskuline Figuren. Ähm... Ist das jetzt eine Frau? Hat die Brüste? Hat jemand schon die Brüste gesehen? Okay, das sieht vielleicht jetzt schon weiblicher aus. Ähm... Frau mit Schwanz. Äh, das sieht doch schon gut aus. Zack, da seh ich mich doch. Ähm... Glanz, Wurzeldunkel... Was? Wurzeldunkelheit und weißes Haar. Haarfarbe. Äh, wir machen mal erstmal hier... Irgendwas, äh... Vielleicht so in... Irgendwas mit Rot. Oder gibt's hier noch Lila? Alter Schwede. Wobei das Gesicht... Ja, ziemlich platte Nase. Glanz. Okay, was ist denn hier Glanz? Äh, erkennt hier erstmal nichts, dass sich was ändert. Wurzeldunkelheit. Ich hab keine Ahnung, was das macht. Ich seh ja noch nicht mal einen Unterschied. Weißes Haar. Seht ihr hier einen Unterschied, Chat? Anzahl der weißen Haare. Also das ist quasi grau. Äh, ja, ist okay. Ähm... Augenbrauen, Gesichtsbehaarung, Wimpern, Augen, Hautdetails, Kosmetik. Ähnliches Gesicht. Die Nase ist bei allen so platt. Ich mein, wir gucken ja immer in dem Gag da eh nicht so oft ins Gesicht, ne? So, Gesicht, Körper ändern. Kopf, Brust. Sag mal, ändert sich hier überhaupt was? Oder muss ich das erst bestätigen? Weil da ändert sich jetzt gerade eigentlich gar nichts. Ist das kaputt? Muss ich erst auf den Knopf drücken? Gundrop, sei gegrüßt. Ich glaub, der Slider funktioniert nicht. Oder ich muss tatsächlich erst drücken. Äh, 128 ist Standard. Warte mal, ich mach mal ganz Maximum und drück mal X. Und was war dann passiert? Also nur mal jetzt so. Weil anscheinend ändert sich hier gerade nichts. Ähm... Ne, da ändert sich gar nichts. Ja, okay. Aber in dem Bereich wird sich minimal größer. Aber es ist echt so minimal, dass man es kaum erkennt. Also das war, glaub ich, in der... Äh... Im Stress-Test irgendwie besser. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt Standard sein soll. Oder ob das irgendwie gerade vielleicht kaputt ist. Oder ein Anzeigefehler. Oder ich mich dummer anstelle. Ich weiß es nicht. Weil normalerweise sieht man halt tatsächlich... Ähm... Dass halt hier irgendwas passieren sollte. Was jetzt gerade nicht der Fall ist. Naja, okay. Lassen wir einfach mal Standard. Ist auch egal. Ähm... So, äh... Wie komm ich hier zurück? Äh... So, zurück. Ähm... Ähm... Ja, okay. Fertig. Beenden. Und dann geht los, ja. Spiel mit diesem Charakter wird gestartet. Jawohl. Ich bitte drum. The Fallen Leaves. Tell a story. The Great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog. The lands between. The lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Nives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, Demigods all claimed the Shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the Shards of their newfound strength triggered the Shattering. A war from which no Lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. A war leading to abandonment by the greater will. A war leading to abandonment by the greater will. The call of long-lost grace speaks to us all. A war leading to abandonment by the greater will. Fur-al-loom Chieftain of the Badlands. The ever-brilliant gold mask. Fear the deathbed compannian. The Lois of Dung Eater And Sir Gideon Ophnir The All-Knowing And One Other Whom Grace Would Again Bless A Tarnished Of No Renown Cross The Fog To The Lands Between To Stand Before The Elden Ring And Become The Elden Lord Ja, also Ring verloren, kaputt, Knechtung, okay, wir, oh, wir fangen woanders an. Wir fangen woanders an. Ah, Gott, erstmal ganz kurz gucken. Alter Schwede, ey. Links ist natürlich Schild. Und parieren. Und angreifen mit rechts. Nach Tourlement. Springen mit X. Dodgen mit Kreis. Viereck, weiß ich noch nicht, möchte ich gerade nicht drücken. Über das Kartenmenü könnt ihr euch über die aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Begegnung informieren. Außerdem könnt ihr leuchtende Marker frei platzieren, um euch beim Erkundenmesser zu orientieren. Über eure Karte könnt ihr über dies jeden bereits entdeckten Ort der Gnade auswählen und so weiter hinreisen. Es gibt aber auch Dungeons und andere Orte, an denen dies nicht möglich ist. Okay. Options ist Ausrüstung, Inventar, Status, Mehrspieler und System. Und Beutel. Was haben wir denn? Ausrüstung. Über das Ausrüstungsmüge könnt ihr Waffen, Pfeile, Bolzen, Rüstung, Talismane und Objekte ausrüsten. Ihr könnt bis zu drei Waffen je Hand ausrüsten. Die Aktion in der Waffe unterscheidet sich je nach Hand, wie die Waffe führt. Wir haben ein Breitschwert. Eine Finger-Insignie. Heilige Siegel. Ich glaube, damit kann man Wunder wundern, oder? Ansicht umschalten. Ne, Ansicht umschalten ist schonmal falsch. Entfernen. Achso, das ist die Ansicht. Wie kann man denn jetzt nochmal auf das entfernen? Einfache Ansicht? Ne, weiß ich nicht. Oder kann man über dieses Menü da rein? Dann war es über das Inventar. Ja, ne? Ähm, so. Wir haben eine Bekennerkapuze und wir haben das erhöht die maximale Lebenspunkte. Alles klar. Ähm, wie viel Block hat das Schild? Abwehrschadensresistent 100%. Oh, wir haben direkt ein 100% Block Schild. Das ist schonmal sehr gut. Das ist schonmal sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, ob das Ding halt irgendwelche Speicherplätze hat. Also, unten steht Speicherplätze. Also, dementsprechend werde ich da was reinbauen. Ob das irgendwas hat, weiß ich noch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war mit diesen Webmarts. Müssen wir erstmal wieder drauf klarkommen. Ähm, Leben und so weiter sehe ich jetzt ad hoc oben schonmal nicht. Ist das ein Hinweis mit 9999 Bewertung? Jawohl, ist es. So sieht's mal aus. Ah, wie ein Traum. Ah, Elden Ring. So. Ja, gut. Gucken wir erstmal rein. Ich mach mal, ähm, die Kamera an. Und dann gucken wir mal. Wir haben oben einen Kompass und, ähm, ansonsten sehen wir im Moment noch nichts vom UI. Also, ich seh noch nicht mal, wie viel Leben ich habe. Und ich hab keine Fat Roll. Das ist auch schonmal sehr gut. Also, dementsprechend, let's do this. Uffi, 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 uffi. Das erste Mal übrigens, dass es kein Render-Intro war, sondern eher ein Bilder-Intro. Und das erste Mal, dass es glaube ich keine Frau im Intro war, die gesprochen hat, sondern ein Mann. Muss ich sagen. Ähm, ist mir halt aufgefallen. So, was haben wir hier? Überreste plündern. Runzlige Finger des Befleckten. Okay. Ich will immer noch dafür das Menü-Inventar. Über das Thema könnt ihr Objekte ansehen, die ihr ertragt. So fallen lassen oder wegwerfen. Ihr könnt auch Werkzeugs im Menü benutzen. Große Ansicht, Erklärung anzeigen, Charakterdaten umschalten. Alles klar. Äh, schließen. So, Erinnerung der Gnade. Alle Runen verlieren nur zum letzten Ort reisen. Und zum Schreiben von Nachrichten in anderen Welten. Da können wir halt durchgucken. Dringende Heilung. Halt eine kleine Menge Lebenspunkte. Ah, okay. Und Assassinen-Schritt. Lässt Fußschritte verschwunden und verringert Sturzschaden und Sturzgeräusche. Die habe ich beide wohl anscheinend ausgerüstet. Also, ist das wahrscheinlich eine Indie mit der ich halt heilen kann. Genau. Genau. Das Ding hat, glaube ich, eine Weapon-Art. Wobei ich jetzt aber noch nicht sehe, wo. Ähm. Duell. Dieses Talent beginnt mit gerader Schwerthaltung. Setzt mit einem normalen Angriff nach, um aufwärts durch die gegnerische Abwehr zu schlagen. Oder mit einem starken Angriff, um mit Anlauf einen Stoß einzuführen. Entschuldigung, auszuführen. Also, das hat eine Weapon-Art. Okay. Alles klar. Okay. Und das ist, ähm. Äh. Katalysator für Heilige Anrufen. Also, damit können wir Wunder wundern. Alles klar. Okay. Da sind wir der Wundermann. Aber ja. Gut geraten. Ei, ei, ei. Und Painless sei auch gegrüßt. Und Dankeschön für drei Monate. Dankeschön. Jugend was geprägt mit Dark Souls. Jetzt mit Elden Ring. Genau. Sei gegrüßt. Dankeschön. Ich besitze hier heute eigentlich. Dankeschön für drei Monate, Manne. Und viel Spaß auf jeder Reise. Ei, ei, ei. So. Ich öffne mal die erste Tür. Boss time. Also, Tutorial. Bis jetzt anders. Ja, bis jetzt anders. Also, das ist anders. Hier waren wir noch nicht. Kapelle der Erwartung. Tür ist blockiert. Okay. Ich gucke hier mal runter, ja. Kamerasteuerung mit R. Also, was ich halt jetzt im Qualitätsmodus merke. Im Raum war die FPS stabiler. Hier merke ich jetzt tatsächlich, dass es keine 60 FPS sind. Es sind mehr als 30, würde ich sagen. Aber keine 60. Wäre noch okay, wenn das der einzige Modus wäre. Ähm. Aber wir testen gleich mal den anderen Modus, um zu gucken, wie der denn dann aussieht. Okay. Hier ist auf jeden Fall schon mal offen. Keine Objekte voraus. Sondern eher nur tot und verderben. Okay. Verstehe ich. Erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich springen kann, ey. Lügner voraus. Na, die klatschen hier schon wieder alles zu. Okay. Okay. Ähm. Wo kann ich die Modi ändern? Einstellungen. Äh. Autoziel erfassen. Auto. Manuelle Vibration. Bewegungssensor. Da. Ähm. Bildrate. Okay, das ist auf jeden Fall flüssiger. Und ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied. Also in der FPS sehe ich einen Unterschied. Versteht mich nicht falsch. Aber jetzt von der Qualität. Weiß ich nicht. Vielleicht muss man da auch eher einen Fernblick dann für haben. Ja, okay. Die Entfernung ist dann ein Stück weit crisper. Ähm. In Nahdetails muss ich sagen, fällt es ehrlich gesagt nicht mal so auf. Also ich glaube, ich bleib bei Leistung. Der neue Slash spielt FPS und Leistung. Der alte Slash hätte jetzt auf Qualität gespielt. Aber der neue, der Bildratenslash, der spielt jetzt die Bildrate. Ja, wir haben einfach mal die Spiele. Ich schäme mich schon selbst ein bisschen. Ich schäme mich ja selbst schon ein bisschen. Wir spielen, äh, also es gibt nur die zwei, ne? Bildrate und äh, Qualität, genau. Also Bildrate. So. Wir bleiben jetzt hier bei Bildrate. So. Fertig. Aus der Lachs. Bildrate. Let's go. Mila sei gegrüßt. Und äh, Lotrain, du natürlich auch. Hörerlöwchen. Äh, äh. Eieiei. Das hab ich gar nicht offen. Moment. Äh, das erwischt mich jetzt hier aber kalt. Sekunde. Ähm, hab ich das hier überhaupt hier? Ähm, irgendwo? Ja, da. Sekunde. Äh, erstmal sag ich auf jeden Fall Dankeschön schon mal für die Donation. Ähm. Ich muss das mal eben aufmachen. Ich bin natürlich hier Profi-Streamer und vorbereitet. Lol. Hahaha. Und Cory, Dankeschön für, ähm, deinen Host an der Stelle. Ich kann mich nur leider jetzt hier gerade nicht einloggen. Warum auch immer. Sekunde. Muss ich einmal hier ganz kurz umschalten. Das kam unerwartet. Sekunde. Brauchen wir einmal ganz kurz meine Maus. So. Und, was sehen wir denn da? Und der Payless Slayer. Dir auch eine schöne, erfolgreiche Reise. Volle witziger Tode. Ja. Dankeschön für die 10 Euro, Mann. Werden wir haben. Äh, ich bin gespannt, ob der erste Tod wieder Gravity ist. Ähm, passiert mir nämlich halt meistens. Dankeschön für die Unterstützung in finanzieller Form, mein Lieber. Dickes Dankeschön. Und natürlich Grüße und dir dann auch viel Spaß. Sobald das Spiel halt auch für dich dann halt da und verfügbar ist, Mann. Dankeschön. Eieiei. So. Ah, hier ist mein UI. Da habe ich das. Dringende Heilung an Assassinschritt. Genau. Da kann ich halt wechseln. Das ist schon mal sehr nice. Da sieht man das halt. Parade. Ähm. Und Duell. Das war halt, äh. Ach Gott, wie war jetzt nochmal die Waffe, die Waffen zweihändig neben Chat? Ähm. Das war ganz anders wild. Das war R2 Dreieck. Ne, wie war das denn? Oder war das Elund Dreieck? Er. Er. Wie, wie. Waffe zwei hier nicht nehmen? Ich habe es vergessen. Äh. Das war ganz. Drei gedrückt halten und dann R1. Ah ja. Okay. Das war halt so eine ganz wilde Tastenkombination, die ich ziemlich weird finde. Dankeschön. Das haben sie aber auch anscheinend beibehalten. Das ist, das ist, äh, das fühle ich immer noch nicht. Warte, ich mache noch die Kamera einmal hier hin. Dann, äh, seht ihr nämlich da unten die Seelen, die ihr jetzt nicht seht. Warum habe ich die jetzt gerade gesehen und jetzt nicht? Äh, warte. Ich habe die doch jetzt gerade gehabt. Wie habe ich die denn jetzt hingekriegt? Ähm. Ähm. Ja, unten rechts sind die Seelen, wenn ich die gleich mal irgendwann, aber wobei ist auch nicht so wichtig, die Seelen glaube ich. Sehe ich jetzt auch nicht. Egal. So, weiter geht's. Äh, ich glaube ich muss jetzt einfach hier runter springen, nachdem die Tür da vorne zu ist, ne? Achso, R3 ist ducken. Was war sprinten? Äh, sprinten war... Kreis gedrückt halten. Alles klar. Okay. Ja, hier ist zu. Da komme ich nie rein. Also von daher, ähm, Kartoffelbrei. Wobei die Frage ist, ich will immer mit der Taste schwinden. Hier geht's auch nicht rein, ne? Also nicht, dass hier jetzt noch irgendwo direkt der erste Weg ist zum ersten Epic Loot. Na, sieht nicht so aus. Also von daher, wobei da oben eventuell... Oh ne, das sieht aber alles zu aus. Okay. Ja, ich glaube wir müssen einfach runter springen. Und, äh, Dala heißt es glaube ich... Ilama? Sei gegrüßt, hi. Ich hoffe so einigermaßen richtig ausgesprochen. Okay, ich wäre jetzt fast geschwungen. Okay, das sieht nach Tutorial Bosskampf aus. Äh, haben die Waffen eine Haltbarkeit? Ne, Waffen hatten dann keine Haltbarkeit, ne? Ne, keine Haltbarkeit, glaube ich. Also ich sehe zumindest keine, ähm, keine Haltbarkeitsleisten. Okay, finde ich gut. Kann ich mitleben. Verborgener Pfad voraus. Äh, Lügner. Wobei ist hier kein... Ah, da gab es ein Kling. Da gab es ein Kling. Okay. Eieiei. Eieiei. Die Nachricht ist von mir, ja. Direkt reintrollen. Direkt reintrollen. Alter Schwede, ey. Alleine, dass man jetzt hier springen kann, finde ich halt... Next Level, ey. Elden Ring. Achtung hoch und wunderschön. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, wir haben aber noch keine Heilung, ne? Also das heißt, wenn jetzt irgendwas wäre, kann ich nicht, ähm, heilen. Keine Objekte. Das erinnert mich so ein bisschen an die Steinstaffel in Majula, wo die Tode drauf standen. Seid ihr bereit? Äh, nicht wirklich. Oh Gott, wie viele Leute hier schon Nachrichten machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, äh, Intro, also ist anders als im Stress Test. Das kenne ich ja halt alles noch nicht. Also es fängt halt nicht hier an. Ich vermute mal, das ist jetzt quasi davor. Und dass wir, wenn wir das jetzt hier durchgespielt haben, wahrscheinlich in Limgrave landen. Lebend oder Tod. Oder beides. Das weiß man bei Dark Souls nie so genau. Okay. Frost Time in Dark Souls. Und du, sei gegrüßt. Guten Abend. Ich könnte mich einmal heilen mit meinem Wutschen und Wedel Klaus. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Okay, da vorne ist eine Tür, die zu ist. Eine Nebeltür. Die Frage ist, ob die jetzt dann zum Boss geht. Oder ob das die, wir müssen den Boss erst besiegen Tür ist. Ich hab ein bisschen Angst, Chat. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst. Na ja, ist doch klar. Verpflanzter Spross. Boss Time in Dark Souls, liebe Freunde. Ich hab nicht mal eine Heilung Ich hab das Spiel schon wieder alles übersehen So ganz ohne Heilung Okay Auch interessant Was ist das eigentlich? Ein Krabbenmops? Stamina gebrochen Okay, ist gescriptet Ich bin nicht tot Ich bin nicht tot Ich bin nur irgendwas anderes Ich bin Maverick Sei gegrüßt Im neunten Dankeschön für den Resub an der Stelle Grüße nach Franken Gut, den kann man aber bestimmt besiegen Don't worry, Torren Fortune is on her side We found her here after all One of her kind is sure to seek The Elden Ring Even if it does violate The Golden Order Das ist es eigentlich nicht so Nach Season 1 Das sind Sie von mir Wir behausalten Gut hier делать Öff someone Since doch Oh We quê? Also zählen wir das jetzt eigentlich als Tod-Chat? Weil so richtig tot war ich ja jetzt nicht. Ich stand nicht you died. Also ich glaube, es war kein Tod. Ah ja, wir kriegen auf jeden Fall jetzt erstmal eine Flasche mit Purpur-Tränen und eine Flasche mit Himmelstränen. Das heißt einmal für Mana-Mana und für Lebi-Lebi. Und jetzt sind wir... Alter, ist das dunkel. Ach so, so kann ich das HUD anzeigen. Ah, so, so kann ich das machen. Warte, dann kann ich jetzt die Kamera einmal anpassen. Äh, nehme ich so. 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 Und so. Bumm. Alter, ich sehe gar nichts. Davon eine Menge. Ich sehe wirklich nichts. Also ihr seht wahrscheinlich mehr, als ich gerade sehe. Weil, ähm... Ich sitze wie gerade im Gegenlicht. Deswegen, so dunkle Szenen sind für mich halt immer sehr schwierig zu erkennen. Das heißt, ich bräuchte eine Fackel oder so. Und da sitzt ein Geist auf, ähm... Ah, hier geht's runter. Und das habe ich im Tutorial... Also, da, da, das kenne ich jetzt. Genau. Der saß da nämlich nicht, weil wir sind direkt da oben nämlich rausgegangen. Ähm... Jetzt, wenn der jetzt gleich so nach unten zeigt, dann... Der erinnert mich nämlich an den sitzenden Typ vor Rom. Weil du ja bei Rom auch nicht wusstest, wo du hin sollst. Wo er dann einfach nur nach unten gezeigt hat. Daran erinnert er mich. Einfach so ein Dude, der da sitzt. Wagt den Sprung. Ja. Ja. Okay. Alles klar. Machen wir. Genau. Wir könnten das Tutorial natürlich auch skippen. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir springen jetzt da mal unten rein. Da gab's dann nämlich Fallschaden. Ah, gibt's nicht, weil hier ist noch eine Kante. Gebe ich beim... Genau. Gegenstände benutzen ist Viereck. Und das sind jetzt... Gut gemacht. Okay, das ist alles jetzt hier quasi Tutorial. Genau. Wahrscheinlich sind das ja die Tutorial-Punkte. Gut, gehen wir mal durch. Was wir alles können? Ort der Gnade. Am Rasten eine Ort der Gnade stellt... Ja. Bonfire lit. Genau. Bonfire lit. Am Dutzgerät. Da haben wir das erste Dutzgerät gefunden. Ei, 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 ei. Am Ort der Gnade. Direkt mal Rasten. Genau. Da können wir Zeit vertreiben. Die Flaschen umändern. Zauber lernen. Truhe sortieren. Lassen wir erstmal Standard. Ein bisschen Mana kann ja nicht schaden. Und dann gucken wir mal weiter. Das sind hier... Zeit fürs Parieren. Da steht das mit R1. Alter Schwede. Das Stößchen stößt aber mal. Das stößt aber mal, du. Das ist ja quasi ein Qualitätspremium-Stößchen. Zaubereien und Anrufungen. An Orten der Gnade könnt ihr Anrufungen und Zauber lernen. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken. Oder ein heiliges Siegel, um Anrufungen zu sprechen. Der Einsatz von Zaubereien und Anrufungen verbraucht Mana. Die schreiben Mana immer komisch, ne? Abwehren. Um einen Angriff abzuwehren, halte die Waffe in den linken. Ein Händenschild. Ja, L, bla bla bla. Und Parry. Genau. Backstab to the limit. Ja, genau. Hier wird erstmal Parryen geübt. Natürlich. Natürlich. Ausweichen. Ihr könnt gegnerische Anrufungen durch eine Ausweichrolle oder einen Schritt zurück entgehen. Jeder dieser Aktionen verbraucht eure Ausdauer. Ausweichrolle oder Schritt zurück. So, wollen wir aber Parryen. Kriege ich wahrscheinlich wieder nie hin, ne? Okay, das war viel zu früh. Okay. Alter, die verzögern die Angriffe halt so. Okay, das war viel zu spät. Und mein Parry ist halt super langsam. Klappt super. Das war zu spät. Alter. Alter. Erste Estus. Krieg kann Parryen bei dem. Natürlich ist das eh auch kacke. Alter Schwede, ey. Also Parry, kann ich dir jetzt schon mal sagen, ist schon mal, glaube ich, nicht das, was ich viel benutzen werde, wie auch in den meisten anderen Souls, außer Dark Souls 1 oder Demon Souls. Keine Ahnung. Das ist, das Risk-Reward-Spiel lohnt sich für mich nicht. Weil du musst halt wirklich den Gegner üben, das Schild kennen. Und Reflexe des Todes haben. Keine Ahnung. Das ist, äh, nun. Das ist, ähm, nicht meins, glaube ich. Wir verlassen uns eher auf andere Dinge, wie zum Beispiel wegrennen. Das kriege ich vielleicht hin. Ei, ei, ei. So. Also bedeutet Dutz nichts? Doch, Dutz ist alles. Dutz ist das Wichtigste. Machst du nicht Dutz am Dutz-Gerät, ist, äh, funktioniert das Spiel nicht. Sipi. Das muss man schon sagen. Sonst, äh, kommt nicht die Lebensmacht zurück. Wow. Ja, der Abwehrkonto ist, glaube ich, einfach nur blocken. Das wird uns der beim Boss, oder kurz vom Boss, glaube ich, dann nochmal als Tutorial-Leute erzählen. So, Stößchen. So, weiter geht die wilde Fahrt mit dem Olli, der einfach mal aus Elden Ring-Hype sich 10 Elden Rings rausknallt. Alter Schwede, ey. Olli, dickes Dankeschön für die Unterstützung mit 10 hier zu Elden Ring. Und natürlich viel Spaß bei allen, die es erwischt hat. Mit dem besten Mordwürfen auf Twitch und der Reise hier in Elden Ring und natürlich auch alle anderen Spielen. Dankeschön, Olli, Mann. Dankeschön. Halten, Sprinteln. Ja, das hatten wir schon. Dann kam jetzt, glaube ich, noch der Tipp fürs Ducken. Genau. Äh, wobei ich sehe den Gegner gar nicht. Ach, der war oben, ne? Zwischen findet ihr hier Ecke, Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Genau. Eine Roverfrucht. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir hier auch noch mit. Der steht da oben und da hatte ich jetzt keine Möglichkeit, irgendwas mit zu tun. Ich will gerade immer noch wie bei in Horizon mit R3 pingen. Aber natürlich gibt es ja hier keinen Ping. So. Waffe Hand haben. Ihr könnt für jede, äh, Hand bis zu drei Waffen ausrüsten und dann zwischen jeden wechseln. Führt ihr Waffen weithändig, erhöht sich eure Angriffstechnung von 50 Prozent und Gegner können eure Angriffstechnung nicht gleich mit dem Schild abwehren. Waffe für rechte Hand wechseln, Waffe für linke Hand und, äh, Dreieck und L1 R1 mit beiden Händen führen. Okay. Also, äh, so, ne? Nicht die richtige Zeit zu spielen. Okay, das funktioniert also nicht so gut. Äh, wie enthände ich die denn? Achso, okay. Stehe. Jetzt erstmal das hier zweihändig nehmen. Ich habe schon mal, glaube ich, eine Cheese-Strat gefunden. Boah, kriegt der Schild dann doch noch hoch. Der Schuft! Stößchen! Genau. Der Sprungangriff war ultra nice in dem Spiel. Also, tatsächlich X und R2. Damit kriegst du halt das Guard-Break halt super schnell weg. Es gibt in dem Sinne keinen Kick mehr wie in Dark Souls. Also, hier mit, äh, Stick nach vorne oder R1 oder R2 oder so. Ähm, das ist halt echt nice. Charge-Angriff gibt es nur R2, wenn ich es gerade richtig sehe, ne? Ja, wobei, so richtig gecharged sieht ja jetzt auch nicht aus. Also, ein bisschen halt. Ja, okay. Geht schon. Und Captain Slauser, Julius Temponkatscher, du natürlich auch. Und Gumbel, hallöchen! Und Perena ist dann natürlich auch. Guten Abend! Ja, beim fixierten, äh, beim fixierten Ziel wechseln. Ja, ja, ist klar. Also, ich glaube, der Sprungangriff ist halt echt mächtig, ey. Keine Objekte voraus. Preisebogen! Ja, der Bogenschütze, Mann. Tschüssi! Ei, 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 ei. Gut, bis jetzt bin ich mit der Klassenwahl ganz zufrieden. Talente. Waffen haben Talente, also besondere Wertigkeiten. Es gibt viele verschiedene Talente von mächtigen Angriffen bis hin zu zeitlich für ganzen Effekten. Der Einsatz von Talenten verbraucht FP. L2, L2, Talent. Ah, aber was jetzt hier nicht steht, lustigerweise. Ähm, dass man dafür die Waffe zweihändig nehmen muss, weil sonst hast du immer das Talent, was oben steht, was jetzt in der linken Hand, das Schild wäre, also in dem Fall der, das Parry, das hat das Ding halt leider jetzt nicht gesagt. Also das heißt, ich muss jetzt tatsächlich, um das, ähm, mit dem Schwert zu machen, das machen, das machen, weil jetzt kann ich mit Duell das machen. Äh, wobei ich noch nicht weiß, wie ich das mache. Muss ich dann jetzt nochmal L2 drücken oder R2? Oh, den Angriff? Ich glaub das, ne? Ja, genau. Genau, das sind dann halt die Fokus-Angriffe mit der Waffe. Die sind jetzt nicht so spannend, das ist jetzt quasi klassische Weapon-Art aus, ähm... Aus Sargs-Holz. Naja, okay. Brauchen wir aber bessere Weapon-Arts. Ducken! Ja. Das haben wir ja schon gemerkt. Können wir uns ducken. Passiert mir wahrscheinlich öfter, weil ich mit dem Stick immer sprinten will. Äh... Ja, die. Die. Die hab ich gewählt. Wie hieß die? Kapuzenträger. Ich hab keine Ahnung, wie die hieß. Kapuzenträger-Frau. Ja. Rittischer Treffer mit dem Backstep. Bekenner? Bekenner war das. Bekennt euch heute noch zum Moped-Club. Dann seid ihr auf der richtigen Seite bei den Bekennenden. Geht am besten natürlich, wenn ihr Prime-Gaming noch irgendwo rumliegen habt. Ne? Weil ab der Amazon Prime ist Prime-Gaming kostenlos. Und deshalb schmeckt. Danke schön dafür. Visionen von Nutzlosigkeit. Brechen von Haltung. Genau. R2 Sturmangriff und beim Springen. Ja, genau. Das hatten wir ja schon. Das hatten wir schon gelernt. Mächtiger Bader-Bring. Aber bechtig Möse ist das Ding, du. Ich sag es dir. Der knallt. Der knallt halt. So muss das sein. Alter Schwede, ey. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich jetzt die finale Version von Elden Ring spiele. Ich fasse es noch nicht, Chad. Alter Schwede, ey. Nach dem Stress-Test jetzt endlich die finale Version, ohne dass mir einer das Spiel jetzt nochmal wegnimmt. Bevor ich durch bin. Das war... Wisst ihr, wie scheiße sich das anfühlt? Du spielst das Spiel und dann ist plötzlich Zeit um und weg und du kannst es nicht mehr spielen und nicht weiterspielen. Boah, ey. Das fühlt sich halt an, als ob dir jemand einen Lolli klaut. Richtig Kacke. Aber jetzt nimmt es mir keiner mehr weg. So, Marikas Fähle. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika, dann könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Ja, das ist sehr nice. So, da haben wir so einen Marikas-Mops. Und das ist jetzt der erste Tutorialseboss. Und hier kam jetzt eigentlich noch der Hinweis mit den... Halte mal, Block gedrückt. Genau, der Abwehrkontor. 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 Wenn ihr einen gegnerischen Angriff geblockt habt, könnt ihr sofort einen Gegenangriff ausführen. Mit Abwehrkontern lässt sich die Haltung des Gegners leicht brechen. R2 sofort nach dem Blocken eines Angriffs Abwehrkontern. Jawohl. Also Schild ist hier deutlich wieder besser als in... Seit Dark Souls. Ist wieder Schild nützlich. Also nicht seit Dark Souls 3. Da war es unnütz. Und wir haben jetzt das erste Mal die Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Gegen Soldat Godricks. Dricks. Leider bereit? Ich nicht. Musik. Okay, den haben wir aber gehörig vermöbelt. Boss-Time zu Ende. Gegner zu Fall gebracht. Warte mal, wie kann ich jetzt hier irgendwelche Emotes machen? Ich habe keine Ahnung. Ausrüstung, Inventar-Status. Wie ging denn nochmal Emotes? Ach da, Gesten. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, ist das ein kleines Helljärchen wert. Boss-Time in Dark Souls vorbei. Nun, habe ich da eigentlich irgendwas Blutiges? Ich habe Blut auf der Nase, ne? Sehe ich gerade. Ja, voll mit Blut bespritzt. Bin aber schon eine Hübsche, ne? Also ich finde, es sieht sehr gut aus. Habe einen guten Char gemacht, ne? Gewählt. Gemacht. Gefällt mir. Vor allem die Blutschurzer sind halt nice. Coole Scheiße. Erst einmal Sound. No Hit. No Hit, man läuft, Chad. Das war... Ja. Ich glaube tatsächlich auch, Sascha kriegt das hin. Also Sascha, ich glaube an dich. Du als alter Souls-Profi, auch das ist, glaube ich, im Bereich des Machbaren. Dass Leute, die sonst mit Souls nicht viel am Hut haben, auch, glaube ich, Elden Ring ganz gut spielen können. Weil es gibt Mittel und Wege, das Spiel, glaube ich, für sich halt in den passenden Schwierigkeitsgraden zu spielen. Ohne, dass es tatsächlich diesen, ich hasse ihn, Schwierigkeitsregler gibt. Also mach mal easy, mach mal mittel, mach mal hart. Nein, mach es einfach, wie du willst, durch deine Spielweise. Und das, glaube ich, macht Elden Ring sehr, sehr gut. So. Ah, das wirst du durch spielen, Sascha. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Einmal Stärke. Ein neues Emote. Dann siehste mal. Da sitzt wieder Opie. Und das war das Tutorial. 40 Stunden abgebrochen. Ja, immerhin. Du hast es probiert. Also besser, als es nicht zu probieren. Hast du dir jetzt Elden Ring geholt, Sascha? Äh, alt sind wir beide, das stimmt wohl. Hier bin ich mal gespannt, ob wir später nochmal hinkommen. Weil da ist ja, wie gesagt, noch eine Leiter. Da kamen wir halt im Tutorial nicht hin. Also hier im, ähm, in der Beta-Stress-Dings, Bums. Aber da ist ja eine Leiter. Also das, und, und Nachrichten. Also irgendwie wird man da ja hinkommen. Aber ich hab kein Schimmerwief. Ah. Ah, okay. Hier brauchst du den Schlüssel, den du als Gabe am Anfang nehmen kannst. Den Steinschwert. Das Ding gab's nämlich in der Beta nicht. Und dann kannst du ihn einführen. Und, ähm, dann geht die Tür wahrscheinlich auf. Du bist noch unschlüssig. Ach komm, gib dir einen Ruck, ey. Gib dir einen Ruck. So früh heute, Leute. Dann komm gut ins Bett, Mann. Schlaf gut. Bis morgen. Achso, ja, morgen, übermorgen, über, übermorgen, über, über, übermorgen, über, 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 übermorgen, über, 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 übermorgen. Ist blieben, ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Was haben wir hier? Koop Mehrspielerpartien. Mit dem Krummfinger des Perflekten hinterlasst ihr goldene Rufzeichen. Andere Spieler in der Welt können euch mit diesem Rufzeichen anrufen und Multiplayer machen. Ja, I know. Der Fingerabtrenner. Krumme. Also ich glaub, so was für Tarantino Füße sind, sind für Miyazaki Finger. Ich weiß nicht, was der mit diesen ganzen Fingern hat. Der ist Fingerfetischist oder so. Ich sag's euch. Ah. So. Hab ich nicht. Okay. Also wenn wir hier nochmal einen Steinwertschlüssel haben, können wir mal reingucken. Würde mich nämlich interessieren, was dahinter ist. Also das ist halt für die Leute, die halt tatsächlich die Gabe haben. Also die richtige Gabe. Wobei, was ich jetzt mal testen will. Ich glaub, das Amulett lohnt sich nicht. Also guckt mal oben auf den kleinen Pnüppel. Das ist halt so minimal, was das Medaillon halt macht. Kannst du vernachlässigen. Das bringt gar nichts. Also Medaillon ist Quatsch. Und Pixel sei auch gegüßt. So. Dann. Ne, morgen wollte ich eigentlich Schach spielen. Captain Slow. Ja, dann spielt Tauge ja im Moment auch nichts. Uff, ey. Okay, hier ist erstmal nix. Achso, dass wir den Fahrstuhl natürlich wieder nach unten rufen. Okay. 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 Genau, kannst du ja machen, Schmando. Dann kannst du mir ja sagen, was dahinter ist. Aber nicht im Chat, weil der Verspoiler. Ne, beim ersten Mal lernen wir jetzt ja erstmal alle Dinge und Sachen. Und da werden natürlich dann auch Fehler halt gemacht werden. Weil man es ja nicht besser weiß. Und, ähm, Sess heißt es, glaube ich. Oder heißt es Hacker? Ich danke dir von der Follow. Habe ich noch gar nicht gesehen. Aber dankeschön, Mann. Dankeschön. Ah. So, erstmal hier ein bisschen in die bequemere Sitzposition hier begeben. Willkommen zu Souls of the Wilds. Oh. Nun. Alter Fünner, ey. Das wird was werden, Schätz. Das wird was werden. Ich sage es euch, ey. Okay. 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 Ich kann leider jetzt, ich kann zwar raus scrollen, aber ich komme nicht weiter, um zu sehen, wie groß die, äh, Karte ist. Ähm. Also dementsprechend müssen wir wahrscheinlich erstmal die andere Region freischalten, weil ich jetzt hier nicht rüberkomme, um zu erahnen, wie groß das Spiel ist. Natürlich hätte ich mir jetzt Dinge aus der Beta merken können. Gerade Position vielleicht von Items und Dingen habe ich natürlich nicht gemacht. Deswegen habe ich keinen Schimmer mehr. Und wir erkunden einfach alles nochmal von vorne. Lol. So, was war das nochmal? Kampf zu Pferde voraus. Ja, das wissen wir. Ich wollte eigentlich eher das hier gucken, untersuchen. Herbeirufungsreserven. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrer-Bildnis stoßen. Diese Bildnis dienen als Herbeirufungsreserven. An diesem Ort wird es euch leicht fallen, andere Spieler herbeizurufen, da sie als Sammelpunkte für Koop-Rufzeichen und feindliche Rufzeichen fungieren, die mit kleinen Bildnissen erstellt wurden. Also dementsprechend, ja, hier ist halt, hier kann es halt sammeln. Genau. Kleine goldene Statue. Okay. Ja, da ist der erste Mops. Den verschieben wir auf später. Aus Gründen und Erfahrung. Und Dutz am Dutzgerät. Verlorene Gnade entdeckt. Führende Hand der Gnade. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen in den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihre goldenen Strahlen werden euch den Weg weisen. Genau. Die Karte. Benutzt eure Karte, um eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung zu überprüfen. Ihr könnt eure Karte mit Informationen aktualisieren, indem ihr Kartenfragmente in Stählen entlang der Straße findet. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei auf der Karte platzieren, um euch bei mehr Kunden besser zu orientieren. Jawohl. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the Lands Between for the Elden Ring? Hm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the round table hold, you are fated. It seems to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with Grace, the golden light that gives life to you tarnished? You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of Grace, a path that a tarnished must travel. Hm. Indeed. Grace's guidance holds the answers. Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly, to Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod, Godric the Drafted. It's time you set off, I should think, to Castle Stormvale, on the cliff, where Grace would guide you, if you seek the Elden Ring, maidenless as you are. It's time you set off, I should think, to Castle Stormvale, on the cliff, where Grace will be done. I should think, to Castle Stormvale, if you seek the Elden Ring, maidenless as you are. Yeah. Suchen wir erstmal die Maiden. Bloodborne hatte auch deutsche Synchro? Stimmt, Bloodborne hatte auch deutsche Synchro. Okay, dann die zwei. Das eine, weil es von Sony war und das andere, weil es von Activision war. Tatsächlich die Bandai Namco-Spiele, kann man dann sagen. Die halt nicht. Okay, dann einigen wir uns darauf. So, wir dodgen mal da an dem Otto vorbei. Den machen wir später. Ausgründen. Dünne Bestienknochen. Erstmal freischalten, ne? Was ist das? Totenkopf. Goldene Rune. Muss mal alles gucken, was das kann. Ich hab keinen Schimmer. Ich nimm's mal mit. Sitzt da der Weihnachtsmann? Da sitzt der Weihnachtsmann. Warum sitzt denn da der Weihnachtsmann und hinten seine Redentieresel? Okay. Cool. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffe mit Runen und Schmiedesteinen verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann. Jawohl. Dann gib mich mal einen Schmiedestein. Denn der ist fein. Zum Waffen aufwerten. Guten Tag, Herr Weihnachtsmann. Der Grinch ist aber grün. Und der Schmiede der Elden Ring. Es ist nur Tarnished, wie du selbst. Du hast die Dinge von Dreiung ab. Entfernen. Hier bist du ein sehr Willkommen-Kustomer. Wenn du die Rune besuchen kannst, solltest du dir ein Krafting-Kit kaufen. Das Krafting-Kit ermöglicht, dass du Dinge grundsätzlich zu machen. Es ist essentiell, wenn du hier übernommen kannst. Das Kit kostet ein Bund, und ich verabschiede, ich nehme meine Kut. Aber das wichtigste ist, dass du übernommen kannst. Es ist tatsächlich hier der Hinweis, dass man die Werkzeugkiste nehmen sollte. Über das Ladenmenü könnt ihr mit Runen verschiedene Objekte kaufen. Ihr könnt auch Objekte für Runen verkaufen. Jeder Händler hat viele verschiedene Waren. Ein Teleskop. Koopfeindlich Rufzeichen. Gesprungener Topf von gesprungenen Töpfen nötiger Behälter. Zur Herstellung von gesprungenen Töpfen. Das ist der Werkzeugsatz. Der kostet 300. Wir haben hier Handbuch des Normalischen. Erweitert das Handwerksrepertoire. Erweitert das Handwerksrepertoire. Erweitert noch mehr des Handwerksrepertoire. Also hier können wir erstmal ausgeben. Dann gibt es hier noch eine Kettenklamotte. Eine Fackel. Die würde ich tatsächlich sogar mitnehmen. Das schildert sogar nicht 100% Block. Notiz des Wundersaal. Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Eines Wegpunktes. Also tatsächlich, das würde ich alles einmal mitnehmen. Hier werden wir jetzt sowieso halt erstmal farmen, bis die Schwarte kracht. Erstmal Waffen aufwerten. Leveln und alles Mögliche. So. Was? Es schneit draußen. Ach du Scheiße. Schneid es bei euch auch, Chat? Ich werde gerade informiert, dass es draußen schneit. Wie viel Grad sind es denn? Zwei Grad. Ja, es ist kalt geworden. Scheiße, Mann. Passend zu Elden Ring Schnee. Lol. Okay. Äh, warte mal. Was hat der für Waffen? Ähm. Waffen hat ja gar keiner, ne? Das haben sie auch entfernt, weil im Netzwerktest hatte der auch Waffen, dass man noch ein bisschen austesten konnte. Hat er nicht. Also, dementsprechend kann man halt nicht sehr schnell wie im Stress-Test die Waffen, na gut, sollte man wahrscheinlich testen halt, ne? Ähm. Also, hier gibt es keine Waffen. Das ist, äh, fies. Am Dutz. Am Dutzgerät. Schnellreisen von Orten der Gnade. Ja, okay. Das hatten wir ja schon mal gemacht. Ort der Gnade. Wir haben immer noch nicht die Maiden. Das heißt, wir können immer noch nicht leveln. Ähm. Dementsprechend ist das natürlich unser oberstes Ziel. Ich habe jetzt 600. Ich kaufe mir als erstes schon mal eine Fackel. Weil ein bisschen Licht kann nicht schaden. Kaufen einmal le Fackel. Dann haben wir die schon mal und mehr kann ich mir nicht leisten. Äh, doch. Die Werkzeugtasche. Befehle ich euch zur Objektherstellung. Nehmen wir einfach mal mit. Dann haben wir die auch. Ähm. Dann haben wir die beiden auf jeden Fall schon mal safe. Kaufen tun wir die halt eh. Mit dem Werkzeugsatz könnt ihr verschiedene Objekte ausgefundenen Materialien herstellen. Wählt im Hauptmenü Objektherstellung aus, um Objekte herzustellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Oh, scheiße. Jetzt habe ich, das habe ich jetzt zu schnell weggeklickt. Äh. Über das Objektherstellung zum Beispiel könnt ihr verschiedene Objekte ausgefundene Materialien herstellen. Wir noch eine. Ja, okay. Das habe ich gemacht. Ähm. So. Findet man Lauffeuern. Was ist das? Feuertopf. Feuerschaden. Nach hinten werfen. Äh. Knochenwurzelfeile aus, äh. Knochen. Füttert die, äh. Dies Sturmwind. Und ja. Kleiner Spoiler für das Pferd. Äh. Buntes Licht. Und, äh. Und die Rufzeichen. Was ich gerade weggeklickt habe, weiß ich nicht. Das müsste ich in der VOD mit dem Frame mal extrahieren. Äh. Also ich wohne in Gelsenkirchen der Kaizo. Da schneit es gerade so ein bisschen. Nicht super viel, aber. Wird auch nicht mit 2 Grad liegen bleiben. Echt? Bei euch hat es auch geschneit, Stefan? Krass. Ja. Toll. Winter soll vorbei sein. Judy. Dann greiten wir mal weiter. Und holen uns erstmal Le Maiden in. Okay. Viereck ist in, äh. Dings hier. In Horizon Ducken. Ich wollte mich ducken. Ducken ist aber L3. Hehehe. Nur wenn wir mal wieder darauf klarkommen. Können wir eigentlich hier, ähm. Pferde. Pferde. Pferde sag ich schon. Ziegen. Ziegen. Ich level nur mit Ziegen. Ich bin der Ziegenklopper. Achso. Warte mal. Ich wollte die Fackel noch ausrüsten. Ähm. Ähm. Gut. Jetzt haben wir auch ne Fackel. Oh, guck mal. Ein Känguru-Hase. Alter. Bleib stehen. Dünne Bestienknochen. Und Wolli. Sei gegrüßt. Gute Namens. Wow. Nicht getroffen. Attacke vom boysisches Weiß. Oh money. Tschüssessenommn. undertaking. Angespaies Kadplan. Aber an der Ge show. Circe juegos-Le must have been Facebook-Revenue. Der Ball��ap ist nicht so weit weg. Eine. Grüße nach Bottrop, mein Lieber. Zwei Open-World-Spiel, die halt riesig sind. Ich sag ja, wir werden die nächsten Monate nichts anderes spielen. Gib mir kein Mut, nur ein Level. Ah, Bolzen. Okay, Holzen, Bolzen. Und Crazy Nuckman sei auch gegrüßt. Gute Abend. Auch er hat es erst gesehen. Ein Ruinenfragment. Hier klingt es, als ob irgendwas drin ist. Na, das war das Ding, was ich gehört habe. Tränen, Skarabäne. Es gibt Purpur-Tränen und Himmelstränen, Skarabäne. Besiege sie, um ihren Typ entsprechend Flaschen aufzufüllen. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie ihr eure maximale Anzahl erlaubt. Okay. Na gut, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Weil ich noch alle Flaschen hatte. Aber okay. Für später wissen wir das dann. Falsche Taste. Einfach mal die falsche Taste drücken. Kann man mal machen. Hallo Elcht hier. Kurki. Ah, da ist der Loot auf der rechten Seite. Den seht ihr jetzt nicht. Aber er war ein Kukukukri. 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 Kukukukri Kressli. Kann man hier die ganzen Fragmente mitnehmen. Aber ja, ich sehe schon die Kampffläche mit dem lustigen Drachending. Hahaha, das wird ja lustig werden. Das wird ja lustig werden. Okay, den Drache verschieben wir mal auch auf ein bisschen später. Eiei, Eiei. Irgendein Pilz. Hatte ich hier nicht gerade noch irgendwas rum gesehen? So, die Frage ist. Kann ich zwei, drei Button remappen? Ducken könnte ich umändern. Aber ich weiß nicht, wohin. Und das Sprint alles kombiniert, das ist halt auch doof. Ja, kriege ich wohl nicht hin. Wird mir jetzt aber einige Male passieren, dass ich Viereck drücke fürs Ducken. Was allerdings dann heilen ist. Das wird mir halt noch ein bisschen mehrfach passieren. Weil L3 fürs Ducken ist für mich nicht so intuitiv. Aber ja, keine Ahnung. Kann man leider nicht umlegen. Und Mungo, sei grüßt. Guten Abend. Und Filugia, das Schokosmackrönchen, sei auch gegrüßt. Hallöchen. Wir gehen mal außen rum, ne? Verbraucht Sprinten eigentlich Ausdauer? Ne, Sprinten verbraucht keine Ausdauer. Okay. Stopp, 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 stopp. So, jetzt müsste ja dann die Maiden mal zu Besuch kommen, wa? Bye. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Spektral-Ross-Pfeife Und René sei grüß, moin Wie kommt man von Torrent auf Sturmwind? Also, das ist jetzt ja nur mal, glaube ich, keine Übersetzung von Sturmwind, oder? Also, beziehungsweise von Torrent, oder? Also, zumindestens auch die Stadt in WoW hieß nicht Torrent, sondern Stormwind. Bin jetzt aber auch nicht sicher. Über das Milit-Zauberlernen könnt ihr Saberei und Anrufung sammeln. Ihr müsst immer in den Stab, ja, das hatten wir ja schon gelesen. Und die habe ich beide ausgerüstet, ne? Okay, perfekt. Benutze die Spektral-Ross-Dingsbums, um mal Spektral-Ross herbeizurufen. Ihr könnt den Spektral-Ross nach dem Tod erneut rufen. L3 und die Spektral-Ross erneut, um abzusteigen. Okay. Gegenstand in Beutel benutzen, 1, 2, 3 und ganz viele. Alles klar, verstehe. So, was haben wir da? Wo sehe ich denn, was ich da jetzt zugeordnet habe? Da, Beutel. Äh, was ist denn Erinnerung der Gnade? Achso. Ähm, wie kann ich das entfernen? Zurück, Ansicht wechseln. Achso, im Inventar kann ich das wieder gar nicht wechseln. Ja, verstehe. Äh, warte mal. Nutzen, schließen, entfernen. So. Achso, und hier kann ich dann auch tatsächlich in dem Menü die, äh, Gesten nutzen. Warte mal. Ach, muss ich dafür wieder X gedrückt halten? Oder Dreieck? Äh, wie funktioniert das denn? Versuche gerade rauszufinden, wie jetzt diese Bewegungsgesten funktionieren sollen. Wieso nicht? Oder muss ich das so machen? Hm. Okay, keine Ahnung, wie diese Bewegungssteuerung funktionieren soll. Äh, egal. Ähm, dann warte mal. Dann muss ich das jetzt, wie mache ich das denn jetzt zu weit? Weisen, äh, schließen, umschalten. Und dann kann ich sagen, das will ich da hin machen. Zur Herstellung von Objekten. Okay. Und hier haben wir dann, genau, die ganzen Multiplayer-Klamotten. Achso, warte mal, da unten war noch was. Was war das? Goldene Rune. Anzahl Rune. Ah, das sind die Yassis. Alles klar. Yassis kann ich bleiben. Verstehe. Bloom alone, sei auch gegrüßt. Guten Abend. Ein Strom als ein Sturm. Lost in Translation. Ja, anscheinend. So, kann ich jetzt schon leveln? Ne, ich hatte ja gerade ja alles ausgegeben, ne? Äh, Stufenaufstieg. Über Stufen machen könnt ihr... Ja, ist okay. Klar. Das macht halt, äh, Leben. Ja, gucken wir uns gleich an, wenn ich skillen kann. Erstmal, brauche ich erstmal ein bisschen, äh, Punkte. Ich wollte mich ducken, Chat. Fängt gut an, ne? Ich trinke immer direkt die Estus, weil ich mich ducken will. Mann, ne, ey. Okay, der ist umgedreht. Und wir spielen Sneaky. Wir sind ja Sneaky, haben wir ja gelernt, ne? Sneaky, das letzte Sneaky. Genau, den Looter holen wir uns gleich. Wir machen erstmal hier die Butze leer. So, erst ein Druck von der Performance. Ich hatte es ja nicht auf der Playstation gespielt, im Netzwerktest, sondern auf der Xbox. Ich habe das Gefühl, dass die Version ein bisschen besser ist als die Xbox-Version. Also vom Netzwerktest. Aber sich insgesamt nicht mehr so viel getan hat. Und auch die FPS ist mal wieder natürlich, From Software typisch als Feature, nicht super stabil. Ähm, irgendwie. Also dementsprechend, das kriegt's From Software halt einfach technisch gesehen anscheinend nie hin. Oder die haben keinen Bock drauf oder so. Ich weiß es nicht. Ist jetzt nicht störend, aber man merkt es halt. Aber gut, ich meine, ich bin auch 15 FPS im Sumpf gewöhnt. So ist es jetzt nur nicht, ne? Das ist halt anscheinend die From Software Experience, dass man halt 15 FPS manchmal in irgendwelchen Sumpfgebieten haben will. Weil sonst wär's ja auch kein Souls. Es wird wohl empfohlen, die PS4-Version auf der PS5 zu spielen. Die schafft wohl stabile 60 FPS, aber dafür nur 1800p, was ich gelesen habe. Naja gut, aber soll jetzt der Leistungsmodus nicht auf der Konsole jetzt hier auch tatsächlich, ähm, nur 1600p sein? Gegenüber dem Qualitätsmodus, der 1800p hat? Also dementsprechend würdest du ja dann sogar eine Win-Win-Situation haben. Wie unterscheiden die sich denn sonst? Level, äh, Detail, Vegetation? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vegetation auf der Playstation 4 genauso aussieht. Also die wird ja wahrscheinlich dein abgespeckteres Grafik-Preset haben, oder? Nicht jetzt Auflösung oder FPS, sondern halt tatsächlich halt der Rest halt. Foliage, ähm, oder was weiß ich halt. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Hm, wisst ihr sogar, was interessant wäre? Wir könnten ja sogar Doppel-Platin machen. Einmal die PS5-Version und einmal dann die PS4-Version. Ich kann ja zweimal Platin machen. Vielleicht gibt's in nächster Zeit viel Elden Ring. Ich bin jetzt nicht sicher. Ein Flegel. Okay, der ist neu. Den gab's nicht. Flegel ist eine Geschicklichkeitswaffe. Macht die Blutung schaden? Ich würde fast, ja, löst Blutverluste aus. Ja, natürlich. Natürlich macht ein Flegel Blutschaden. Okay. Ja, erster Build, was ich schon mal sagen kann, ähm, es wird wahrscheinlich ein Jack-of-all-Trades, Master-of-None-AKA-Quality-Build. Also quasi, dass ich halt die Mehrheit an, sag ich mal, Mittel, also wo die Stats noch mittelmäßig sind, benutzen kann. In Stärke, Beweglichkeit, äh, und halt eben Glaube mit, ähm, den Asche-Beschwörungen. Das wird halt so das erste Ding. Halt, dass ich halt, sag ich mal, ne gute Einhand-Waffe, ne gute Anatal-Pender-Waffe, ne gute Schild und ein paar gute Wunde halt benutzen kann. Ähm, das ist so der Gedanke, also nicht wirklich highly specialized auf irgendwie Magie oder eine, eine nur Stärke oder Decks oder so. Also dementsprechend da, ähm, das kommt dann erst, wenn ich sowieso weiß, wo die Items sind, wie alles funktioniert, weil am Anfang weiß ich halt ja nix, wo irgendwas ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich mach jetzt Magie und hab keine Ahnung, wo irgendwie Magie ist oder umgekehrt. Dementsprechend so, dass ich halt ne breite Masse halt nutzen kann. Da war, wie gesagt, die Ausrüstung, glaube ich, drin, vom Kleriker oder so. Und hier ist das Großschwert des Getreuen. Okay, das ist auch neu. Was kann das denn? Großschwert des Getreuen. Standard Stich, Stampfer-Aufwärtsschnitt. Ist auch eine, ne ist nicht auch, sondern ist eine Stärkewaffe, während das andere dann eine Deckswaffe ist. Ähm, sieht aber schon fast eher so ein bisschen Richtung Anna-Talb-Händer aus. Okay. Kann man auch machen. Also, kann ich jetzt nicht tragen, aber... Der Flegel sieht lustig aus. Also, gerade mit Blutungsschaden. Ich glaube, Blutung, ähm, müssen wir nochmal testen, wie gut Blutung ist. Also, die ganzen Status-Effekte, aka, äh, vergiften Blutung und so, weil Status-Effekte sind manchmal halt ganz nice. Äh, Digital Foundry-Video zum Netzwerktest war 4K bei beiden Modi. Meistens nativ 4K bei Quality und bei Performance dynamisches 4K. Äh, du meinst jetzt auf der Playstation 5. Okay, ja gut, aber 1800p zu, äh, dann halt dynamischen 4K, das macht nicht wirklich viel Unterschied. Die Frage ist halt eher, ob halt sich das dann auch anders unterscheidet. Also, wie gesagt, äh, ne? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die halt genauso detailreich halt ist, die Playstation 4-Version. Weil, dann hätte es ja wirklich keinen Vorteil, eine Next-Gen-Konsole zu haben. Also, ich glaube schon, dass du halt da... Eieiei, immer dieses Nicht-Ducken, sondern direkt mal einen trinken. Nein, wir sind doch ein Glaubens-Klaus-Killer. Wir, wir, wir können nicht viel tragen. Ja, sag ich ja, also tatsächlich Gras und so. Da wirst du es dann halt eben merken. Da wirst du es halt merken. Naja, direkt fliegende Gegner. Großer Spaß, aber ich hab ein Schild. Soll ich vielleicht auch benutzen. Das war schnell. Okay, erster Tod tatsächlich. Gargoyles. Äh, letzter Ort der Gnade. Aha, keine Tipps im Ladebalken. Wird wahrscheinlich dann noch nachgepatcht werden. Loll. Tod. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade. Jaja, alle Runen, Kompass und Mobilschirmrand. Gibt uns unsere Sterbeposition. Okay, die Gargoyles waren tatsächlich, ähm... Aua. Die waren in der Beta ein bisschen einfacher. In der Regel, oder häufig ist es so, dass tatsächlich die Tests eher einfacher gebalanced werden. Und das Spiel dann leichter ist. Also bei den Gegnern hatte ich jetzt irgendwie, ähm... Den Eindruck, dass die schwieriger sind. Baum und Bestie Wappenrock. Okay. Ja, mal gucken. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen... Ist jetzt nicht bös gemeint. Äh, doch ist bös gemeint. Ich glaub nicht, dass FromSoftware das macht. Ich weiß es nicht, warum sie es nicht machen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber sie sind nun mal kein Meister der stabilen Klabotten. Ich glaube, Sekiro war das erste Spiel... ...was von der Performance okay war. Die anderen Spiele waren halt alle mit super kruden Frame-Pacing. Und hast du nicht gesehen. Also wie gesagt, das ist halt... Technisch ist halt nicht so FromSoftware Stärke. Ist aber so. Ist jetzt aber auch nicht mega schlimm. Ich mein, wie gesagt, ich bin groß geworden... ...ma, groß geworden. Mit 15 FPS in Chantstadt auf der Playstation 3. Und das hat mir trotzdem mega Spaß gemacht. Also dementsprechend... ...ja, ist halt so. Schön wäre es, wenn es anders wäre. Aber gut, wenn es jetzt halt nicht so ist... ...dann halt nicht, ne? Leben ist ja kein Wunschkonswert. So, den nochmal. Diese Gargoyles kommen wahrscheinlich bei Nacht... ...oder sind halt grundsätzlich da. Das weiß ich nicht. Echt? Also ich hatte eigentlich echt das Gefühl, dass Sekiro... ...oder verwechsel ich das mit der PC-Version von Sekiro... ...weil wir haben es ja auch auf dem PC gespielt. Das kann auch sein. Mag sein. Warte mal, jetzt hole ich mir aber erstmal ganz kurz meinen Lebenspopel zurück. Aber umso mehr zeigt es doch noch einmal, worauf es beim Spielen doch ankommt. Spaß, ja? Und den hatte ich mit 15 FPS in Chantstadt. Und wenn wir halt nur noch über die Technik reden... ...ja, das perfekte Spiel gibt es halt nicht. Das ist halt immer ein bisschen müßig, ne? Ich wollte es halt nur einmal anmerken. Ich werde jetzt deswegen nicht die PS-Version spielen. Außer wenn ich nochmal Platin machen will. Dann können wir die vielleicht doch nochmal spielen. Dann habe ich ja zweimal Platin. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Lol. Und auf der PS5 habe ich es auch nochmal gespielt. Stimmt. Das kann sein. Das glaubt, dass meine Erinnerung trügt, Sascha. Das ist richtig. Das ist prinzipiell richtig, Sascha. Und wir werden auch wieder wahnsinnigen Spaß mit Xenoblade 3 haben im September. Ja, also man sieht es ja auch, wie oft From Software in dieser Top 100 mittlerweile vertreten ist. From Software ist halt wie Nintendo. Die haben es halt einfach nicht nötig, ne? Weil die Spiele cool sind. So ein Ding ist das halt. Die anderen machen halt scheiß Spiele. Die müssen dann halt sagen, ja, ich habe 38K mit 150 FPS halt, damit die Scheiß halt besser aussieht. Hier ist halt egal, weil Spiel ist halt gut. Kann auch kacke aussehen. Also dementsprechend, die müssen halt nichts kaschieren. In irgendwelchen FPS oder hoher Auflösung oder so. Ei, ei, ei. Der Controller hatte ich tatsächlich nicht so Spaß auf der alten Konsole. Das hat sich für mich dann doch deutlich besser angefühlt auf der Playstation 5. Weil wegen, kann ich dir nicht sagen warum. Weil da war das Spielgefühl halt tatsächlich so wahrscheinlich, was sie mehr oder minder vermitteln wollten. Halt irgendwie super schnell und sehr flüssig und so. Keine Ahnung. Also das hat halt mir erst auf der PS5 halt Spaß gemacht. Das haben wir einfach vorgeschüttet. Ah! Das Bullet Time ist. Die habe ich nicht gesehen. Ey, die machen tatsächlich sogar wenig Schaden. Lol. Also im Gegensatz zu den Gargoyles gerade. Die waren halt, äh, aua. Habe ich jetzt eigentlich schon erst was genommen? Ne, okay. Okay. Will halt nicht das ganze Dorf pullen. So, jetzt haben wir noch den Hund und den Kommandanten. Aber eine Tarnanzeige gibt es glaube ich auch nicht, oder? Ja, das war der Trompeten-Johnny. Den müssen wir auf jeden Fall machen, sonst trompetet er. Der macht den Alarm. Gut, dass wir den auch gebacksteppt haben. Alter, das fühlt sich alles bei From Software so mächtig an. Holy shit, das ist halt so satisfying, da einfach irgendwas in die Gegner halt reinzustecken. Ich meine reinstecken ist ja per se schon satisfying, aber das ist halt so ultra satisfying mit den, mit den seit vor 20 Jahren patentierten From Software Sounds. Das ist halt einfach Next Level reinstecken. Alter. Räms. Ah, Hunde in Dark Souls. Willkommen. Ja, geht schon los. Geht schon los. Schon scheiße. Ja, geht schon los. Ja, die Töne sind wahrscheinlich Fanservice oder so, keine Ahnung. Der eine oder andere würde jetzt sagen, die heißt Sloppy, weil sie immer dasselbe nehmen. Ich finde es auch eher nice, weil es hat halt eben dann so einen Wiedererkennungswert, ne? Ist halt From Software, das ist halt so. Lanzen, 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 Mann, lass mich an die Lanze ran. Das ist halt weg. Da hätte ich sogar backstampen können. Da hätte ich vernichten von Gegnergruppen. Vernichtet ihr Gruppen von Gegnern, füllen sie eure Flaschen. Die Anzahl an der Art der gefüllten Flaschen variieren in der Gegnergruppe. Ihr könnt so viele Flaschen auffüllen, wie eure maximale Anzahl erlaubt. Dankeschön. Dankeschön. Ja, jetzt können wir uns das Ding angucken. Ja, jetzt können wir mal hier in jedes Zelt mal fix reingucken. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Aber ich finde halt nice, also was heißt nice? Ja, schon nice. Allerdings auch gleichzeitig doof. Ne, also dieser Struggle zwischen ich finde es nice und ich finde es doof. Ich finde es nice, dass sie im Gegensatz zum Netzwerktest die Items umpositioniert haben. Ich finde es kacke, dass sie im Gegensatz zum Netzwerktest die Items umpositioniert haben. Weil ich dachte, ich habe vielleicht einen Vorteil, weil ich irgendwo noch wüsste, wo die Items wären oder was es gab. Nein, es gibt jetzt leider komplett andere Items. Sprich, die Leute, die den Netzwerktest gespielt haben, sind nicht mehr im Vorteil. Klar, sie kennen vielleicht die Gegend, aber sie wissen nicht, was am Ende dafür rauskommt. Also dementsprechend sind wir jetzt nicht mehr so im Vorteil, außer dass wir halt vielleicht halt wissen, wo die ersten Landmarks sind, wo man halt Objekte finden kann. Welche man da findet, weiß ich jetzt nur allerdings auch nicht. Also das ist dann halt wieder auch für mich completely neu. So, jetzt holen wir uns die Karte, wo ich eben gehört habe, dass tatsächlich im gesamten Stresstest, an allen Tagen, in ungefähr 15 Stunden Stresstest, diese Karte Leute nicht gefunden haben. Und sich beschwert haben, dass die Karte bei denen so aussieht. True Story. Haben anscheinend Leute geschafft, die Karte nicht zu finden. Die Karte ist hier. Steht da auch. Also das finde ich dann halt eben auch lustig, dass man die halt nicht findet. Ich glaube, die ist sogar ein bisschen detailltreuer, die Karte. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass da eine Höhle ist und so. Nice. Hurra für Karte. Aber ich finde das nice, dass man die Karte hier halt auch erstmal finden muss. Ist halt nicht diese Ubisoft-Türmchen-Geschichte, sondern halt halt finde hier solche Stählen. Finde ich ganz nice. Finde ich ganz nice, dass du halt nicht sofort eine Karte halt irgendwie hast. Ich mag das halt so ein bisschen erkunden. Oh, gucken wir mal hier in den Bunker rein. Ich weiß gar nicht, was es hier gab. Eine Kiste. Praise the loot. Hinzufügen von Talenten. Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um eure Waffen neue Talente zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Alle vorigen Talente werden hierbei entfernt. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente. Einige Waffen verfügen einzigartige Talente und können keine neuen aufnehmen. Hinzufügen von Affinitäten. Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um eure Waffe Affinitäten zu verleihen. So könnt ihr Angriffsaffinität der Waffe ändern, ihre Attributskalierung verstärken und vieles mehr. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Affinitäten. Einige Waffen, wie die mit einzigartigen Talenten, können keine neue Affinitäten. Ja, ja, ist okay. Sturmstampfer. Ein Schleifmesser. Was war denn der Sturmstampfer? Und wo sehe ich das denn? Und der Johnny Pronto kommt mit Prime in den Club hinein. Johnny, da sage ich aber Pronto. Dankeschön dafür. Okay, jetzt wird es wahrscheinlich schon häufiger. Dankeschön für dein Prime Abo an der Stelle. Hilft natürlich bei dem, was ich hier mache. Sonst könnte ich es nicht machen. Dankeschön, Mann. Und viel Spaß natürlich mit den besten Maulwürfen. Und bei Elden Ring. Den werden wir die nächsten Wochen auf jeden Fall haben. Dankeschön, Mann. Ich weiß nicht, ob der Sturmstampfer halt ganz nice war. Das müssen wir irgendwann mal testen. Sei willkommen, mein Lieber. Dankeschön. So, das war, glaube ich, der Kaffee. Dann können wir uns da vorne noch das nächste Leuchtfeuer holen. Und da oben ist der nächste berittene Rittermann. Verlorene Gnade entdeckt. Am Ort der Gnade rasten. So, dann gucken wir mal doch unseren Stufenanstieg an. Zwei Punkte. Das macht, äh, Leben. Das macht Mana. Das macht Ausdauer. Gut, das macht Stärke. Schick. Weisheit. Glaube. Und Arkanenergie. Erstmal muss der große Balken rot werden. Weil sonst, äh, haben wir einen kleinen. Das kenne ich ja schon alles, Tanram. Das kenne ich ja schon alles. Wir haben ja Limgrave komplett im Netzwerktest durchgespielt. Von daher, das ist ja jetzt noch nichts Neues. Also nur neue Items. Weil die haben sie anders positioniert. Aber ansonsten ist das ja schon das, was ich halt gemacht habe. Okay, Pop-In ist ein Ding, sehe ich gerade. Da hat die Textur ein bisschen mal gedauert. Ist das das, was du Weapon-Arts genannt hast? Ja, da hießen sie doch in Dark Souls 3, Sascha. Also im Endeffekt ist es halt eine Weiterentwicklung der Weapon-Arts. Ja, ja, klar. Hm, warte mal, wie war das? So und so, ne? Ich darf nicht LR3 drücken, ne? Okay, links und rechts schlagen. Wir haben 239 Seelen. Ist jetzt nicht so viel, ne? Das ist das, was du? Ja. Das ist das. Okay, ballern kann er. Ballern kann er. Gefrorene Rosinen. Dann eine goldene Rune. Okay. Rosinen sind geil, oder? Ich mag auch Rosinen. Okay, das Pop-In ist aber doch ganz schön heftig, muss ich sagen. Achtet mal jetzt hier oben über meinen Kopf auf die jetzt noch oben graue Fläche. Also, als ob das Gras da verbrannt ist. Wenn ich jetzt näher gehe, wird es gleich grün. Weil das war jetzt hier bei der gesamten Fläche nämlich vorher, ja. Also das heißt, da ist halt doch wirklich ein auffallendes Pop-In. Wobei jetzt wird es tatsächlich doch nicht grün, aber naja gut, war gerade so. Keine Ahnung. Da zum Beispiel. Also gut, das Pop-In ist tatsächlich, äh, ist ein Ding. Holy shit. So, hier war das Fernrohr. Weißt du, magst keine Rosinen-Philogia? Rosinen sind super. Alles ist besser mit Rosinen. Benutze Gebiet der Adlung, um einen Vogel in die Ferne zu blicken und euch ein besseres Bild von eurem Ziel zu verschaffen. Habe ich schon gemacht. Das ist magisches Gras. Ja, wahrscheinlich, ey. Bestienleber. Die waren scheiße, weil ich irgendwie die immer Schaden bekommen habe. Der fällt gleich um, ey. Den Bauer getötet. Aber da gibt es halt erstmal wieder eine Estus für, wenn man hier die Bauern tötet. Das ist nice. Sehr geiles Konzept halt. Sehr geiles Konzept. Das gefällt mir mega gut. Äh, pausiert das Spiel eigentlich? Nee, ne. Das heißt, das pausiert natürlich wieder nicht, weil ich müsste pipi. Aber ich kann mich in der bestimmten Gebüsch stellen, ne. Da passiert dann nichts. So. Und einmal ducken und einmal ganz kurz pipi machen. Lauf nicht weg. Ich hole noch was zu trinken. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott, oh Gott, dieser Kampf, ey. Also wie gesagt, Beritterkampf ist noch für mich speziell, sage ich mal, ich muss mich zuerst daran gewöhnen. Aber gibt tatsächlich eine Estus wieder, wenn man den geschafft hat, das ist immerhin was Gutes. Ich brauche zwar eine Estus, aber ich kriege sie wieder, also von daher ist es okay. Ja, und ich glaube hier, wenn man nachts nochmal hinkommt, gibt es dann nochmal, ähm, einen anderen Ritter auf der Brücke. Oh, nochmal einen Schmiedestein. Genau, wir müssen auch gucken, ob die Oger die Schmiedesteine droppen. Ähm, kann natürlich sein, dass der Oger da oben die Schmiedesteine droppt. Dann müssen wir nämlich die Waffe aufwerten, aber ich weiß noch gar nicht, welche Waffe. Ah gut, ich habe ja noch keine gefunden, außer die eine, die ich jetzt habe. Achso, ich habe einen Gurkenmann. Weil die Oger haben die ja gedroppt halt. Oh Gott, da sind wieder die Oger. Naja, das wird lustig werden. Mal gucken, ob ich die überhaupt kaputt kriege. Da oben steht noch ein Wutschen und Wedelmann, sehe ich gerade. Ah, und ja, hier waren ja dann auch irgendwo, da kommt auch eine Karawane. Warte, hier passiert so viel, das Land ist so riesig. Doppelbackstab, doppel, 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 Krits. Lol. Ey, nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack. Fußsoldatenkappe und eine Estus. Geilste Mechanic ever, ey. Ich sag's euch, diese Krieg Estus, wenn du Leute tötest, ist mega gut. Mega gut. Du kannst dann einfach erkunden und musst halt nicht zurück zum Leuchtfeuer. Das ist so eine gute Mechanic. Ich liebe sie jetzt schon. Das hätte auch, was weiß ich, Bloodborne oder Sekiro. Ja, wobei, sie hatten sie ja in Maßen, aber nicht so kontrolliert. Also es ist im Endeffekt ja auch wieder eine Weiterentwicklung von einer Mechanic, die sie schon immer hatten. Aber jetzt halt eben noch mal genauer implementiert. Mega gut. Brauchst du bei so einem Open-World-Spiel, sonst hätte das Leuchtvoll-Konzept halt nicht funktioniert. Also wie gesagt, ey, Combat und Game Design technisch echte Meister bei From Software. Okay, was ist das da? Ein Spirit-Mensch. Oh, Sprössling. Süßer Sprössling des glorreichen Goldes. Ist eure Kristallträne gereift? Welche Kristallträne? Wovon redet er? Okay. Gute Person. Seltsame Person. Hätte ich erwartet, dass seltsame Person. Ja, komische Person. Alter Schwede, ey. Ah, er ist den Tröten-Klaus. Okay, jetzt bin ich sicher, ob ich Tröten-Klaus erwischt habe. Nee, Tröten-Klaus ist noch da. Goldene Rune. Ah, die ziehen weiter. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Geht eigentlich einer von euch Goldene, Federtierfuß. Äh, geht eigentlich einer von euch Karneval feiern? Also ich, ich nicht. Sag ich schon mal dazu. Also abgesehen davon, dass ich eh nicht so der Karnevalsmann bin, ähm, küsste halt immer zu viele andere Frauen und dann, 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 da kriegst du wieder Stress mit anderen Frauen. Also von daher Karneval, nee, lass mal. Also, aber abgesehen davon, dass jetzt auch noch Corona ist und so, ähm, auch nicht. Karneval fällt aus. Ja, bei mir auch. Muss Elden Ring spielen. Eh keine Zeit. Aber da müssen wir nämlich die jetzt erstmal erledigen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Weil die waren halt irgendwie eklig und ich hab jetzt noch keine... Oh. Oh. Scheiße, es ist Nacht geworden. In dem Moment ist der schwarze Ritter gespawnt. Gott, der auf seinem komischen Kaktonesross rumreitet. Ja, GG. Äh, tschüss. Ich bin weg. Tja, ja, danke. Der ist halt... Das war jetzt... Das war jetzt vielleicht sehr bad-bad-Timing. Äh, ich muss mich orientieren. Wo bin ich hier überhaupt? Okay, er ist weg. Das war jetzt ein bisschen sehr bad-bad-Timing. In dem Moment spott der komische schwarze Ritter auf der Brücke, von dem ich gerade auch erzählt habe. Lol. Ich hab Potman gefunden. Wo war der denn? Wo war der denn, Pothead-Mann? Oder war es der Baum? Ja. Wo war er immer mit dir reden, Gualum? Affenmann aus Sekiro. Oh. Some clods turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Hm. Lucky you came along, really. Oh. What a shame. When they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Ein Pilz. Nee, zehn Pilze. If you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right. But I'll need a moment. I'm... I'm frightened of them. So I have to gather myself. My knees start knocking. Just thinking about that godawful cave on the shore. And Patty. Und Berserkerberin sagt Julius Moin. Okay, das hat man. Also im Endeffekt gibt ihr quasi einen Hint, wo Items oder Höhlen sein können. Verstehe ich. Also das ist ein quasi Hintgeber. Warte mal. So, jetzt kommt der spannende Kampf gegen Rogertal 2. Diesmal vielleicht ohne Brücke. Ohne Brücken-Randalen, Mann. Die Taktik, würde ich sagen, war ganz okay. Dahinter ist jetzt noch der Ritter noch, oder? Ist der nachgespawnt? Weil da ist jetzt noch ein Ritter wieder mit dabei. Der da. Was dummes. Au. Okay. Das war Pferd down. Du kommst ja von dem nicht weg, ey. Holy shit, ey. Der berittene Kampf. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Das Zeichen des Todes ist da. Ja, das wollen wir uns erst mal zurück. Das liegt nämlich jetzt auf der Straße. Ein Glück haben wir jetzt tagsüber. Das heißt, ähm. Jetzt müsste der Brücken, äh, Knecht back sein. Sind natürlich jetzt alle anderen wieder da. Aber können wir ja ein bisschen üben. Die Früchte. Wird jetzt der Stefan auch schon runtergeladen und jetzt gleich am Zocken? Oder was machst du? Spielt denn jemand jetzt was anderes? Oder spielen jetzt, äh, ihr spielt doch jetzt auch alle Elden Ring, oder? Komm. Dann haben wir nochmal den Ritter-Mann. Und Lavenia mit Prime in den Club hinein. Dickes Dankeschön für den Support. Ich hoffe, du hast hier viel Spaß mit der Elden Ring die nächsten Tage, Wochen, Monate. Und natürlich mit den besten Maulwürfen auf ganz Twitch natürlich. Dankeschön. Okay, das war hier gerade schon mal besser hinbekommen. Und wieder Dankeschön für dein Prime Gaming. Oh, da habe ich meine, meine HP gar nicht mehr in dem Auge gehabt. Ich habe nur seine gesehen. Und Jaden sei gegrüßt. Du machst erst mal tatsächlich, ähm, Dings fertig, sagst du? Okay. Basis spielt natürlich auch. Oh man. Dankeschön, Lavenia. Dankeschön. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie lange wir halt brauchen, ähm, für, für Platin und alles andere. Weil, ich habe echt, das wird wahrscheinlich dauern. Aber es ist schön. Muss ja nicht alles immer schnell gehen. So, erst mal hier mein Leben holen. Echt, du bist schon so weit, Couchkartoffeln? Ja, krasser Scheiß. Nee, auch, äh, Dings wird uns noch lange übergleiten, äh, Horizon. Auch da bin ich ja noch super am Anfang. Auch das genieße ich ja quasi Stück für Stück. Weil es einfach auch ein fantastisches Spiel ist. So, jetzt kommt der wieder an. Drittener Kampf ist halt noch im Moment, ey. Weiß ich nicht. Wollen wir mich nicht mal dran gewöhnen. Man kann halt eben auch nicht blocken. Sind sogar noch PS3-Schinken. Ey, was hast du denn noch für Schinken auf der PS3, die du spielen willst? Also, ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Muss ich doch irgendwie einen Trick geben. Okay, da war ich gestunnt. Alter, Berittener Kampf ist halt richtig, 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 Möse. Nee, macht einfach... Achso, warte mal, wo ist denn mein... Oh Gott, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Mitten zwischen den Knechten. Also, Berittener Kampf... Weiß ich nicht. Das muss ich erstmal üben, glaube ich. Nein, 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 nein. Pff. Okay, machen wir mal so. Gucken, ob ich damit mehr Schaden mache. Also, nein, nicht mehr Schaden, sondern mehr, äh, Kontrolle habe. Okay, da ist er noch schneller. Okay, das war... Da war ich mit meinem Angriff zu optimistisch. Pferd ist gleich down von ihm. Okay, ich glaube, das ist sogar tatsächlich ein bisschen kontrollierter. Scheibe, Fleisch und Bestienleber, weil ich auch das Pferd, glaube ich, noch weggekloppelt habe. Okay, das geht ja sogar tatsächlich besser. Machen wir dann so, ne? Chat, würde ich sagen. Wie wir es machen, ist ja prinzipiell egal. Auch, es auch fällt um. Und Toffers Dream, sei auch gegrüßt. Moin. 50 Stunden, ne? Ich bin bei... Was hatten wir jetzt? 36 oder so hatten wir, ne? Der Puppenspieler, was und... Was? Saboteur? Wo hat er denn das 1 und 2? Saboteur, glaube ich, kenne ich vom Namen. Äh, ich hole mir mal ganz kurz hier vorne bei denen noch die Estus. Und der Salamilu ist mal wieder aufgewacht. Der Opfermodus ist heute nicht am Start. Sage grüßt. Wie geht's dir, Lu? Na, da kommt mein Estus. Genau, und Rennen fahren wir dann auch. Und alle Sage erinnern, genau. Und der Axial Insider grüßt. Moin. Moin. So. Na gut, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, wie wir erstmal hier diese Knecht-Rubrechte da machen können. Das ist die Frage, ist da jetzt noch so ein Berittener dabei? Warten wir jetzt. Geh nochmal kurz oben rum. Na, warte mal, ne, das wollte ich nicht. Ich will immer mit R3 schwinden auf dem Pferd. Da ist jetzt kein Reiter mehr dabei. Doppelbeckstab. Doppelbeckstab. So, Fußsoldatenkappe. So, Fußsoldatenkappe. So, jetzt das Ganze nochmal. Nur, dass jetzt wieder hoffentlich nicht die Nacht reinbricht. Die Nacht, in der wir bestiegen wurden. Dann sehen wir gleich schon vor Ort. Ja, wie der Winkler ist kacke, ne? Ich hau einfach dieses Armgelenk. Nein, mach einfach kein Gangnam Style. Einfach kein Gangnam Style, wobei der Kritschler sich nicht so viel Schaden gemacht hat eigentlich. Äh, warte mal, da ist noch so ein Pfosten nachgespawkt. Alter! Jetzt wieder umgehalten. Ich hab Angst, dass ich den Rechten hätte. Was jetzt passiert ist? Genau davor habe ich nämlich Angst gehabt. Da hinten ist nämlich noch ein Reiter. Na gut, dass wir jetzt nicht gelernt haben, wie wir die machen, sonst hätte ich jetzt... Ach, da kommt eine ganze Patrouille! Wo kommen die denn schon wieder her? Haben die kein Zuhause? Das war auch sehr fettes Ruder gefallen! Haha, okay! Ah Gott! So gut! Alter Finner! Alter Finner, ey! So, was ist denn jetzt mit denen? Wo kommen die her? Beschauen die das Känguru, oder was? Moment, ich muss die mal eben wegmachen, sonst habe ich hier gleich noch mehr Probleme, als ich jetzt schon habe. Zaubermann Wow Falschen Gelob Uff Dafür gab es keine Estus Achso, da lebt noch einer, deswegen Dafür gab es immer noch keine Estus Viel Estus Lol Leri, sei grüßen abend Äh, um 10 haben wir angefangen Eieiei Äh, wann das bei Steam auskommt, das kann ich nicht sagen Keine Ahnung, äh, Rakis, sei grüß gut Guten Abend Der hat mich schwer auf der Playstation und zur Verfügung gestellt von Bandai Ich hätte seit heute 16 Uhr spielen können Und einer ist da gegrüßt, guten Abend Ähm, so Also theoretisch müsste das da unten eigentlich der Letzte sein Wenn das, der jetzt ist, der zur Gruppe gehört Sonst weiß ich nicht Ich mach die mal eben In der Hoffnung, dass ich jetzt noch meine Estus wiederkriege Na, danke So, jetzt haben wir hier ein bisschen Platz und können die Karawane weitermachen Ist ja hier ein Alter, spawnen die nach? Habe ich die gerade nicht gemacht? Oder bin ich deswegen geschlafen? Ich hab keinen Schimmer mehr Na, ich mach die jetzt auch nochmal eben fix Und Igrim Dankeschön auch für Deinen Host Dude Okay, das hat sich jetzt nicht gelohnt Nicht im geringsten Na, ich drück zu schnell für den Crit Na gut, aber ich krieg nochmal eine Estus Wie geworden, so zerronnen Na, dann machen wir nochmal voll Und dann machen wir hier den Jetzt hab ich noch keine Estus mehr für nachher Aber ich kann mich noch heilen Ich hab noch nie dieses Wunder benutzt Mal gucken, wie ich das benutze Am Anfang ist er chillig Und am Ende dreht er frei Dann wird's natürlich wieder eklig Na ja, gucken wir mal Oh Ich mach mal lieber so, ne Ah Gut, am Anfang ist er auch nicht chillig Ist okay Habe ich verstanden Alter, was war das denn? So schlecht kannst du ja noch nicht mal ausweichen Holy shit Macht er das jetzt nochmal? Okay, das Bein ist vielleicht chilliger Sehr chillig Ja, ja, ich hab auch gemerkt Aber wir können mal die Wunder testen Ne, so nicht So halt Okay Aber ein bisschen heilen hier Mit dem Wundermann Und Ragnar sei auch gegrüßt Gute Nacht Guten Abend Chilliger Dude ist auch nur unschillig Hat er vielleicht gerade Seine Tage Und natürlich Was das Ganze Chilliger machen würde Wenn ihr das Ganze halt Mit Twitch Prime unterstützt, ne Weil Durch Amazon Prime Nahezu kostenlos Twitch Prime Wenn ihr das noch rumliegen habt Und alles wird viel chilliger hier Alternativ tun das Höre ich auch Ganz normales Hab's auch Ihren Zweck halt Um das hier zu beruhigen Wollte ich halt auch mal anmerken, ne Dann kann ich auch viel entspannter Und chilliger hier streamen Und der Dude wird vielleicht auch chilliger Und gleich sinkt er Der sinkt gleich I want to break free Und dann ist er Dann dreht er wieder frei Dann dreht er wieder frei Und der Schwammkopf Hat noch einen Prime gefunden Da sag ich dickes Dankeschön Für sieben Monate Genau Nicht rumliegen lassen Macht gleich viel chilliger, man Schwammkopf Dankeschön für den Support Und viel Spaß hier bei Der großen Elden Ring Und Horizon Reise, man Dankeschön Jetzt sinkt er ein I want to break free Ne, noch sinkt er nicht Okay Weil da wird er halt umgehalten Aber so richtig Jetzt Nein, noch nicht Der Kampf gegen die Uhr ist ein halber Bosskampf, ey Okay Okay, im Moment Nur ein Hit Okay, der war chilliger Hurra Achso, hinten war jetzt offen, ne War ja ein harter Kampf, du Für 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 Godzilla Sein Grüß, guten Abend Eine Großaxt Ui Toll Ja, was kann denn eine Großaxt Sehr viel Stärke haben wollen Mit 30 Holy shit, ey Ja Hat sich jetzt nicht so gelohnt Hat sich eher wenig gelohnt Muss ich sagen Naja Weiß man ja vorher noch nicht, ne Gucken wir mal nach da oben hin Mal gucken, ob da die Pflanze noch ist Hab jetzt leider keine Heilung mehr Deswegen würde ich die jetzt auch Vielleicht gar nicht machen Sondern erst mal ganz kurz Aber hier ist eine Marika Schator Ah, die Pflanze ist noch da Ich weiß noch, dass sie sich glaube ich Nicht gelohnt hat zu machen Also zumindest im Stress Test Nicht Da ist auf jeden Fall auch noch mal Eine ganze Karawane Die er entgegen römmelt Wollen wir mal testen Da ist kein Also nicht Ich hoffe, dass Zaubermänner bei Sind ja ein Zauberknecht Würde ich sagen Ist dabei Da ist was im Gebüsch Oh Gott, er hat getrötet Tröten ist nie gut Er trötet Er trötet Warum trötet er? Er trötet schon wieder Templates Attacke Auf geht's Schalke schießt ein Tor Okay Für ein Pferd Naja, okay Ich hab kein Pferd Keine Ach, da ist noch einer Will doch noch eine Estus haben Naja, da kommt meine Estus Drei Estus Nice Das ist doch mal richtig nice Der Mupfel, die Mupfel Ja, der war der Großbläser Kam zum Glück jetzt keiner an Weil ich hier halt hier schon ringsrum So ein bisschen alle eliminiert hatte Das heißt, jetzt können wir hier mal weiter gucken Wartet, hier so gibt's Weil hier war glaube ich Dann die Barrikade Na, da unten sind die Krabbis Da kommt dann auch gleich Die große Überraschung Na, warte mal Wir machen erstmal den Mupfelmann Ja, da kommt nämlich hier Käpt'n Schwungmasse Okay, er hatte vielleicht ein bisschen viel Poise gebufft Da lagen Okay, ich glaube wir snacken uns erstmal unsere Lebenspopel Na, ich will immer damit sprinten Glaubt, wir gehen dann erstmal ein bisschen Skillen und Seelen ausgeben Bad Chat Würde ich behaupten Alter, der kann reinknallen Was ist das? Ein Dunkelschmiedestall Okay Nehm ich wohl mit Gott, und dabei habe ich gerade die ganze schöne Karawane hier kaputt gemacht Oh Gott, mittendrin Ja, ist okay Ich verzieh mich schon Goodie Ja, warte mal Hier, die Urne will ich noch mitnehmen Wie viel haben wir? 5.000 Seelen haben wir Chat Also wir gehen mal Seelen ausgeben Ja, bevor wir jetzt in die weiten Wildernisse der Wildnisbehaftigkeit aufbrechen Ich überlege gerade, wo das nächste Leuchtfeuer war Müsste hier irgendwo gewesen sein Mehr Huhnenfragmente Äh, dann So, dann machen wir erstmal ein bisschen hier Level die, level die Mh, Stufenanstieg Wie viel Level haben wir denn? Oh, da sind ja schon mal schöne Level hier Erstmal Ins Leben Alter Schwede Ist aber glaube ich in der Ähm Im Stresstest auch deutlich schneller gewesen Das Leben Also nicht das Leben Das Skillen Also der Balken ist deutlich höher geworden Muss ich sagen Also dafür, dass ich jetzt halt schon Ein paar Punkte reingesteckt hab Ist halt nicht merklich gewachsen Na gut, er war auch am Anfang sehr klein So Das heißt, wir haben geskillt Wir haben noch 15 Äh, ne, 500 Ah, wir können die Asche mal einstimmen Stopp, 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 stopp Asche einstimmen Und, ähm Äh, hier mal die anderen Dinge Wie geht das denn? Müssen wir mal gucken Oder geht das nur, ähm, Flaschen? Flaschenaufladung Hinzufügen Nicht genug goldene Saat Okay, Flasche verstärken Mit heiligen Tränen Haben wir auch noch nicht Okay Äh, Zauberland, Ruhe, Kriegsasche Mit der Kriegsasche Menü könnt ihr Kriegsasche Anorten der Gnade benutzen Um eure Waffen Neue Talente und Affinitäten Zu verleihen Eine Waffe kann nur ein Talent Ja, das hatten wir ja schon gelesen Äh, was haben wir denn hier? Werte Werte ich Geht eine höhere Skalierung Noch über Decks, ne? Also da sind wir bei 117 Und jetzt sind wir bei 103 Und, äh, Entschuldigung 120, 130 Was macht das Ding? Okay, was macht das jetzt? Okay, ich weiß jetzt natürlich Noch nicht, was es macht Meine Waffe leuchtet dann Wertig Sturmstampfer Eines der Talente Die ihre Macht aus den Stürmen Von Sturmschleier bezieht Stampft hart auf den Boden Um einen kurzen Sturm zu entfesseln Okay Warte mal Dann tausche ich die nochmal Äh Ah, Mann, ey Mach doch nicht immer Um diese Dinger hier Irgendwas drum Das Nervt Lass das Äh Kriegsasche Jetzt kann ich dann auch nochmal Von der anderen, glaube ich, lesen Eiserner Wille Ein Talent der Ritter Halte eure Waffe vor Im Gesicht zu sammeln Eure Entschlossenheit Um euren nächsten Angriff Zu verstärken Nur verzeih Ah, okay Das ist ein Angriff Okay Was macht das jetzt hier? Müssten wir mal testen Wie viel Schaden das macht, ne? Und Mr. Helalider Schaut mal wieder rein Sei gegrüßt Guten Abend Na, wie geht's dir? Schon ewig nicht mehr gesehen So Und natürlich dann auch viel Spaß beim Eldenringen Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel Schaden jetzt dieses Dings hier macht Nur dumm, dass man da die Waffe mal zweierlich vertragen muss Wow Okay, also das fühle ich jetzt auch nicht so Fühle ich jetzt nicht so Also die beiden Kriegsaschen sind halt im Moment tatsächlich noch damals wie die Gimmicky Wappenarts Und Pasi, komm gut ins Bett, schlaf gut, bis morgen Also das Ding fühle ich auch neust Muss ich sagen Äh Also können wir die erstmal reinmachen Okay Alles klar Dann ist die Frage Wir haben noch keine Kriegsaschen, ne? Oder die heißen offiziell Kriegsaschen jetzt hier, ne? Ich meinte halt diese Summons Äh Das waren die Kriegsaschen Dann meine ich die anderen Diese, weißt du schon Na egal Okay Ähm Wir können mal da oben gucken Ob der Schatz droppt Aber der Ogre ist halt ziemlich räudig Ähm Weil dann können wir gucken, ob wir die Waffe direkt aufhören Okay, diese Taste ist halt anders wild Und in Zukunft, sei auch ihr gewiss Moin Ganz viel am Arbeiten Ja Das ist wenigstens etwas Dann hast du ja auch wahrscheinlich Zumindestens ganz viel Geld Mal schauen, ob ich das denn jetzt pullen kann Also noch keine wirkliche Waffe Kein Kein irgendwas Okay Ja, ich bin mal gespannt Ob ich den Ogre platt kriege Und ob der dann halt auch Charts droppt Ow Ow Okay Also er kommt deutlich schneller durch diese Tür Als er das damals gekommen ist Ich bin mal gespannt, ob ich das das macht jetzt nicht so viel Schaden irgendwie also vom abfarmen kann man noch nicht sprechen klar war für nicht aufgewertet nix gemacht aber schneller wäre besser und er droppt einfach gar nichts ja gut ja gut das ist jetzt enttäuschend das war enttäuschend okay gibt halt ein paar seelen aber keine zu ja das ist klar man hat halt immer nur irgendwas mit der das ist halt normal das ist halt normal irgendwas ist ja auch immer okay also hier können wir auf jeden fall schon mal nicht hier oben ist sogar eine höhe sehe ich gerade können halt nicht alles haben anscheinend im leben die heinhöhle habe ich gefunden dann gucken wir uns die heinhöhle mal an okay level absen kann ich schon nicht mehr also brauche ich erstmal ein bisschen was erste boss time in der höhle chat dungeon ich sehe wolfies ne menge wolfies und wolfie sieht mich okay zwei wolfies nochmal weg schwieriger wolf schwieriger wolf hier die bestienknochen noch ein wolf wow arschloch gesprungener topf ich glaube das ist eine wurfwaffe ne so eine granate für die renate dungeon und wolfies das neue konzept die habe ich nicht gesehen die habe ich nicht gesehen weil literally dunkel hier in diesem puff ein glühstein eine goldene rune silbernes glühwürmchen oh viele silberne glühwürmchen wahrscheinlich wahrscheinlich nix ich will die ganze zeit mit viereck ducken und das estus trinken das ist viel schlimmer und sprinten will ich auch mit anderen tasten irgendwie und scannen will ich auch ah das ist nicht nur ein das ist das souls game von den machern der souls games yes sir in zu hohen okay also wir haben eine menge wölfe und dann einen weg alles klar check okay ich hab noch nix chat ne oh ach das ist moos lol okay höhlenmoos das hätte ich da vorne auch sammeln können ich dachte das wäre gift deswegen bin ich nicht reingegangen weil zu grün war warte mal hier oben war das nämlich auch oder hier unten irgendwo da dachte ich nämlich da gehe ich lieber mal nicht rein okay wir haben nix ne auch glaube ich nix zu verlieren das heißt wir können theoretisch na gut wir haben 2300 da wäre noch ein level ab wir können noch ein level ab machen und dann einfach quasi nochmal die wölfe killen und ähm dann halt boss time oh ist aber wirklich dunkel hier ne ich hoffe da drin ist es ein bisschen heller ich weiß nicht mehr was drin ist kann mich nicht dran erinnern und die frage ist ob wir jetzt einfach durchgehen können also bis auf den einen okay na dann let's come in and find out boss time in the axles liebe freunde ähm ich hab keine ahnung wir sind undergeared underleveled und underequipped und wir gucken was passiert bestie mensch von faro mazula boss time in the axles liebe freunde aber halt sollte ich nicht tun kommen in die mebeck halt Kam ich nicht mehr weg? Okay, ab und zu kann er knüppeln. Ich hoffe, der hätte jetzt keine Wölfe angerufen. Alter, das ist so der Dancer-Move. I'm your private dancer. Das ist halt wirklich so Dancer. Das ist halt wirklich so. Flammen-Drachen-Talisman. Und wenn einem so viel Gutes widerfährt, ist ein First-Try auch ein kleines Helljärchen-Wert. So, was haben wir denn bekommen? Einen Talisman. Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden. Ja, puh. Wie viel macht jetzt eigentlich der Talisman? 30? Knapp 30 Leben, ne? Den ich jetzt drin hab. Puh, naja, später dann. Nicht erstmal. Gut, danke für Feuerresistenz, I guess. Und danke für GG. Ich spiel beides auf hier mehr, mehr FPS und so. Der neue Slash spielt FPS. Nur keine Shooter. Und, äh, Seelen gab's jetzt auch nicht so viele. Bin ich da noch Loot? Ja, ne? Achso, zum Eingang zurückkehren. Ja, lol. Ne, ist kein Loot. Haha. Geil. So groß ist der Dungeon jetzt auch nicht. Ja gut, Mini-Dungeon mit Mini-Boss. War okay. War meine Kragenweite. So. Ah, ja, Schatzi. Moment, kurz AFK. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 signing offtitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe keine Heilung mehr. Also man muss sagen, die Wölfe tanken doch ganz gut. Oh, hätte ich es nicht sagen sollen. Naja, unaufgewertete Waffe halt, merkst du halt, krass. Okay. Holy shit, ey. Schon fast tot. Definitiv SGD. Definitiv. Oh, Mann, nein. Krass. Ja gut, das waren jetzt 125 Seelen. Ne, da würde ich auf jeden Fall gerne erstmal eine Waffe haben und aufwerten. Aufwerten und Zeug und Bedöns. So, Mountie Mount. Und bin ich gestorben, ne? So, dann gucken wir uns hier mal weiter um. Und da haben wir ja angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wo die ganzen Höhlen waren. Also diese Minigun sind es. Also irgendwie kam man da dann auch noch irgendwo hin. Ich weiß es nur nicht mehr. Ja, wir hatten eine Chance und haben sie nicht genutzt, quasi. Diese Gargoyles waren auch kacke gerade, ne? Alter Schwede, hier tatsächlich alle Höhlen zu finden, wird halt anders wild. Ja, da runter konnten wir zum Strand ja letztendlich irgendwie auch noch. Was? Okay. Nix. Oh, Schildkröte. Die arme Schildkröte. Einfach verzeihauen. Alter ey. Das ist doch wieder ewig. Schildkröte. falsch. Okay. Hier war, glaube ich, irgendwo noch ein Dungeon. Hier waren zwei Dungeons, wenn ich mich richtig dran erinnere. War ja schon mal der erste Eingang. Oh, nein. Will den Fellhund. Und der Theos schaut rein. Dankeschön für dein 48. Monats Prime Sub Ding. Sind ganze vier Jahre da, sage ich. Diekes Dankeschön für ganze komplette vier. Dankeschön. Und natürlich hier auch viel Spaß bei Elden Ringsen. Okay, wir gucken erstmal in den Dungeon hier rein. Okay, da ist der Samurai. Den finde ich, glaube ich, auch ganz cool, muss ich sagen. Diesen Samurai. Dünne Westchenknochen. Oh, da ist sogar noch eine Ratte. Und der Theos haut noch mal ein paar Geschenkabos raus. Theos, Dankeschön für den Support, mein Lieber. Dankeschön. Und natürlich geht es halt an die, die es erwischt hat. Viel Spaß mit dem besten Maulwürf, mein Theos. Dankeschön für die Unterstützung. Dankeschön. Steinschwertschlüssel. Okay. Ah, ist das das, was wir brauchten für diese Statue oben? Ja, ne? Das hieß, glaube ich, so. Wollte eine Hune. Okay, gucken wir erstmal hier rein, ne? Eins nach dem anderen. Hier die Übersicht zu behalten, wird, glaube ich, anders wild. Da unten ist auch eine Höhle. Da war er aber noch nicht drin. Das war jetzt, glaube ich, die Kirche und da oben die Hainhöhle. Also, so viele Höhlen. Huf hier ein. Ah, die war nicht unschuldig. Die war nicht unschuldig. Die war voll schuldig, aber das SGD. Die Schäle finden. Na, ich muss die Schäle finden. Okay, hier sind auf jeden Fall ein paar Ratten drin. Wollte eine Hune. Ich habe immer Angst, dass die mich vergiften oder verseuchen. Die Schäle. Musst du Spiel spielen und gucken mit Augen, dann findest du Karte. Kostenlose Karte nicht drin im Spiel. Okay, noch eine Ratte. Aber ich bin froh, dass sie die Waffenhaltbarkeit auch weggelassen haben. Ja, quasi. Nur, dass es halt keine Aussichtspunkte sind, sondern Stehlen. Genau. Und nichts darauf hindeutet, außer gucken. Das ganze Spiel ist gucken, weil eigentlich nichts hier offensichtlich ist. Alles ist versteckt. Also das heißt, es gibt halt tatsächlich keine Punkte, die dir sagen, da ist eine Quest ein Fragezeichen oder irgendwas. Sondern eher, das könnte hier eine Höhle sein. Musst du hingehen und gucken, ob das eine ist? Im Zweifel ja. Komm ich jetzt eigentlich weiter? Nee, tatsächlich nicht, ey. Das ist wirklich das Tutorialgebiet, ey. Und man sieht noch nicht, wie groß die Welt ist. Krasser Scheiß. Bin ja auch gespannt drauf. Also das ist halt vielleicht eine Umgewöhnung für viele Leute, die halt mittlerweile halt die klassischen Ubisoft-Open-World-Spieler halt spielen. Wo du halt mit Markern zugeballert wirst. Nee, hier halt nicht. Also das heißt, du kannst dir halt selber Marker setzen. Aber alles andere, ja, musst du halt gucken gehen. Das finde ich halt nice. Ist halt mehr wie Breath of the Wild. Was? Gefangen in der... ...Transporterfalle? Wat? Was ist passiert? Das ist neu. Ha! Hilfe! Ei, 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 ei. Okay, das ist neu. What happened? Wo komme ich raus? Ha! Kristalltunnel von Celia. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Alter Schwede, die Mobs aus Demon's Souls haben irgendwie einen LED Bohrer bekommen. Früher haben sie noch mit Spitzakern diese Scheiße abgebaut, jetzt mit LED-Lasern. Nun. Gravitationsfächer. Gravitationsbrocken. Wat? Und VIP Alex, sei gegrüßt. Was habe ich bekommen? Verbraucht Fokuspunkte, erzeugt eine fächerförmige Gravitationsschockwelle. Wow, die erinnert mich total an Sekiro. Verbraucht, er schafft ein Zielort eine Gravitationsexplosion. Lol. Ja, Modernisierung kickt rein. Ähm. Ich habe ein bisschen Angst, Chat. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Also das gab es auch schon nicht in der... Null. Geile Scheiße, ich bin komplett lost. Wo bin ich? Und warum bin ich? Ah! Und warum schießt es auf mich? Und wer? Ah! 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 Was zur Hölle! Wo, wo, was, wie, warum? Hä? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Plötzlich war ich da. Und ich weiß nicht wieder, wie ich da hinkomme. Transporterfalle. Und du kommst doch nicht mal weg. Ja, geile Scheiße. Es ist wie, ähm... Bloodborne. Wo du plötzlich entführt wirst und dann woanders wirst und nie wieder wegkommst. Geile Scheiße, ey. Leck mich fett. Ja, ich drücke natürlich die falsche Taste, weil ich mich ducken will. Also es war, glaube ich, der Sniper... Der darf, würde ich sagen. Aber ich bin nicht sicher. Weil die anderen sahen jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, als ob sie mir wehtun wollen. Aber wie gesagt, ich habe keinen Schimmer. Aber hier sterben anscheinend echt super viele Leute. Ah, nee. Hier oben drauf. Hier habe ich gar nicht gesehen. Hier oben drauf steht noch eine. Aber die Frage ist, wie komme ich da dran? Das ist eher die Frage, weil ich habe keinen Schimmer, wie ich an den rankomme. Es sind halt die beiden, die halt schießen. Aber das Problem ist, ich habe keinen Schimmer, wie ich da hinkomme. Also zu dem würde ich ja vielleicht noch hinkommen. Aber zu dem da oben halt nicht. Kann ich hier mein Pferd beschwören? Nee, natürlich nicht. Okay, hier ist zu. Alter, haben die viel Leben. Alter. Alter. Mein Tipp. Lasst euch nicht in diese Höhle verschleppen. Die Scheiße. Oh, ich komme hier nicht rum. Hier oben. LED kickt. LED kickt hart rein. Okay, die sind jetzt dann ehrlich gesagt zwar hart, nervig, aber nicht so schlimm. Okay, hier komme ich nicht durch. Okay. Okay. Ich habe keinen Schirm, wo ich bin. Und die Snipern aus der Unterwelt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich glaube, da war eine Marika-Statue. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da spawne. Krass. Heftiges Gebiet. Ich muss mal auf die Karte gucken, wo ich bin. Ladezeiten sind ein bisschen lang, muss ich sagen. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Achso, ich bin da oben, Chat. Ist okay. Ich bin einfach mal komplett nach da geportet worden. Wahrscheinlich ins Gebiet für Stufe 1000. Und ich komme hier halt nicht weg, ne? Das ist geil. Das ist ja noch eine. Runenbogen. Okay. Ich sammle mal ganz kurz hier alles ein, was ich finde. Und dann, äh, glaube ich, gehen wir. Und Sascha, sei gerüßt. Moin. Ich habe eine Runenbogen bekommen. Was macht der denn? Krass, das haben mir jetzt diese Ladezeiten schon lang vorkommen, ne? Wie schnell man sich halt an so fixe Ladezeiten gewöhnt. Lol. Oh Mann, ey. Gewährt bei Verwendung den Segen eines, einer ausgerüsteten großen Rune. Ein Fragment des zertrümmerten Eldenrings. Gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Auch wenn ihr ihre große Rune ausgerüstet habt, erhöht ihr auf Verwendung leichter oder max. LP. Angeblich erhält der, äh, der untere Bogen des Eldenrings seinen Segen. Und diese Fragmente stammen von einem wie jener Bögen. Ich habe keine Ahnung, ey. Was, gerade voraus? Gnade, achso. Eldenringenfotospiel zu Ende. Ja, so sieht es aus. So sieht es aus. Und Payless, danke dir auch nochmal für die Rune heute, Mann. Komm, gutes Wett, bis morgen. Schlafen Sie gut. Ich kann ja jetzt aber auch nicht porten, oder? Ne, also ist ja alles ausgeraucht. Okay, ich habe ein Leuchtfeuer gefunden. Aber ich glaube, ich kann trotzdem nicht porten. Weil in Dungeons geht das halt nicht. Krass. Fäulnisfett. Na, ich habe den Ausgang gefunden. Ich habe vielleicht einfach ein Gebiet geskippt. Okay, wir leben in das Scheiß-Tutorial-Gebiet. Wir skippen einfach das Tutorial-Gebiet und gehen komplett erstmal in Bloodborne-Land. Loll. Ich könnte jetzt aber wegreisen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Korallen-Land, Bloodborne-Land. Ich weiß es nicht. Ich war hier noch nie. Ich sollte hier auch vielleicht nicht sein. Macht auf jeden Fall Gift. Oder Säure. Oder Korrosion. Alter, das Land ist voll mit diesen riesen Pilzen-Mop-Mopeds. Gibt es hier auch kleine Gegner? Ich sehe hier so eine Spur. Da unten. Sumpf von Aronia. Natürlich, ich habe den Sumpf gefunden. Was mag mir, Saki? Sümpfe. Natürlich mag er Sümpfe. Das Ding zu treffen ist ja gar nicht mal so leicht. Das macht hier so eine komische U-Bewegung oder Acht-Bewegung. Das kommt halt wieder, glaube ich. Natürlich gibt es im Gift so ein Waffe vergiften. Miyazaki, ich hasse dich. Ich hasse dich einfach. Oh Gott, ey. Ja, Plan B mit Waffe vergiften. Ist natürlich in diesem Gebiet wahrscheinlich nicht funktionabel, weil alles sowieso giftig ist. Macht das hier Gift? Ja, natürlich, natürlich macht hier alles Gift. Was habe ich hier auch erwartet? Was frage ich auch überhaupt? Vergift das eigentlich mein Pferd? Ach, Gift-Sumpf ist gar nicht schlimm. Wir haben ein Pferd. Siehste mal. Wir machen es einfach mit dem Pferd. Ich habe den zweiten Elden Ring gefunden. Hm. Interessant. Wie viele Elden Rings gibt es denn? Ei, 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 ei. Ja. Das ist die Stähle. Wobei, lustigerweise, jetzt sieht es ja sogar dann Ivan Moose. Man erkennt ja sogar, wo die Stähle ist. Können wir uns theoretisch holen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Ich müsste eigentlich nur noch da. Ähm, okay. Wobei nur noch da ist vielleicht ein Problem, weil da so eine Wand im Weg ist. Wie komme ich denn an dieser Wand vorbei? Hm. Warum hängt da oben einen Totenkopf? Also manchmal sind die alle ziemlich krank, kann das sein? Okay, wir lassen das ja erstmal hier mit dieser Stähle. Ich sammle mal ein, was ich hier so sehe. Und dann gehen wir wieder zurück, ey. Hier wollte ich nämlich gar nicht sein. Ist das schon noch ein Leuchtfeier? Oh, noch ein Leuchtfeuer. Also gleich kommen wir hier hoch. Selja, Stadt der Zauberer. Ist klar. Wohl soo hart sind die Gicke? Ich bin da jetzt hier wiederum nicht. Okay, hätte ich nicht sagen sollen, ne? Knattern halt nur ein bisschen viel. Ich bin... Au! Ich bin plötzlich in Bloodborne. Okay. Das hätte ich nicht sagen sollen. Holy shit, ey. Alter Finne, ey. Was ist denn das? Wie krass ist das? Wo war denn Marikas Pfahl? Weiß ich gar nicht, wo der war. Tarnhäuschen. Traum. Ja, mit einem Giftsumpf. Kommt dich nie einer besuchen. Alter, ich bin so lost, Leute. Kannst dir gar nicht vorstellen. Bin ich jetzt immer noch in dieser Stadt? Ich bin da vorne, aber auf einer anderen Seite wahrscheinlich. Ich hab keinen Schimmer. Auf jeden Fall ungemütlich hier. Okay. Ich porte mich mal zurück. Wir waren bei den von Drachen verbrannten Ruinen. Ja. Eigentlich will ich da ja weiter erkunden, bevor ich jetzt hier in dem Gebiet weitermache. Lol. Höhle des Wissens. Da waren wir... Waren wir da? Wo war denn die Höhle des Wissens? Was haben wir denn in der Höhle des Wissens gemacht? Warum kriege ich jetzt nochmal... Ach so. Das ist das Startgebiet. Okay, das erklärt's. Ich hab mich gerade gefragt, warum krieg ich jetzt nochmal die Tutorials? Ja, lol. Ich kann jetzt leider hier drin... Doch, hier drin kann ich bohren. Also das ist das Startgebiet. Ich bin auch ein bisschen dumm. Ja, wir gucken da ja auch irgendwann weiter. Aber wir haben ja komplett das erste Gebiet... Also das Gebiet dazwischen geskippt, um hier zu landen. Also wir können ja jederzeit dann auch mal hin porten, wenn wir ein bisschen Lostheit haben wollen. Aber ich wollte eigentlich hier zu den Drachen verbrannten Ruinen. Also von daher gehen wir nach da. Setzen wir mal kurz nach da. Und äh... Gucken wir mal, wo es da weitergeht. Ich will ja hier ein bisschen weiter erkunden. Und nicht halt direkt mit dem schwersten Scheiß anfangen. Wir können mal gucken, ob ich jetzt tatsächlich Giftwaffe ausrüsten kann. Oder ob das ein Zauber war. Hi. Okay. 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 Du hast den Mettel, um diesen langen und arduenden Weg zu erreichen. Es scheint, dass meine Sorgen nicht gefunden wurden. Torrent hatte deine Begründung aus dem Beginn, während ich nur mitgebracht habe. Es gibt nur eine andere Sache, die ich für euch geholfen kann. Ich kann dich in der Roundtable Hallen holen. Ein Ort von Tarnisch-Champions. Guided by Grace. Sehr gut. Lass meine Hand auf dir aufzunehmen. Nur einen Moment. Was passiert hier alles, Chat? Jetzt werde ich schon wieder weggeportet. Tafelrundenfest. Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? In der Tafelrundenfest versammelt sich Verfleckte, die der führenden Hand der Gnade folgen. Ein uralter Friedenspakt untersagt sämtliche Kämpfer an diesem Ort. Das Symbol der Tafelrundenfeste zeigt, dass dieser Frieden noch hält. Die Tafelrundenfesten befinden sich außerhalb dieser Welt. Sie kann nur über Orte der Gnade erreicht werden und über die Karte. Ja, jetzt bin ich ein Ritter oder so. Ritter der Tafelrunde. Ritter der Tafelrundenfest. Sehr gut. Als Ihr Senior, ich bitte Sie willkommen. Es ist sicher hier. Sie können Sie aufzunehmen, Ihre Gart. Ich bin ein Wort von dir, als Senior. Du bist ein besonderer der Rundtablen. Nichts mehr. Ein Hausgast. Noch um ihre Beobachtung. Erinnerst du deinem Ort, Neukommer. Es gibt nichts mehr zu sagen. Du bist auf deinem Leisern. Es gibt nichts mehr. Okay. Ich hab keine Ahnung was hier gerade passiert, Chad. Achso, okay. Ein bisschen anderer Dialog. Tafel der Gnade ist hier unten tatsächlich. Da können wir anscheinend jederzeit halt hin. Okay, also wir entdecken nicht mal das Startgebiet, aber haben hier schon das Multiversum und das Endgame gefunden oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer schaffe, Chad. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich glaube nicht, wir haben uns mit uns. Ich bin ein D. Ich schaue die Menschen, die in der Möge leben, und sie ihre Möge leben. Ich schaue meine Warnung. Die Menschen, die in der Möge leben, sollten sie sich selbst bleiben. Okay. 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 Aha. Okay. Oder ist das sowas wie der Firelink-Schrein? Also, oder irgendein Hub, wo man halt immer wieder zurück kann? So mit Lehrern, wo die hinkommen? Ah. Okay. Dringende Heilung. Heilung. Gegengift. Magiefestigung. Erhöht die Feuerschadenresistenz. Eine Schockwelle, die die Gegner wegstößt. Geht in Flammen auf. Also Pyromancy. Und schleudert einen tosenden Feuerwall. Okay. Ist jetzt nix so dabei, wo ich halt sage, brauche ich ad hoc. Aber gut zu wissen, dass hier so ein Lehrer drin ist. Und ich habe irgendwie Gebet bekommen. Oh. Interessante Scheiße hier. Und hier komme ich wieder raus? Ah, ne. Ist öffnen. Okay. Wir lassen die Tür mal zu und gucken erstmal, was ich hier noch machen kann. Erstmal tanze ich jetzt auf den Tisch. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier schon wieder alles passiert. Das ist so lustig. Na gut. Gucken wir uns mal um. Wir fangen links hiervon an. Also hier. Eigentlich will die Nachricht nicht lesen. Woher soll ich den eigentlich ansprechen? Okay. Den kann ich nicht ansprechen. Okay. Den kann ich nicht ansprechen. Den kann ich nicht ansprechen. Okay. Das ist der Leiter. Hurra für Leiter. Aber gut. Die Leiter hat nirgendwo hin. Alter. Was stimmt denn mit Miyazaki nicht? Okay. Runenbogen. Verbrauchsgut. Gewerbt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Ich weiß ja nicht mal, was Runen sind. Er bittet bei Invasion die Hilfe eines Jägers. Antwortet auf Hilfe Rufe eines Jägers. Er erhöht die Anzahl der magischen Speicherplätze. Ah, hier gibt es wirklich die Wichtziegel an Statuen. Genau. Da haben wir ja schon einen von bekommen. Oder habe ich schon drei Millimeter? Nein, einen. Okay. Dolch. Langschmert. Rapier. Krummsäbel. Streitachst. Drei Kolben. Kurzer Speer. Langbogen. Habe ich schon. Habe ich schon. Dreieckschild. Ritterrüstung. Trickschwiegel des Krummfingers. Nehm Gestalt als Wirt der Finger an. Nehm Gestalt als Gaste an. Holy shit. Was es hier alles gibt, ey? Ist es wieder Degen Master Race? Weiß ich nicht. Aufschließender Stoß. Duell. Schnellschritt. Wirbelhieb. Wilde Schläge. Tritt. Aufschließender Stoß. Mächtiger Schuss. Okay, aber ist immer noch nicht so irgendwas dabei, weil ich halt hier gerade so super feiere, muss ich sagen. Ähm. Ja. Gut. Später. Also hier kann man auch. Was ist denn eine Klangperle? Keine Klangperle. Okay. Also hier ist nochmal ein Händler. Okay. Oh, das hat's doch gut gemacht. Okay, da unten sind auf jeden Fall sehr viele toten Menschen. Ich hab den Schmied gefunden. Hahahaha. Der ist auch in jedem Spiel drin, der arme Schmied. Der wird schon immer älter und ist schon teuerlich immer foult. Armer Schmied. Du bist ein neues Gesicht. Kein Problem. Es ist alles gleich. Lass deine Arme aus. Lass uns smithen. Okay, hier können wir tatsächlich weiter verschmieden, würde ich einfach mal behaupten. Ähm. Kriegsasche. Kriegsasche duplizieren. Und da brauche ich irgendwie so eine verlorene Kriegsasche, die ich noch nicht habe. Verkaufen über die Ketten an eurem Bein. Hab ich gar nicht gesehen. Der muss bald in Rente der Arme drehen. Ja. Ja. Ich hab mich nicht mehr in den Rente. Ich habe keine Angelegenheit für dich. Ich bin ein Prismer, keine Angelegenheit für dich. Ich bin ein Prismer, keine Angelegenheit für dich. Außerdem, ich bin nicht schmieden. Ich bin auch ein Prismer. Bein zu meinen Veränderungen, die Weapons werden stärker immer stärker. Selbst Zeit. Technik, die nie verlieren. Besonders, es hilft mir zu vergessen. Die echte Terror von ihr. Okay, kaufen kann ich aber nichts. Okay, also haben wir auch ein Schmied hier. Oh, ein Schlafzimmer mit einer Frau drin. Ja, 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 ja. Nein! Ja, ja, ich bin für alle heiligen Akte. Fühlt sich gut? Du bist ... sehr warm. Was du in dir in dir gefühlt fühlst, war eine Baldekin-Blesschung. Obwohl es nur eine fliegende Sache ist, bin ich Angst. Komm zurück zu mir, ob du einen anderen brauchst. Ich werde dich in meinen Armen nehmen, so oft wie du brauchst. Ich habe das Gefühl, hier kommen wir häufiger hin, chat. Ich bin froh, dass du wiedersehen. Du möchtest, dass ich dich wiederholt? Du möchtest, dass ich dich noch einmal wiederholt? Die Schlafzimmer ist immer noch eine Flamme in deinem Knie. Du möchtest, dass du dich noch nicht mehr beherrschst? Ich bin froh, dass du dich noch nicht mehr beherrschst. Ich bin froh, dass du dich noch nicht mehr beherrschst. Du bist ... sehr warm. Du bist ... sehr warm. Ich bin froh, dass du dich auch nicht mehr beherrschst. Du bist, wo du bist, der categorial Mensch in righteousness ist. Dich kommt nach dem Gewalt und Lief-TYeah-M Teufel. Dr. Die Volver ist ein Gewalt. Kann ihm auch noch ein Chance auf sich sein. Zu tun ist das Ziel von meiner Begründung. Aber bevor ich die Kehr und énorme Leben schiffst, bin ich neu geworden. Beweck'end, by the guidance of grace, and chased from my birthplace. Pray, be kind, despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this, as often as it takes. Then good day to you, my dear. Weiß ich nicht, ob das Battle of Chaos ist. Keine Ahnung. Äh, Inventar. Verbraucht Fokuspunkte, erhöht kurz das Gleichgewicht. Okay. Ey, was es hier alles gibt gerade? Bisschen überfordert. Okay, was ist hier? Also hier kannst du nicht eingreifen. Die Tasten sind tatsächlich, ähm, nicht aktiv. Okay, da hinten ist eine Tone. Okay, da komm ich auf jeden Fall noch... Ah, ich muss das aufmachen. Okay, verstehe ich. Mit diesem Schlüssel, den wir haben. Leiter, oh Leiter. Da geht's nicht weiter. Was, hat der die gerade aufgemacht? Scheint. Okay, also hier geht's noch nicht weiter. Dann haben wir oben noch ne Tür und Gänge. Ist ja quasi Cutscene. Ne, da war ich. Dann meinst du nicht weiter rechts rum, wo du musst. Okay, dann haben wir nur noch die Tür. Also ist halt tatsächlich wie so ein Hub. Du hast halt einen Händler. Ähm, ein Schmied. Ein Lehrer. Vielleicht kommen die anderen dann auch irgendwann da hin. Maybe? I don't know. Ich mach mal oben die Tür auf. Ich weiß nicht, ob die Tür gleichzeitig oben verlassen ist. Ähm, alternativ haben wir jetzt noch den Vorsprung, wo ich vielleicht drüber springen kann. Tür ist blockiert. Okay. Dann hab ich keinen Schimmer, wie ich hier wieder rauskomme. Also nur mit Schnellreisen? Äh, ja. Ich mein, ich kann schnell reisen. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Wie viele Seelen hab ich denn? Oh, ich hab keine Seelen. Das ist okay. Das können wir mal testen, Chat. Was passiert, wenn ich da jetzt runterspringe? Sterbe ich dann? Ist der Fallschaden zu hoch? Nein. Ich weiß nicht, ob ich hier sein will, Chat. Rasender Olberich. Ehrfüchtige Verbeugung. Also Phantomkampf. Verschlüsselter Pater. Sensenmann mit 1000 Debuffs dran. Ja, na, geile Scheiße. Und auch Knattermordmann. Na, geile Scheiße. Okay, ich verstehe, warum da so viele sterben. Kannst du eine Nachricht lesen? Da war keine Nachricht. Das Spiel bescheißt. Okay. Aber sonst, glaube ich, gab's jetzt hier nix, was ich gesehen hätte. Also außer ihmchen hier. Der eine ganze Duellarena hat. Lass mal irgendwo hingehen. Ja, zweihändige Sensenmann. Was ist denn mit ihm? Boah, Simon Duxels, liebe Freunde. Okay, was war das denn jetzt? Wollen wir mich einfach daneben hauen? Alter, wieso will mich in diesem Spiel alles so hart töten, ey? Aber überall. Okay. Bin wieder hier, Chat. Aber ich könnte jetzt einfach da hinreisen. Krass. Okay, verstehe. Ähm, vielleicht können wir jetzt ganz normal weitermachen, Chat. Was habe ich denn jetzt für eine Waffe bekommen? Faust-Schnittstich. Was ist das? Unblockbare Klinge. Was ist das? Ich erkenne nicht mal, was das ist. Irgendwas, was auf jeden Fall sehr viel Glaube braucht. Ach so, Wolverine-Clown. Ja. Was hat denn From Software geraucht, Chat? Was ist denn das? Wir haben jetzt goldene Wolverine-Klingen. Kriege ich damit irgendwas kaputt? Ah, gut, ich habe jetzt keine 30 Glaube. Deswegen wahrscheinlich nein, aber... Oh gut, 11 Schaden. Was ein Quatsch, ey. Okay, cool. Bin komplett überfordert. So, wir reiten mal da hinten und machen jetzt weiter. im, äh, etwas koordinierteren bei Kunden dieser Karte. Und nicht des nächsten Universums. Oh Mann, ey. Dieses Spiel. Was? Alter, da, da, da. Überraschen sie dich aber doch, ey. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass. Was? Was? Ich hatte eine Spangelford. Jetzt wäre ich da fast reingefallen. Ein Schmiedestein. Ja, den nehme ich gerne mit. Wir müssen ja sowieso noch irgendwann mal an der Waffe da arbeiten. Was ist denn so euer erster Eindruck von, 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 was ihr jetzt gesehen habt, Chat? Also abgesehen jetzt mal von von den Teilen, den wir jetzt halt ja schon in großen Teilen kannten, aber jetzt gerade halt diese, ähm, wir überraschen selbst die Beta-Tester. Das finde ich halt nice, muss ich sagen. Also komplett lost. Oh man, ey. Ich frage mich jetzt, ob diese Kiste uns dann nochmal hinporten würde, oder ob ich die Kiste jetzt beim zweiten Mal looten kann. Ich mach da Schleifer an. Komm gut, jetzt werden schlafgut. Oh Gott, da ist noch so ein dritter Reiter. Ich auch. Ich mag das. Ich mag das. So, jetzt ist die Frage, ob ich jetzt da drin war, oder ob das jetzt eine andere Ruine ist. Ne, das ist eine andere Ruine. Oder ist das dieselbe Ruine? Doppelklinge. Ah, die war auch, glaube ich, ganz nice. Kann ich aber nicht benutzen, weil 18 Geschicklichkeit. Alter, der Sound. Ich hab das Gefühl, ich level heute irgendwie gar nicht. Na gut, aber die kann ich mir schon mal vorstellen. Ich glaube auch, Tom. Ich glaube auch. Da war. Erstmal die noch mal weg und gucken noch mal unten rein. Also am schlimmsten sind hier, glaube ich, die Hunde. Warte mal, was passiert? Wenn ich da einfach reingehe. Achso, da waren ja die Ratten. Hau, du spielst Ratte schlecht. So, weil ich jetzt mal wissen will. Ich meine, wir haben ja jetzt ja eh nicht viele Zeugs, ob man da jetzt noch mal weggeportet wird oder ob man beim zweiten Mal tatsächlich ne, du wirst wirklich noch mal weggeportet. Krass. Eine Transportfalle. Hab ich so auch noch nicht gesehen, aber interessant. Äh, gab's hier noch einen dritten Ort? Ja, äh, rip. Ne, doch nicht. Glück gehabt. Alter, ich hab die Hunde nicht gesehen. Hunde sind schon wieder halt schlimm. Ist noch einer. Oh. never underestimated, äh, dumme Dokos. Genau. Achso, da ist noch eine Ratte. Wo kommt die denn, ja? Wobei natürlich noch mal interessant wäre, ob man beim zweiten Mal in dieselbe Ruine geportet werden würde. Oder ob man woanders hin geportet werden würde. Das wäre natürlich vielleicht auch mal interessant. Aber das will ich jetzt nicht nochmal testen. Und Ragnarok, sag ich, grüß, guten Abend. Äh, überraschend. Und überraschend, muss ich sagen. Oh Mann, ey. Und von Ragnarok, sag ich, sei auch gewiss, moin. Aber ich glaube, das war's, ne? Mit der Ruine. Aha, eine Estos. Na ja, moin. Alter, aber wirklich hier den Überblick zu behalten, das wird mir schwer fallen. Weil es halt so viel ist. Da waren wir, ne? Da haben wir angefangen. Dann sind wir nämlich darüber. Und da war das nächste Ding. Genau, dann haben wir die beiden fertig. Okay. 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 Gut, das war die Ruine. Wenn ich jetzt weiter gleich reingehe, kommt, äh, El Dragoman. Okay. Cool, 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 cool. Da in der Höhle waren wir. Das ist die Frage. Können die Höhle, wenn wir uns da oben angucken? Denn für den Drachen sind wir noch ein bisschen weak. Wir könnten hinten die Ruine jetzt machen. Ähm, beziehungsweise die Blumenruine. Oben war aber auch noch eine Ruine. Warte mal, die ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen leichter. Und Hau, okay, sei gegrüßt. Komme ich hier eigentlich irgendwie wieder hoch? Oh, ein bisschen lost von der Steuerung. Mh, ich glaube, nein. Ja, hier so irgendwo. Weil da oben hatte ich nämlich auch noch eine Höhle in Erinnerung. Die war da an dem Becken. Sehr überraschend, Horror-Kid. Sehr überraschend. Sehr überraschend. Was ist das? Was? Führer und Torwächter all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Okay, jetzt zeige ich da hinten die Höhle an, zu der ich, glaube ich, sowieso wollte. Okay, also das ist ja schon mal ein Hinweis, wo wir vielleicht nochmal hingucken sollen, wa? Wollen wir mal den Adler hier machen. Okay, ich mach den Adler jetzt doch nicht. Da unten sind die anderen Dinger. Da müssen wir dann auch nochmal hin. Ja gut, dann gucken wir jetzt da hin, ne? Weil da wollte ich ja sowieso so mehr oder minder hin. Und Tom, bis morgen. Schlaf gut. Und Nachtkauzine, sei auch gewiss. Moin. Wobei hier unten, glaube ich, auch noch eine Höhle war. Irgendwo. Oder? Ach Gott. Gott, oh Gott. Hier haben wir wieder Giftmückenpatter. Und Schatz. Oh Gott, ich hasse sie jetzt schon. Mann, diese Mücke. Was hat er doch mal auf? Du dumme Mücke. Hm, hab ich mich verguckt? Javis, komm mal auch gut. Jetzt wer ist schlafgut? Ich dachte, hier wäre auch noch was gewesen. Aber was ist da hinten? Hm. Das war's für heute. Hm, ich weiß es nicht mehr. Dann war's doch da, ne? Ja, definitiv Schandstadt-Flash-Wacks hier. Oh, diese lustigen Hoppelhasen sind auch irgendwie cute. Und eine Estos. Und hier müsste jetzt theoretisch der Strahl hingezeigt haben. Den ich jetzt von hier leider jetzt nicht mehr so wirklich genau sehe. Aber ich glaube, das war die Höhle, die der uns zeigen wollte. Ne? Der zeige ich jetzt genau auf diese Höhle. Das sind halt so ein paar so kleinere Wegpunktgeber anscheinend. Dass man sich so ein bisschen orientieren kann. Zumindest vielleicht jetzt mal im Tutorial-Gebiet, um zu lernen, okay, es gibt halt hier in den Ecken halt irgendwas, wo du gucken solltest. Na gut, dann gucken wir nochmal rein, ne? Weiß nicht, ob ein Leuchtfeuer davor ist. Und von daher, jetzt kommen wir auch cool ins Welt. Schlaf gut, bis morgen. Achso, ich wollte mal gucken, was ich bauen kann, ne? Ähm... Geräuchertet. Erhöht kurz die Robustheit. Erhöht auch die Robustheit. Feuerschaden. Bomben. Rovarosine. Das kann ich für Sturminslebensregenerationen. Das ist halt die Steinchen. Glühstein. Kurb- und feindliche Rufzeichen. Knochenpfeile. Okay. Also bis jetzt noch nichts so Interessantes bei der Herstellung dabei, wo ich halt sage, ja, das ist jetzt so ad hoc, was ich jetzt so nutzen will. Aber mal gucken, was halt noch so kommt. Muss ich auch das letzte Rezept noch kaufen. Ach, das war die Ruine. Genau, da ist auch ein Lebensklamottenmoped davor. Das ist doch nice. Die Sturmfußkatakomben. Dutz am Dutzgerät. Wir können doch nicht skillen, ne? Genau. Ähm, wir rasten mal. Und ich gehe mal Pipi machen. Lauf nicht weg. Ich bin sofort wieder da. Bär, Bär, Bär. Bär, Bär, Bär. Bär, 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 Bär. Ah, und Björn sei auch gegrüßt, guten Abend, guten Abend. So, dann gucken wir mal rein in die Butze. Okay. Okay. Alles sehr kryptisch, muss ich sagen. Also Minimum zwei Gegner. Oder wer? Können wir nochmal anfangen? Das war jetzt ein bisschen überraschend. Alter Finne, ey. Wo kann der denn jetzt her? Von links, von rechts? Ich hab ihn gar nicht gesehen. Oh, besser. Das war dann mal der linke. Wurzelharz und Badezusatz. Das wird alles abgebucht. Und der Inhex-Fan im 12. Erst ein Jahr? Gar nicht. Ach ja, du hattest den Namen geändert, ne? Deswegen mal der andere Account. Inhex-Fan. Dankeschön für ein Jahr. Dankeschön. Genau. Und viel Spaß mit dem neuen Badge. Und natürlich mit der Elden Ring, mein Lieber. Danke, Mann. Gra- Grabe. Gräber. Was? Gräber-Talilili? Was? Gräber-Talilili? Talilili? Das freut mich in der nächsten Das freut mich Was habe ich jetzt gelootet? Gräberteil Ach Lilie Oh Mann Das ist wahrscheinlich auch so ein Crafting Zeug Es gibt ja zu viel, wo ich keine Ahnung habe, was das ist Aber wird wahrscheinlich Crafting Zeug sein Ah ja, das ist dann wahrscheinlich der Ausgang Ich erinnere mich an den Ingenieur Also dieses Reposting ist halt doch echt mächtig Also so richtig Das ist ja so richtig Das ist ja so richtig Halt, hab ich mich erschrocken. So arg. Wo kamst du denn her? Hab ich vielleicht ein bisschen erst erschrocken. Okay, hier ist keiner. Redekopf, hallo. Ach du Scheiße, den haben sie auch wieder eingebaut. Hello. Ach so, warte mal. Du musst mehr oder minder wieder alles selbst herausfinden. Wie bei Dark Souls oder From Software spielen alles. Klar, du hast noch nie Wegpunktguide, aber im Großen und Ganzen ist es eher... Mach dein eigenes Ding. Oder kunde in die Welt. Sag ich grüß, Matze. Guten Abend. Na, auch schon am Elden Ring stolen? Also da hängen welche an der Wand hinten. Die sehe ich halt schon. Da ist einer, da hängt einer und da oben ist noch einer. Und da ist noch einer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas zum Pullen schon habe. Das wäre jetzt halt ganz nice. Das sind alles leider nur so Bolzen-Dinger. Ich habe noch keine Wurfmesser oder so. Oder kann ich Wurfschwere schon herstellen? Ah ja, Knochenwurf. Da brauche ich dünne Westienknochen. Zwei Stück, ne? Dünne Westienknochen erforderlich zwei. Ich habe zwölf. Hergestellt habe ich hier im Inventar fünf. Im Lager null. Okay. Mache ich die hier unten rein? Ja, ne? Du bist aber immer in der Toasterfabrik, ey. Nächste Woche. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Oh, der letzte steht ums Eck. Wow, es sind dabei noch zwei. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay. Schwelender Schmetterling. Und noch so eine Geistergrab-Lily. Okay. Und damit ist das Ding hier auch rausgeschaltet. Okay. Du hörst, wie bist du aus dem Sumpf entkommen? Du kannst von überall schnell reisen, Lu. Von überall. Du musst nicht zum Leuchtfeuer, zum schnell reisen. Also außer in Dungeon. Also in Gebäuden halt nicht. Aber auf der Oberwelt halt quasi. Kannst du halt raus. Also da dann schnell reisen. Schon ewige was? Wenig Zeit. Und jetzt kommt Update 1.5 bei 2077. Ja, ist ja schon da. Elden Ring. Nächste Woche Elex. Ja, du hast noch Dings vergessen. Horizon. Megaspiel. Machst du? Megaspiel. Das hat das Spiel nicht gesagt. Ja, guckt halt Streams. Streams bildet. Hier müssen wir nachher auch noch runter. Weil wir da, glaube ich, auf die Ebene kommen, wo ich noch nicht war. Nämlich genau da liegt nämlich noch der Loot. Also theoretisch könnte ich ihn jetzt auch mitnehmen. Und da könnte ich auch die Tür dann aufmachen, glaube ich. Oder ich muss da jetzt sogar hin, weil die Tür jetzt noch zu ist oder so. Weiß es gar nicht. Okay, der will mich halt reinpullen. Ja, klar. Sehe ich. Merke ich. Rechts ist nämlich noch meiner direkt. Genau. Ich hoffe, es ist nicht noch einer drin. Oh, das passt. Wollte eigentlich eine Estos trinken. Asche der Wanderadligen. Okay. Das war... Hm. Ich glaube, die Wölfe fand ich cooler als die Adel. Glaube ich. Da bin ich raus. Echt? Magst du Horizon nicht? Ich fand es halt mega. Also tatsächlich. Richtig. Also es wird ein sehr enges Game of the Year Battle dieses Jahr wahrscheinlich. Alle denken halt ganz klar Elden Ring. Aber im Moment, muss ich sagen, ist Horizon echt auch ein Sahneschnittchen. Und morgen war es auch einiges Moin. Sonst können die natürlich auch Hallöchen. Wir haben noch nicht viel Neues gesehen. Haben wir ja alle schon gespielt. So, sei gegrüßt. Äh, ich kam von... Genau, ich muss nach da. Oder? Oder war das davor? Äh, nee, es war sogar davor. Echt nicht? Lol. Wer hat denn auf Platin gezackt? Ich fand den mega gut. Na ja gut, so unterschiedlich sind Geschmäcker. Eigenglück, dass ich meinen Geschmack habe. Boah. Boss Time. Wir haben nur eine Estus verbraucht. Und das war der Hacker Klaus, ne? Ich erinnere mich, glaube ich, an den. Ich weiß nicht, wie schwer der ist. Wie viele Dinger haben wir? Eins. Ach du Scheiße, das wollte ich gar nicht. Ja gut, dann. Also, wir müssen bis zum einen Kampf ноч Zombiet erinnern. Oh nein, deruso ist ein Mann. Okay, first try, Wachhund des Erdenbaumbegräbnisses, Asche des Zauberadligen, achso, ich habe vergessen, Bossheim in Dark Souls gewesen, Einfach röbbeldi-böbbeldi drübergerollert, dann gab es noch eine neue Asche, okay, nehme ich mit, werbe mal tatsächlich für Leichenklöpse, die sind ja sogar saftig, da kommt ja sogar noch was raus, okay, nun, Das war LeMini-Dungeon hier, okay, dann haben wir den auch, zum Eingang zurück, jawohl, und danke für GG oder so, und WPN-Tricks zum zweiten, oh Gott, ey, diese Frisur, ey, die macht mich fettig, die macht mich fettig, So, können wir einmal skillen Noch ein Level Erstmal 20 Leben, glaube ich, und dann können wir auch danach, ja, wie gesagt, Stärke, Geschicklichkeit, ähm, interessant, dass wir noch keine Glauben gefunden haben, die Kralle zum Beispiel, die wir auch in einer Demo oder Beta hatten, die habe ich auch noch nicht, halt diesen Glauben angegriffen, den fand ich eigentlich auch ziemlich nice Ach, du warst noch im Westen unterwegs, ja, denke ich, aber bis wir in den Westen kommen, das dauert wahrscheinlich noch, also dementsprechend, ähm, in meinem Tempo gefühlt 500 Jahre, ich weiß nicht, wie schnell ihr immer so Spiele spielen könnt, ich bewundere euch, ich kann das irgendwie nicht, ähm, guti, dann haben wir das, ähm, dann Wo war, wo war denn noch eine Höhle? Da oben Und da hinten, ne? Erstmal würde ich sagen, wir machen mal tagsüber, weil gerade, glaube ich, Nacht ist Mh, bis zum Morgen Alter, Finne, ey 10 bis 14 Stunden Okay Was sagen Frau und Kind dazu? Oh Kinder gibt's nicht, Frau muss da arbeiten, okay Alles richtig gemacht im Leben Also bevor wir da unten hingehen, müssen wir den Drachen irgendwann kaputt machen, lustigerweise ist das ja, ähm, bis jetzt noch nichts mit Blitzschaden haben, ich weiß noch, die eine Möglichkeit wäre das Katana, wenn es da noch wäre Äh, wo war das Katana? Das war hier, oder? Entweder da oder da? Irgendwo gab es das Katana, ich weiß noch nicht mehr wo Oder war das tatsächlich in der Höhle? Jetzt gucken wir da mal hin Äh, teilweise gibt es nachts andere Gegner und Bosse, ja Also viel kann ich noch nicht sagen, ich weiß halt, ein Gegner auf der Brücke, da spawnt dann halt so ein schwarzer Ritter, der aussieht wie Ah, nein, bist du irre Ein Nasswühl Das war's Das war's Nein, was? Schauwos Oh, ich weiß nicht, ob ich hier auch irgendwo runterkomme. Weil es ein bisschen hoch ist. Ich will den Drachen jetzt noch nicht pullen. Was halt vom Gefühl komplett anders ist, da kann man jetzt darüber streiten, ob das jetzt halt, sage ich mal, nice ist oder nicht nice. Du hast halt hier keinen, keinen, keinen Zwang, irgendwas zu machen, ne? Also, während du in anderen Souls halt quasi mehr oder minder so bauchige Taschen hattest, wo du ganz klar die Gegner halt immer machen musstest und am Ende vielleicht da ein Boss halt stand, hast du das halt hier tatsächlich nicht, ne? Also, du kannst halt immer frei entscheiden, wann, wo, wie du was machen willst. Das ist halt, ähm, eine ganz andere Struktur. Oh. Außer die Krabbe. Alter, okay. Ich wollte doch nur nicht die Krabbe machen. Kommst du ja nicht rein, bist du fett. Ich glaube, hier war sogar noch eine Zwischenebene dann. Ja, da oben. Ja, Trap Smash. Und ich glaube tatsächlich, in diesem Spiel wirst du eigentlich, oder musst du gar keine Angst haben, gespoilert zu werden, weil ich behaupte einfach mal, ohne Hilfe wirst du 100% in dem Spiel nie sehen. Also, was heißt nie? Nie ist gelogen, aber zumindest nicht im ersten Durchgang, weil halt so vieles versteckt ist, wahrscheinlich auch wieder so viel kryptischer Kram dabei ist, dass du, ähm, eigentlich froh sein kannst, wenn du irgendwo mal irgendwas siehst auf einer Map und wo das irgendwie ist, weil du es sonst wahrscheinlich nicht findest. Und ich behaupte jetzt schon, es werden super viele Leute irgendwann hier reinkommen und sagen, hä, wo hast denn das Item her, wo hast denn dies gefunden, das gefunden. Ja, keine Ahnung. Du musst halt in jeden Winkel halt gucken und jede Höhle finden, die du halt super schnell übersehen kannst. No, jetzt sind wir plötzlich wieder in Demon's Souls. Ah, hier haben sie aber noch die ganz normalen Knüppel. Sind aber trotzdem relativ hart. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, da ist noch der Frosch Knüppler. Ach, der wirft mit Stein. Ja, natürlich wirft er mit Stein. Nur erstmal deinen Hebe backstabben. Oh, der ist so schnell, den seh ich gar nicht. Alter. Alter. Der Knüppel Klaus. Okay. Kein Wegstab. Das war kein Wegstab. Kommt er wieder? Ich stunde mich. Alter, was ist mit ihm? Der hat irgendwie eine Panzer rum. Okay, wo kommen die Ratten jetzt näher? Können die nicht alle mal nacheinander kommen? Alter, ich kann ihn ja auch nicht mal wegstabben. Was ist denn mit ihm? Das macht mir Angst. Und Schmerzen. Und Schmerzen. Aua. Aua. Uffi, ey. Ich bin den Angriff noch nicht mal durch. Okay, die sind alle so hart. Schmiedestein. Stopf, 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 stopf. Ja, die sind halt so geschmiedet irgendwie. Noch ein Schmiedestein. Wofür sind die? Sind das die Aufwertungssteine? Ah, das sind die Herstellungssteine. Oh, tatsächlich verstärkt Waffe auf bis zu 15. Wir haben sogar auch schon einen großen Schmiedestein und einen Dunkelschmiedestein. Besondere Waffen auf 1 und verstärkt Asche auf 1. Verstärkt ruhmreiche Aschen auf 1. Ach was? Verstärkt Asche auf plus 1? Man kann auch Asche verstärken? Okay, das wusste ich noch nicht. Wir können unsere Elite-Waffe bauen? Ach was. Ja gut, aber zumindest können wir die Waffe dann gleich auch ein bisschen aufbumsen. Weil bis jetzt haben wir ja noch keine gefunden. Aber vielleicht gibt es ja hier in den Dungeon noch eine. Müssen wir mal gucken. Weil hier mit dem Schwert will ich auch nicht dauerhaft spielen. Ist zwar jetzt nicht ganz scheiße für den Anfang, aber es ist auch nicht der Knüllerknaller. Oder war hier noch ein Zwischengang? Ja, hier auch. Och. Ja, hier auch. Boah, der ist so schnell, der Angriff. Hallo, ich sagte erst los trinken. Danke. Durch das Abbouncen dauert das halt alles super lange. Heile ich mich damit überhaupt? Ah, ein bisschen. Okay. Ist okay. Kann man machen. Und Tomim, sei auch gegrüßt. Guten Abend. Ah. Ich weiß gar nicht. Ich habe mir die Klasse nicht gemerkt, Sascha. Was der Confessor-Dingsbumsmann war. Ich würde vielleicht als nächstes den Samurai dann ausprobieren. noch früh. Ich weiß nicht. Ne, da ist nichts. Frag mich, ob das eine gute Klasse für einen Anfänger ist. Irgendeine gute Klasse für einen Anfänger ist im Endeffekt irgendwas mit Schild und Schild und eine Hand und so. Also im Endeffekt die Klasse, die ich habe, kannst du auch gut nehmen, weil du halt ein 100% Blockschild hast. Bastardschwerb, was okay, einen Schaden macht, einen Heilzauber. Also tatsächlich für Anfänger würde ich sagen, habe ich die langweiligste Klasse. Also für einen Anfänger die beste Klasse. Ist halt nicht wirklich special. Aber man konnte sich die Details halt nicht angucken, was die anderen haben. Ist okay. Nicht mehr, nicht weniger. Achso, ja dann sagt das doch. Jetzt kommt der schon wieder mit den englischen Worten, weiß ich doch nicht. So. Oh, das war zu früh. This was too früh. This is my dad, I guess. Fuck it. Das war jetzt unnötig. Ich hätte da raus gemusst. Ich wollte nach da, aber ich habe jetzt keine Chance, glaube ich, nach da zu kommen. Okay, ist doch kein Tod. Danke, FromSoft. Da wäre tot. Meinte, was der Powerpix, die meinte, der wahre, die komplexe Klasse und was, der, der wahre? Der wahre, die komplexe, komplexeste Klasse und empfiehlt für Midi eher den Samurai, weil der Schad war, wo er sehr gut sein soll. Okay, den Zwischenteil des Satzes verstehe ich nicht, aber ich denke, den, den Sinn des Satzes verstehe ich. Naja, Klassen hast du nicht. Es geht im Endeffekt um Startausrüstung. Ähm. Das heißt, was du aus der Klasse machst, ist ja sowieso egal. Also das heißt, das ist ja das Schöne bei diesen FromSoftware-Dingern. Ähm. Es geht ja prinzipiell nur darum, halt erstmal eine Startausrüstung zu haben ohne Startwaffe. Wenn du nachher weißt, wo die Items liegen, dann, äh, kannst du die dir ja ganz fix holen. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wo sie liegen. Gerade jetzt auch, äh, gegenüber dem Stress, das haben sie dir ja geändert, ne? Das heißt, fürs nächste Mal, wenn ich die Waffen gefunden habe und mir die merke, kann ich jede Klasse halt nehmen mit den Stats, wie ich sie haben will. Und dann ist gut. Dann brauche ich halt die, äh, Startpunkte halt da nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay! schimmernde überreste und wieso soll der bekenner den ich jetzt spiele komplex sein keine ahnung eigentlich nicht aber das ist natürlich immer morgen das vertrachter sein jetzt habe ich hier wieder range gepulten und natürlich hat der feuer dabei stop it vier schwimmen Ja, gut. Too complicated. Too many buttons to press. Ow. Äh, war ich jetzt hier schon? Ne, hier ist der Boss. Das heißt, uns fehlt allerdings noch, ähm... Der Hebel. Also, ich bin jetzt nicht sicher, ob... Da ist nämlich ein Riesen-Woofi dahinter, den sehe ich nämlich schon. Ob wir noch die Tür aufmachen müssen, oder ob die zu ist. Ich weiß auch nicht, ob der Bosskampf dann jetzt sofort losgeht. Ach, das ist Yolo, ich drücke da jetzt einfach drauf. Komm, Professor, sag ihr Glück. Moin. Ja, das ist ein Riesen-Woofi. Alter, macht das schon an Alter, ist das schon scheiße gegen die zu spielen, ey Weil die Waffe halt permanent wegbounced Okay, also da hinzukommen ist ein bisschen dumm Plus ich hatte keine Heilung Plus ich hatte Marikas Fahl Ja mach mal, wo komme ich denn raus? Vielleicht vom Boss? Das wäre schön Oder komme ich dann komplett woanders raus? Jetzt habe ich noch keine Ahnung Und dann Das war's für heute. Das ist schon ein kack Weg, ne? So. Das heißt, ich wollte eigentlich nur gerade beschwören, hatte dann gar nichts mehr. Okay, kacke gedocht. Okay, das zählt nicht zur Hipbox. Alter, allein, dass ich halt so immer wegbounce, ist halt echt mega kacka. Du kannst da super schwierig mitspielen. Ich glaube, locken ist doof. Oh, ich hab die Seele nicht eingesammelt. Na, egal. Ei, ei, ei. Hm. Warte mal. Was hatte ich eigentlich gerade? Ich hatte doch noch irgendwas anderes bekommen. Äh. Was war das? Dieses Giftrezept-Ding. Weißt du, was ich meine? Aus dem anderen Gebiet. Was war das denn? War das ein Zauber? Ja. Ah ja, es ist ein Zauber. Weisheit, Glaube. Das brauchst du sogar, Glaube. Mit Recht, mit Gift. Wo muss ich das denn hinpacken? Warte mal. Ach so, ja, hier kann ich jetzt nicht, weil hier ist ja kein, ähm, kein Leuchtfeuer. Also theoretisch kann ich jetzt auch die Waffe schon vergiften, lol. Und der Kampf, wie gesagt, ist halt nur so Käse, weil die Waffe halt immer wegbounced. Das ist halt sehr unangenehm, ähm, da. Und der Kampf, wie gesagt, und der Kampf, wie gesagt, Alterschwebe, wieso steht mir schon wieder Am Ende der Wand. Und meine Wölfe? Achso, meine Wölfe wurden gar nicht beschworen. Na gut, das erklärt einiges. Das ist auch gut gerutscht. Wow, zu spät für Deutsch. Ich frage mich, ob Feuer bei dem helfen würde. Weil der so hart ist. Theoretisch könnten wir das ja an den Trashmobs testen, weil die ja genauso hart sind. Also ich glaube, eine Feuerwaffe oder eine Elementalwaffe wäre da halt irgendwie deutlich besser, oder? Ich müsste die Waffe zweihändig nehmen, oder so. Ich weiß nicht, ob ich dann einfach durchkloppen könnte. Also durch deren Armor. Durch deren Armor. Wow. Und jetzt bitte mal Wölfe vorher beschwören, ja? Das wäre ja super. Dankeschön. Oh, ich sehe gar nichts. Aber davon eine Menge. Die Kamera ist einmal wieder richtig räudig. Oh, Mann, ey. Stumpfe Waffe wie ein Hammer oder eine Keule? Ja gut, das habe ich jetzt als Dex-Spieler jetzt gerade nicht. Kann nichts anderes hier von den Waffen benutzen. Aufschwießender Stoß. Was macht eigentlich hier das Ding? Äh, 117 und 13. Aber das ist ja quasi auch halt eine Stichwaffe. Kann ich nicht mehr dienen. Müsste ich ja skillen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Boss so schwierig war, dieser komische Kacktroll. Ja, immer der Endgegner, definitiv. Kann ich nicht mehr dienen? Die Kamera müsste ein Stück weit tiefer sein. Der ist ätzend. Also er ist nicht wirklich schwer, aber es ist halt nervig. Ja, ne, ich wüsste also im Moment nichts, was ich anderes gegen ihn machen soll. Das Einzige, wir haben noch eine Magie-Asche, ne? Kann ich hier ausrüsten? Achso, die kann ich ja da rüber, ne? Ruft einen Zauberadligen, der ist Magier, ne? Die Frage ist tatsächlich, warte mal, pack die mal dahin. Wir haben noch nichts, womit wir die Waffe buffen können, oder? Einen magischen Bolzen. Keine Ahnung, wie viel Schaden sowas halt macht. Beursacht Scharlach-Fäule. Okay. Ja, klar, genau, from zero to run. Genau, das ist das Problem. Und dann bin ich, werde ich halt quasi zurückgeworfen und muss halt eine Sekunde halt wieder warten, bis ich halt was machen kann. Das ist halt, äh, ein bisschen dumm. Dann komm gut ins Wettnacht-Portzine. Bis morgen. Das heißt nicht nur, dass er halt, sag ich mal, nicht viele Schläge zulässt, ähm, weil er halt so viel stampft. Ich hab auch immer noch das C-Layer quasi durch das Staggering. Oh, äh, der rechte ist das. Entschuldigung, der linke. Gehen wir auch schon hin. Der macht jetzt elf Schaden. Das ist dein Ernst, oder? Der macht ganz elf Schaden. Der ist ja mächtig. Das ist ja mächtig, du. Oh, die ist halt nicht weg. Der ist halt weiter des Todes. Alter, ich will die Waffe zweihändig nehmen, allein das ist ja schon Endkampf. Okay, zweihändig. Zweihändig ist ein Ding dann. Jetzt gibt er Gas. Ist ja früh gelotscht. Bist du echt? Wer ist etwas bleibt? Du. 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 Das hat mich echt noch getroffen. Great. Ja gut, aber gut, ich lasse mich mal laufen. Dann zweihändig ist kein Problem. Alter Schwede. Das Einzige, was ich wirklich extrem kritisiere an diesem Spiel, ist, dass ich mit zwei Tasten die Waffe zweihändig nehmen muss. Das ist so scheiße. Kann man das umlegen? Das ist die Hölle. Das ist, ja, eben, genau das, im Kampf erstmal die Waffe zu wechseln, das dauert super lange und ist halt richtig, ist richtig kacke. Gibt's dafür irgendwie, kann man das umstellen? Das ist, das ist ja, das ist das Letzte. Ähm. Ähm. Nee. Gerade wenn es schnell gehen soll, das fühlt sich super kacke an. Nee, gibt's aber leider nicht. Ja, okay. Muss ich mich dran gewöhnen, auch wenn ich das nicht geil finde. Weil das Problem ist, du kannst jetzt noch nicht mal durch irgendeine andere Taste wieder wechseln. Also, das heißt, diese zwei Hand wegbekommen. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich's wegkriegen soll. Ich muss jetzt quasi die Waffe einmal deequippen. Und dann hab ich's erst wieder. Also, das heißt, das ist so dumm. Ja, keine Ahnung. I don't like these. Gerade, wie gesagt, beim schnellen Spielen halt super hinderlich. Okay, also, dieser adelige Moped-Mann taucht halt schon mal gar nix. Der kann nischt. Bleiben wir bei Fufis. Und Torok, sag ich grüß, moin. Und, äh, äh, Torok, ne, hab ich gesagt, komm moin und, äh, Moro, komm gut ins Bett, schlaf gut. Bis morgen. So, ich nehme jetzt schon mal die Waffe zweihändig. Und beschwöre dann jetzt gleich nur noch den Knecht-Rubrechten an. Okay, mach ich so. Fertig. Ersteck läuft. Ne, will ich mal. Ja, ich sehe halt nix. Sehen wir den Überbrüder. Okay, ich muss er fühlen gerade. Es sind auch die Schmerzen, die ich da nur fühle. Alter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Wölfe gerade helfen, weil die den so hier in die Ecke drücken, dass ich halt null drankomme. Nein, das war zu früh, okay. Also, ich weiß nicht, ob die Wölfe mir helfen. Ich finde es eher sogar irritierend, weil er halt so super am Rand steht. Können doch mal die anderen Moped-Männer probieren. Aber die werden wahrscheinlich auch eher umfallen, wie die Fliegen. Was war das da? Da ist noch irgendein Kristall oder irgendwas Weißes. Okay. Hmm. Wow. Oh. Guck mal, da ist der Fahrstuhl dann wieder hochgefahren. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber da ist noch irgendwas dazwischen. Hm, ich weiß nicht was. Warte mal, ich hole mir das aber als erstes. Wenn ich den Boss nachher umhau, sind danach nochmal die Seelen weg. Und rechts daneben. Goldene Rune. Dunkelschimmer, Schmiedestein gedöhnt. Also irgendwelche Schmiedesteine. Okay, ja, nehme ich mit. Cool. Kann ich irgendwann aufwerten. Äh, halbes Leben. YOLO. Eieiei. Eieiei. Eieiepe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich probiere mal die Adeligen aus und dann probiere es vielleicht ohne Summons, weil sie tatsächlich hier echt gerade nicht so wirklich helfen Ich probiere mal die Adeligen aus. Ich probiere nicht, ob ich da nicht mehr ausweichen konnte Ich probiere mal die Adeligen aus. 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 Weil dann hätte ich nämlich jetzt zum Beispiel die eine Mana Flask noch in eine Lebensflask umgewandelt. Und ähm. Ja. Tschüss. Das ist dann angekommen. Sprengsteinklumpen. Sprengsteinklumpen. Okay. Okay. Ich dachte, ich wäre außer reich heute. Ja, der dauert dann vielleicht ein bisschen lange. Weiß nicht, ob der Sprungangriff wirklich gut ist. Also hier bei dem jetzt. Weiß ich nicht, Sprungangriff? Hm, hm, ich glaube nein. Der kostet mich dann auch wieder Zeit vom Recoveren irgendwie, weil ich ihn halt nicht stanne. Hm. Hm. Ich bin hier mal gespannt, was er dafür am Ende gibt. Erstmal auf die Umme. Ist halt doch sehr schnell, muss man sagen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin hier. Er kommt noch aus der Ecke weg, das Eck ist doch... Wir sind doch keine Eckensteher. Also ich hasse halt Mobs, wo du halt wirklich kaum Melee draufhauen kannst. Was soll das? Oh... Ja, das war mit Ansage. Wow! Ich frage mich aber, was man da außer Schwingen tun soll. Das ist halt irgendwie ganz klar so ein Boss, der halt auf Fernkampf bzw. mit Magie halt wieder deutlich einfacher wäre. Aber wir haben halt noch keine Magie gefunden, weil er halt fies ist. Ich will ihn aber jetzt besiegen, weil es irgendwie definitiv geht. Oh Mann, ey. Ich kann natürlich später wieder kommen. Mit halt aufgewerteter, ein bisschen Waffe. Aufgewerteter ein bisschen Waffe ist tolles Deutsch, ne? Einer aufgewerteteren Waffe, ein bisschen Magie oder Waffenbuffs und so. Und dann wäre er auch viel schneller tot. Komm gut ins Bett, schlaf gut. Oh, da hinten ist ja auch noch Loot. Oh, ne doch nicht. Ah! Beaks. Ich weiß nicht, wann er das manchmal macht und wann halt manchmal nicht. Dann wäre das auch dumm. Genau, reingesprungen. Er macht das aber... Er macht das mit beiden Beinen. Er hat das mit beiden Beinen. Er hat die Beinen. Er hat die Beine. Kannst ja nur springen. Goddamn. Jesus, shut his shock away, babe. Alter. Erstmal will ich die Waffe wieder wegpacken. Wie viel Unterschied ist denn da? Die Waffe wieder rein. So, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Das ist der Eingang, oder? Bin ich sicher. Kompeta, komm gut ins Bett, schlaf gut. Äh, ist das der Eingang? Das müsste aber sein, ne? Ja, okay. Merken wir uns mal, da ist der Kriegsgolem. Ich muss pipi. Hier brauchen wir zu trinken. Lauf nicht weg, bin sofort wieder da. Ja. 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 die Waffe auch noch nicht aufwerten. Vielleicht ist das so eine Gummelwaffe ist. Weiß ich denn nicht. Fühle ich jetzt noch nicht so die Waffe. Ich will mal jetzt gucken, wenn Drachi kommt, wie viel Schaden ich auf Drachi mache. Da war nur noch irgendwo auf dem Weg. Ach, hier oben die Blumen. Die Blume könnte man noch machen. Nein. Ich drück immer die falschen Tasten, Mann. Rachi, kein Bock. Ah ja. Pferdesriff. Das war natürlich jetzt, ähm, gut. Wobei der Schaden geht eigentlich sogar, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, ich mache weniger. Natürlich mehr wäre besser. So ist nicht, aber... So ist das, wenn ich aus diesem hier lefser Also ist es preventiv, was doch dem Era doch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, Taktik vorbei. Okay, da brauchen wir auch definitiv eine bessere Waffe. Okay, eigentlich sollte ich da safe sein. Naja, ohne Pferd deutlich schwieriger. Okay, dann haben wir oben noch den Pflanzenmobs. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich jetzt die Waffe aufwerten will, ey. Naja gut, aber die Scherben werden jetzt ja wahrscheinlich... Wo gab's denn das fucking Katana? Ach nein, ich wollte hier gar nicht rasten. Wobei wir... hier noch den anderen Durchgang hatten, ne, mit dem ersten Fahrstuhl. Wo war der denn? Warte mal. Können wir ganz kurz gucken, ob's da noch ein Item gab. Guck mal, da gab's ja glaube ich auch noch einen. Ja, wir haben heute schon Sachen erlebt, Liederay, ey. What's the hell, ey. So, weil hier wollte ich noch gucken. Frage ist, was gibt's hier? Haufenweise Moped-Männer. Und noch einen weiteren Fahrstuhl. Hä, das ist ja derselbe Weg zum Boss. Der ist ja viel kürzer. Ach was. Das ist ja ein Ding. Gibt ja zwei Wege zum Boss. Hm. Okay. Einfach mal nochmal für... Loops. Doch. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wobei lasst uns oben ganz kurz ich habe jetzt volles leben also ich mal verlässlos oben auf den teleskop fahrt und wir können einmal die blume probieren der drache ist jetzt da gut die waren dahinten falls ich mich jetzt nicht vertue und der pixel schaut rein guten abend guten abend und dankeschön für das haus natürlich die frage ist ob wir die blume halt machen wobei die blume ist ja noch nicht mal ein boss wenn ich das gerade richtig sehe das hatte sich damals nicht gelohnt das ja 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 So, da war der Kürbismann drin, ne? Ich weiß nicht, was jetzt hier drin ist. Ich weiß nicht, was jetzt hier drin ist. So, den dafür first try. Was ein Quatsch, ey. Gegner zu Fall gebracht. Die haben ihn nicht besiegt, er ist ja nur umgefallen. Lol. Ähm, gut, dann haben wir den. Lol, da war ja aber jemand witzig, hier oben drauf noch so ein Ding drauf zu ballern. Was heißt Suchten halt? Ja, spielen, 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 spielen. Spiel, spielen, spielen. Dutz am Dutzgerät. Und was gibt's da? Ach, das war der Lehrer, ne? Genau. Oh, wow. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Ah, a yen for glimstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the academy of Rhea Lucaria. As a reviled apostate witch. Do you still wish to learn from me? Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protégé in glimstone sorcery. But I refuse to coddle. Or cast kind words. Never. Anticipate Grievancees. Young Apprentice. Okay, also hier war die Zauberer-Tante. Young Apprentice. You are a tadpole when it comes so now. Okay. Judy. Deswegen ist er hier wahrscheinlich auch ein Bonfire. Ja, das ist quasi da. Bei einer Ruhe, guck mal, da irgendwo. Ähm. Interessant. Achso, warte mal. Hab ich jetzt mich gehalten? Plan B mit Gift. Oh, Jeremy. Oh, danke für deinen Follow. Wie lange hält das? Okay. Nehmen wir erst mal mit. Okay. Okay. Nehmen wir erst mal mit. Diese Pflanzen haben mich nicht gelohnt, ne? Also, mein Schaden ist halt so non-existent. Warte mal. Also, da will ich hin. Das ist da. Okay. Okay. Das hat sich jetzt auch nicht so super doll gelohnt. Äh, ich hab immerhin... Warte mal. Ich hab tausend Seelen. Warte mal. Die geben wir mal eben ganz kurz aus. Ähm... Na, super. Jetzt werde ich fast gestorben. Man, ich will doch irgendwie ganz schnell einfach nur reisen. Das ist technisch gesehen drin. Kriegsasche. Jaido. Okay. Ich habe die Kriegsascheiido gefunden. Ähm... Ähm... Nun. Jetzt muss ich mir erst mal meine Seelen ganz fix wiederholen. Weil jetzt war der Plan ein anderer. Alter, ich will immer sprinten mit LR3. Röd. Wo will ich denn eigentlich hin? Da hin. Ich habe nur das ganze Land gerade an mir. So. Bin ich jetzt einigermaßen aggro-frei? Ich würde gern zum Skill-Otto. Danke. Weil dann kann ich das letzte Rezept kaufen. Und dann habe ich, glaube ich, erst mal alles freigekauft. Äh... Da bei dir. Äh... Genau. Dann haben wir das nämlich auch. So. Was können wir denn jetzt herstellen? Ist alles nicht so spannend, ne? Also würde ich sagen, hat sich jetzt am Anfang auch nicht so mega gelohnt. Was sagt ihr? Habt ihr die gekauft? Würdet ihr die kaufen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sind halt irgendwie so komische Konsume-Wilts. Wofür du halt super viel halt irgendwie an Zeug brauchst. Klar, wenn du nachher alles eingesammelt hast, mehr oder minder, wirst du bestimmt alles haben. Aber, ähm... Echt, für dich haben sich die 10 vor 10 gelohnt, die Rezepte? Was stellst du denn da vorher, Markus? Also ich wüsste jetzt noch nicht, außer die einen Wurfmesser, die ich hergestellt habe, weil ich damit baue. Kam ich hier runter oder bin ich hier gestorben? Achso, das war auf die Frage bezogen. Äh, sei Grüß, Herr. Hi, Madis, sei Grüß, Hi. So, bin ich richtig? Nein, ich bin schon wieder falsch. Mann, da will ich gar nicht hin. Mann, ich will aus dem Menü. Hilfe. Ich will da hin. Und danke für dein Follower, Madi. Da ist die Frage, ob du als Souls magst. Und Open World. Und Open World. Und Open World. Äh, wo kommen die eigentlich alle her? Ist hier ein Nest? Ist hier ein Nest? Stehen die eigentlich wieder auf? Oh, ich habe es jetzt nicht gesehen. Oh, ich habe es jetzt nicht gesehen. Ach, ich wusste die irgendwie nochmal angreifen, ne? Ja, das war's. Ich erinnere mich an die Mechanics. Ich erinnere mich an die Mechanics. Alter, Finner, ey. Ganz schön viele. Ganz schön viele nervige Mopse. Alter, Kamera, Block, Hilfe. Oh, jetzt war eine dicke da vorne. Oder war der dicke da jetzt schon bei? Na, gab es auch nochmal Estos dazu. Dankeschön. Au! Du Dreckskreppel-Arsch. Pupu-Kackvieh. Und gesicht aber gerade sei. Gegrüß, guten Abend. Was, bin mit dem Key angefangen? Mit welchem Key? Gut. Hey. überzeugte. Okay. Okay. Brrrr! Alter Schwede, was ist denn das? Alter, das ist es. Uff, uff. Ei, ei, ei. Ah. Wie geht's dir? Jetzt ist es aber gerade auch schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt kann ich wieder da hin, weil ich kein Leuchtfeuer vorher gefunden hatte. Alter, ich habe nicht einmal auf den Mob draufgehauen. Was habt ihr denn hier so für Klassen gewählt? Uff, uff. Ei, ei, ei. Den Samurai, wie spielt der sich? Da habe ich auch überlegt. Das wäre so meine zweite Wahl gewesen. Im Moment bin ich so ein bisschen hier, ähm, was heißt am Struggle, am Hadern? Ähm, ich formuliere es mal so rum. Wenn du die Beta gespielt hast oder den Stresstest, habe ich das Gefühl, das fühlt sich im Moment aufgrund der, sage ich mal, nicht so prominent vertretenen, ähm, Items so ein bisschen an wie eine generfte Version. Du hattest, ähm, du hattest, ähm, im, ähm, im Dings halt, ähm, deutlich schneller halt Items, die irgendwie cool waren. Ähm, jetzt bin ich schon wieder bei der falschen Höhle, ey, Mann. Und, ähm, das hast du hier gar nicht. Und das fühlt sich für mich so ein bisschen halt genervt an, ähm, weswegen ich im Moment noch sage, mh, tatsächlich hat mir der Stresstest besser gefallen als bis jetzt die finale Version. Einfach, weil du halt, ähm, coole Items gefunden hast. Und, ähm, bis jetzt war halt nichts wirklich dabei. Also, selbst auch die Händler haben halt nichts zum Kaufen oder so, wo ich halt sage, ich hätte jetzt schon eine bessere Waffe nehmen können. Ich hänge jetzt halt, wie gesagt, mit der Waffe und, ähm, hätte halt gedacht, dass ich halt weiß, wo ich halt eben dies oder das halt bekomme. Aber, ne, sie haben es ja halt alles umplatziert, was halt ein bisschen schwierig macht. So, jetzt möchte ich vielleicht nur nicht ins Sternen. Alter, der macht aber auch einen Schaden. Die Phantome sind ja wieder abnormal. Hätte einfach nur überleben sollen. Also nochmal. Hat's, ja, was heißt nötig? Ja, nötig ist, gut, die Frage jetzt, was hättest du sonst machen wollen? Weil, äh, Dark Souls 4 hätte ich jetzt nur auch nicht haben wollen. Also, ich glaube, die Open World kann es halt schon lustig machen. Wie gesagt, ähm, mein Problem ist, ich habe halt eben schon eine Version, also, habe ich ja gerade gesagt, ne, der, dieser Welt jetzt halt erkundet. Und, ähm, jetzt ist sie anders, aber für mich halt schwächer. Das heißt, ich bin auf die nächsten Gebiete gespannt, wenn wir das halt hier überstanden haben. Achso, da kam ich jetzt nicht runter. Ja, gut, ich gehe da lang. Ich muss ja noch irgendwo noch schnellere Weg nach unten gehen. Ja, gut, ich gehe da lang. Hm, so, theoretisch ist es einfach nur überleben. Wie viele Dinger hatte ich eigentlich? Danke schön an, äh, Simpson. Guck gleich. Du, sei doch mal ein bisschen sinnvoller. Treff doch mal mit deinem komischen Bambushut. Ach, ja, geil. Ich liebe Dark Souls PvP einfach so dermaßen. Kannst dir nicht mehr vorstellen, wie, wie, wie doll ich das mag. Dude, jetzt tue was sinnvolles. Ich glaube, ich mach das. Herbei rufen andere Spiele. Benutze ein Krumpfinger-Medizin, um ein Rufzeichen von Spielern aus seiner Welt zu offenbaren. Goldene Zeichen stehen für Bündete, rote Zeichen für Gegner. Die Mehrspieler-Pädagogin, sobald ihr ein Rufzeichen benutzt habt, ihr übernehmt dann die Rolle des Wirtes der Finger. Hurra. Und Reduvia. Okay, wir haben vielleicht jetzt eine Waffe bekommen, Schatz. Jetzt glaube ich, ich brauche nur mehr Decks. Simson, Dankeschön für neun Monate, ein weiterer Günther. Hab auch Bock auf das Spiel, hab ja nie Dark Souls oder so gespielt. Komme ich damit klar oder brauche ich da Vorkenntnisse? Nee, ich glaube, es ist ein perfekter Zeitpunkt, damit anzufangen. Definitiv. Elrond, sei auch gegrüßt. Moin. So. 13 Decks, also einen Punkt brauche ich halt nur, glaube ich. Ja. Ach nee, und 12 AK. Ach, hier hat er halt so gar keine Reichweite, ne? Naja, okay. Glauben vielleicht später. Der Perk war ganz cool. Die haben sie nicht umgelegt, by the way. Okay. Was war hier? Trüb, Trübflusshöhle. Erstmal dutzend dutzgerät. Hm, ich wollte die Waffenarts ändern. Kann ich auf der Waffe gar nicht. Hä, ich habe doch aber eine Weaponart bekommen, gerade als ich gestorben bin von dem Rollmobs. Was war denn das für eine Weaponart? Da habe ich doch eine bekommen, oder? Äh, das habe ich doch noch gelootet und dann bin ich doch irgendwie gestorben. Kann ich irgendwo sehen, die Weaponarts? Gasta. Äh, warum kann ich die nicht benutzen? Ah, mit Katanas. Okay. Alles klar. Gut. Kann ich die benutzen. Oh, er ist ein Katana für. Lol. Habe ich nicht. Toll, dacke Spiel. Eieieiei. Du warst auch gestern dabei, Elrond. Wie sollen wir denn jetzt von gestern auf heute, ohne das zu spielen, damit durch sein? Nein, natürlich nicht. Wie soll das denn funktionieren? Mich macht vielmehr dieses Wasser zweihändig nehmen, Kirre. Das fühlt sich wie eine Behinderung an. Okay, hier ist Boss-Time. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Na, 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 na. Oh, dann sind noch ein paar Dudes. Minimum drei. Horizon habe ich gestern platiniert. Wie schnell spielt ihr denn alle? Also, das ist echt, äh, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich euch bewundern oder bedauern soll. Nicht böse gemeint. WG zweihändig nehmen, Dreieck und R1. Hä? Hast du nicht gesagt, du spielst auch? Gesichtshabgatt? Okay, fünf Pilze in einer Kiste. Habe ich jetzt aber auch mehr erwartet. Reflexion von anderen Spielern. Das, äh, wo Spieler halt langgegangen sind. Das kann dir so ein bisschen Auskunft halt geben, was die hier gemacht haben und, äh, wo die gestorben sind, wo vielleicht gefahren sind oder so. Das ist halt ein System, was halt Dark Souls, beziehungsweise From Software Zeit, äh, Demon's Souls halt quasi eingeführt hat. Äh, Boss Time. Ja, würde ich mal sagen, wa? So, dann... Also, ich kann nichts locken. Ich kann auch keine Hunde beschwören. Warum eigentlich nicht? Ich bin es probiert. Ist das jetzt ein Mimikampf oder was? Boss Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen die Kiste in die Schlacht. Oh! Ich bin es probiert. Jetzt bin ich wirklich vor, wie es... Patches? Patches? Patches! Boss Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen Patches in die Schlacht. Alter, was ist denn mit Patches? Wieso ist Patches plötzlich schon wieder hier? Und wann kommt Siggi? Patches? Patches, please. Warum schmuckst du Kracke? Patches, du all. Es ist okay. Einfach mal Patches. Aber garantiert kommt dann bestimmt noch Siggi wieder mal irgendwann vorbei, ey. Oh Mann, ey. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch, ey. Na gut, okay. Wir sind, äh, prepared. Oh Mann, ey. From Software, ey. Diese Spinne. Muss ich die jetzt echt alle... Ach, deswegen kommen alle. Alter, wenn es hier nicht so dunkel wäre. Und wenn ich nicht gebückt gehen würde. Und wenn ich nicht in das falsche Loch laufen würde. Wo hätte ich denn reingemusst? Hier sofort, ne? Ist er jetzt eigentlich sofort da? Ah ja. Das ist halt super, dass er halt sowas tracken kann und ich nicht. Wow, und den Quatsch nicht kriege. Und keinen Schaden mache. Ja, wieso mache ich da keinen Schaden? Also, als ob ich durch die Animation durchhau. Also, wenn er diese drei Stichelhebe macht. Das ist super weird. Also, warte mal. Danke. Nein. Ach komm, ey. Ich will doch zaubern. Ich komme irgendwie mit der Tastaturbelegung noch nicht klar. Ja, ich bin gespannt, was sie dann noch so eingebaut haben. Warte mal, ich muss hier direkt rein. Oh nein, muss ich nicht, ey. Wo denn? Hier. Der alte Patch ist, ey. Was ein Arsch. Du hast halt keine Zeit vorher. Meine Fresse, ey. Okay, er kann das. Ich kann es nicht. Zweimal kein Schaden. Aber auch irgendwie nichts auf dem Blocker ist. Warte, warte, bitte. Ich überrege. White Slagdorn. Also, du hast endlich wiederholt, nicht wahr? Ich wusste, dass du es wäre. Du bist eine Frau von Grund. 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 Oh Gott, oh Gott. 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 Das ist ein Quatsch! Das ist ein Quatsch! Oh Mann ey, das war witzig! Was ein Quatsch ey! Was ein Quatsch! Dieser Patch ist ey! Nice, 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 nice! Oh Mann ey! So, der ist hier unten dann, ne? In der Trübflüssehole! Okay, cool! Mal gucken, was er dann später hier hat, ne? Und wir haben noch irgendwie eine Rüstung von ihm bekommen! Irgendwie so weißer Stoffgedöns! Ja, ich komme auch nicht mit dem Ding nicht klar! Vor allen Dingen, dass halt Touchpad drauf und Touchpad weg ist nicht wieder rausgehen! Das macht mich auch kirre! Ähm... Was haben wir bekommen? Das da, ne? Stoffkleidung! So! Okay! Das war das! Eigentlich wollte ich da gar nicht hin! Das war jetzt eher Zufall, dass ich das gefunden habe, weil ich wollte eigentlich diesen Weg nach hinten gehen! Weil ich dachte, dass da noch eine Höhle war! Achso! Ich hab nicht gerestet, ne? Ich sag ja, das Menü killt mich! Alter! Es ist halt echt dunkel! Wir können ja mal durchlaufen und ganz kurz gucken, ob er jetzt schon da ist! Alter, wie schnell die halt alles pullen! Naja, es ist falsch! Aber die kommen ja nicht mehr rein! Das ist nice! Ah! Gut! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich meine, sie verstehen nicht ein Wort, das ich sage. Aber es handelt sich nicht. Wir haben eine natürliche Verbindung. Sie sind alle Futsoldierungen. Survivors von einem verletzten Armee. Worked auf den Boden von ihrem High und Mighty Lord. Nur um zu werden, mit dem Brot. Es ist die gleiche Geschichte überall, wo ich gehe. Toll mit dem alles. Was drin ist, was da drin ist? Well, es ist... Nichts zu speziell. Nur etwas, was ich sage. Ein sehr wertvolles Kunden. Aber dann wieder... Es wäre ein sehr guter Geld. Und auch, dieses wertvolle Kunden könnte, ein lange Zeit kommen. Alles ist ein Geheimnis. Was passiert, wenn ich ihn nehme? Goldener Federtierfluss. Kurz, was die Runen ausbeute. Wirf mehrere Messer in Fächerform. Margits Kette. Findet kurz den gefangenen Margit auf Erden. Wer ist denn Margit? Glasblätter. Blutige Eiterfinger. Äh... Erweitertes Handwerkskappatoire. Wobei, das habe ich ja schon gekauft, oder? Ich müsste mir ja aufschreiben, was ich schon gekauft habe. Pariertolch. Großpfeil. Ballistenbolzen. Vollshit mit Pferdewappen. Okay. Interessant. Aber keine Waffen oder so. So. Was passiert, wenn ich die jetzt aufmache? Geht dann der Bosskampf in die zweite Runde? Ich habe ein bisschen Angst. Handbuch des Missionars. Ich weiß nicht, ob ich das gekauft habe. Kann ich mich hier rausporten? Oh ja, kann nicht. Warte mal. Handbuch des Missionars hieß es, oder? Weil das das einzige ist, ähm... Missionars. Tschüss für das. Das kann ich dir nicht sagen, Terelon, weil ich die PC-Version nicht gespielt habe. Achso, ich wollte ja eigentlich Port, nicht Depp. Aber sei gegrüßt, hi. Nein, wo bin ich denn? Da. Handbuch des Missionars. Ah, immer ein Plan. Krieger. Krieger. Ja, die Frage ist, ist das jetzt dasselbe? Es heißt halt identisch. Also theoretisch habe ich sogar schon zweimal dasselbe gekauft. Ah, da steht auch, was es macht. Knochenfall, Knochenfall, Gefieder, Knochenbolzen, Glühstein. Geräuchertes, belebendes Fleisch. Geräuchertes, belebendes, weißes Fleisch. Weihwasserkopf, Weihwasserkopf mit Kordel. Okay, dann nochmal zurück. Ne, Ruckel habe ich keine. Es ist halt nicht 100% 60 FPS halt. Aber tatsächlich so wirklich stottern oder so habe ich nicht. Warte mal, ich mache mir die Kamera wieder an. Hat die PC jetzt so einen Stotterer oder was? Also ich weiß es nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe es ja nicht gespielt. Mag dann aber auch vielleicht am PC liegen oder so. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bin halt nicht so der PC-Mensch. Hallo wieder. Äh, Schriftstein, Gnaden, goldener Federtierfuß. Ja gut, dann nehme ich das mal mit. Was passiert, wenn ich da jetzt drauf fliege? Gefangen in einer Transporterfalle. Danke Petsches, du Arsch. Petsches transposiert mich. Ich war auch wieder woanders hin. Oh Mann ey. Das war klar. War's time? Oder komm ich jetzt am Arsch der Welt raus? Ich wollte doch noch gucken Petsches. Ich wollte es ja nicht klauen. Null. Ach du Scheiße. Petsches, du alter Arsch. Petsches, du alter Arsch. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal den Osten gefunden. Alter, ist das groß. Der ist neuer Arsch. Leck mich Petsche. Neuer Arsch. Neuer Arsch. Neuer Arsch. Der ist neuer Arsch. Neuer Arsch. Okay, das sieht ja aus wie schon ein Kampfding. Ich glaube nicht, dass ich über diese Schwelle treten will. Ich bin da noch nicht bereit. Das macht, glaube ich, die Roten machen unsere Estus wieder voll. Also eigentlich will ich eher nochmal in diese Richtung. Ich kann jetzt von hier lustigerweise nicht porten. Warum, weiß ich noch nicht. Okay, hier sind viele Bären. Kleine Bären, große Bären. Mittlere Bären. Da Bären, die mich verfolgen. Ein Leuchtfeuer. Was schon mal sehr gut ist. Und ich kann trotzdem nicht schnell reisen. Warum nicht? Okay, ich verstehe noch nicht jetzt, warum ich jetzt nicht schnell reisen kann. Also sagt er, spielt das jetzt aus irgendeinem Grund? Ihr könnt erst zu einem Ort der Gnade reisen, wenn ihr an einem rastet. Okay, das war jetzt hier ja nicht das Problem. Wo war's denn? Aber ich hab doch gerastet, oder? Wir gehen nochmal nach Patches gucken. Vielleicht ist er jetzt ja noch da, oder ist schon wieder salty. Fabi, sag ich grüß moin. Na, wie findest du? Le Eldenring. Okay, ist keine Boss-Time. Sind wir jetzt wieder Freunde? Vergibst du mir auch. Natürlich. Oh, du hattest mich richtig schockt, mich in einem Flasch wie das. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass du dir ausmachtst, was nicht richtig dir ist. Aber ich verabschiede. Ich finde es eine Erlösungskunde. Aber in any way. Es ist einfach toll, dich sicher zu sehen. Oh, nicht all die Bargains hier in Patches Emporium. Ganz ruhig. Okay. Du bist begeistert. Das freut mich, Fabi. Das freut mich. Gott, es ist ja schon wieder dunkel in dem Ding. So, dann wollte ich nämlich die Ecke nochmal. Lustigerweise, wir werden hier quer durch die Map halt geportet. Das ist, das alles zu erkunden, dauert hier wahrscheinlich tausend Jahre. Hallo, Frohutmann. Just joining the Frey, tarnished. Well, you fought Nereus and survived. That alone deserves commendation. I'm Eura. Hunter of bloody fingers. Tarnished. Held enthralled by cessblood. Zealots. Who stalked their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember. No kinship with their elk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stir your blade. One last word of warning. Stay clear of Agil Lake. A great dragon roost's there. And it's as fearsome. As it is majestic. So, unless you're mad. Or wish to be burned alive. Stay clear of the lake. Be on your way. Perhaps we will meet again. Be on your way. Perhaps we will meet again. Okay. Okay. Verlangen es sich. Ist okay. Diese Blüte. Ach so, schon wieder diese Moped. Lass die aber auch immer zu zweit kommen. Er bewegt sich aber echt nicht von diesem Bobbel weg. No. Ist ja manchmal wirklich ein bisschen unübersichtlich hier alles. Genau. Das sind die Dinger, wo wir nochmal ein Pferd hochjumpen können. Okay. Ich ziehe aber gerade kaum gut in das Welt. Schlaf gut. Bis morgen. Trübfluss Karakom. Dutz. Verlorene Gnade entdeckt. Mal resten. Ja, mal gucken. Wenn da jetzt keine Waffe drin ist, dann werde ich meine Waffe auf, weil dann weiß ich nur auch nicht mehr, wo ich jetzt am Anfang noch suchen soll. Achso, ich habe ja gar nicht gesehen. Achso, ich habe die Kamera auch raus. Und nach vier Stunden endlich mal ein Schild gefunden. Ja, gefunden haben wir glaube ich auch noch kein Schild. Beim Händler oder in der Welt? Also wenn du schon ein Schild gefunden hast, dann bist du weiter als ich, weil ein Schild habe ich noch nicht gefunden. Aber warum? Das ist okay. Nein, der lebt noch. Ich finde es so dunkel. Wurzelharz. Ich war beim Händler, okay. Na gut, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, das ist am Anfang immer das Schwierige, wenn du halt nicht weißt, wo die ganzen Items sind und so. Dass du halt am Anfang erstmal bekloppt durch die Gegner, ja? Das kenne ich. Deswegen wollte ich jetzt halt nicht mit Bettler starten. Na, hier ist ein bisschen heller. Da habe ich auf jeden Fall schon mal zwei. Da ist noch einer. Okay. Ich habe die Tür geöffnet zum Bossraum. Alles klar. Mit zwei Estus. Warte, ich kann mich ja heilen. Ich muss jedes Mal überlegen, wie das funktioniert. Allein, weil das UI halt nicht auch dauerhaft irgendwie so kurz eingeblendet ist. Das macht mir auch irgendwie kirre. Waffe vergiften. Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Hammer, Klaus. Ja, ich guck dir das einfach mal komplett. Jetzt. Okay, das war jetzt zweimal irgendwie Glück. Oh, scheiße. Okay, ich schmeiß mich mehr. Komm weg. Ich benutze mich. Der Wechsel macht jetzt aber nicht viel Schaden, ne? Er steht halt so, dass ich nicht rankomme. Das war jetzt. Naja, das war die scheiß Vase. Wie er einfach mein Ad ignoriert. Was denn mit dir? Disrespekte bitte mein Ad nicht. Der Disrespekt ist real. Das arme kleine NPC-Ding da. Der ist halt so nutzlos, dieser Bauer. Nein, ich wollte backstabben. Ach man, ey. Scheiße, Mann. Lass wohl deinen Buff bitte auslaufen. Oh Mann. Lass wohl deinen Buff bitte auslaufen. Alter, wie oft bufft er sich denn? Der Wagens-Jet. Wie spielt Pussy Souls? Hast du große roten Leuchte Möpse? Das ist doch nicht dein fucking Ernst, ey. Der braucht sich halt in der Natur. Das ist ein Quatsch. Und ich sollte die vierte Mana-Potion wegmachen und mir endlich die nächste Heil-Potion damit gönnen. Weil so oft benutze ich Mana halt tatsächlich ja gar nicht. Weil so oft benutze ich Mana halt tatsächlich gar nicht. Jetzt wafft er sich nicht mehr. Was ist denn jetzt kaputt? Jetzt darf sie nicht waffen. Waff dich. Er wafft sich nicht. Ich hab leider keine Wurfmesser ausgerüstet. Was? Traurige Geschichte, Schatz. Ganz traurige Geschichte. Warum man immer Wurfmesser ausgerüstet haben sollte, sieht man jetzt vielleicht. Oh Mann, ey. Oh, schön. Er wafft sich nicht. Oh Gott, ich krieg einen Streithammer. Das hat sich ja super gelohnt. Toll, danke. Für noch mehr Crap. Oh Gott, was ist denn dieser Streithammer? 26 Stärke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uff, ey. Naja. Naja. Naja, fühl ich jetzt nicht so. Bung. Naja. Okay, das hat sich jetzt nicht so gelohnt, ne. Naja. Gab's sonst noch hier irgendwas? Naja, ich glaub nicht, ne. Genau, sieht aus wie Battle of Chaos. Kein Chaos war raus, lol. Oh Mann. Und Anja, danke für dein Follow. Oh. Die Qualität des Kampfes hat überzeugt. Nein. Das war ganz schlimm. Aber immerhin first try. Juli, dann haben wir hier unten die Ecke quasi fertig. Mh. Dann. Porten wir einmal nochmal zu, äh, ich suche jedes Mal die Kirche. Ganz kurz auf Klo. BRB. 0. 2 2 3 4 4 5 5 6 5 So, na gut, dann gucken wir mal, ob wir die Waffe aufwerten können, ne? Weil, wegen, wird jetzt ja auch nicht besser werden. Waffe verstärken. Zwei, also es braucht zwei, ich hab zwölf. Ja, dann mach mal. Und vier, ich hab zehn. Oh, sechs, ich hab sechs. Hm, okay. Dann war das Schritt eins. Machen wir mal morgens. Dann können wir ja den Otto nochmal probieren, wa? Und dann gucken wir mal. Und Haribo Power, dankeschön für dein Follow. Und Anja sei gegrüßt, hey. Hm. Wollte ich den jetzt eigentlich mit Pferd machen oder nicht? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich nicht mehr so machen. Das war's. Ah, jetzt komme ich schon. Fall hoch. Dankeschön. Gegner zu Fall gebracht. Goldene Hellebarde. B, die ist jetzt gut. Ich habe jetzt gerade meine Waffe aufgewertet. Dann kotze ich aber im Dreieck. Ne, warte mal. Wir müssen mal den Punkt hier noch wegmachen, weil da sind wir fertig. Ja, easy clap. Danke für GG. So, dann können wir ein paar Level leveln. Und uns mal eine Waffe angucken. 30 Stärke, ey. Vom ersten Gegner. Geile Scheiße. Als ob ich natürlich jetzt 30 Stärke habe. Also ich würde sagen, wir machen halt, wie ich gesagt habe, tatsächlich Quality. Also halt ein bisschen, 30 glaube ich natürlich jetzt nicht, ne? Also halt nicht. Aber hier, was weiß ich. Das hier ist vielleicht mal eine Waffe, die man sich irgendwann dann anschauen kann. Der, die Doppelklinge. Und die braucht 18 Geschicklichkeit. Oder ist wohl die einzige Waffe, wo ich halt sage, die wäre jetzt okay. Ja, der sieht aus wie ein Weihnachtsmann, habe ich auch schon gesagt. Genau. Okay, es geht noch mal. Achso, nee. Ich will ja skillen. So, wie viel Level? Zwei ganze Level, ey. Das ist ja nicht dein fucking Ernst. Das wird sehr schnell, sehr teuer. So, Stärke, Geschick. Gut, 20 Leben ist halt echt noch nicht viel irgendwie, habe ich so das Gefühl. Also was mich jetzt erstmal wahnsinnig macht, das muss ich mal umändern. Dass das die ganze Zeit ausgeht, das macht mich wahnsinnig. Dankeschön. So, jetzt ist die Frage, ob wir jetzt... Noch den Drachen probieren. Wir haben jetzt noch 1000 Seelen, ne? Wir könnten den Drachen nochmal probieren. Weil dann macht der Sinn nach hier unten auch Sinn. Mana gegen Leben tauschen. Stimmt, das können wir machen. Danke für die Erinnerung. Ne, nicht Zauber, sondern Flaschen. Flaschen. Das habe ich noch nicht gefunden, ne? Okay, Flaschen verstärken. Habe ich auch noch nicht. Äh, genau. Danke. Dann habe ich nämlich vier. So. Genau. Perfekt. Dankeschön. Dann. Warte mal. Wollte ich mal gucken. Wo ich hier nach oben kann. Irgendwo gab es da oben, glaube ich, noch ein Item. Wäre mir nicht sicher. Okay, das war auch einfacher. Das geht irgendwie. Aber ich sehe da oben jetzt auch kein Item mehr, ehrlich gesagt. Wow. Lustigerweise auch an der Steuerung haben sie dann irgendwas geändert. Weil auch das fand ich in der Beta ein Stück weit geschmeidiger. Ne, aber da ist nix, okay. So. Ja, Drache. Was kostet das nächste Level ab? Ein paar tausend, ne? Und das Leben ist immer noch voll klein. Wenn ich jetzt meinen Lebensbalken in der Beta mir angeguckt habe, ey, da war das halbe Bild schon voll mit 20 Leben. Aber gut, okay. War halt Beta getunt anscheinend. Und, ähm, was kostet der nächste? 2,8. Ah gut, 2.000 Seelen hatte ich irgendwann mal verloren, aber... Ja gut, gucken wir uns mal Drachi an, ne? Wie viel Schaden ich jetzt an Drachi mache. Und ob sich das lohnt. Das dauert halt lange. Ich habe leider keine Blitzwaffe. Oder Blitz irgendwie, weil damit wäre es halt cooler. Kann ich aber leider nicht mit dienen. Okay, wie viel Schaden? 64. 64. Wie viel habe ich vorher gemacht? Hat da einer zufällig gesehen? 25. 25. Man. 22. 25. 27. 25. 28. 25. 26. 27. 28. 30. 29. 30. 31. 29. 29. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fabi, komm gut ins Bett, schlaf gut 64 ist halt so ultra wack, ey Oh, er hat mich so weit weg Einfach mal den Afterburner And it burns, burns, burns The ring of fire And it even burns higher Nein! Okay, das war... Ich hätte diesmal die andere Richtung laufen müssen Denn normalerweise pustet der von links nach rechts Hat er diesmal nicht gemacht Okay, bitte nicht nochmal so viele Fehler Oh Gott, oh Gott Anfang super sauber Aber dass die Kampffläche halt so riesig ist für den Drachen ist mega gut Also quasi kein Bossareal Das ist halt bis jetzt einer so der besten Kämpfe finde ich Weil da kannst du halt... Da hast du den Vorteil halt manchmal von Open World Und vom Pferd Ah, ich bin so weit weg Soll ... Orange ... Und ... Oh Gott ... Und ... Und ... Aut du ... Beispiel ... Ungefähr also ... Um ... Ein ... Und ... ... Bums, großen Gegner umgerumpelt Einfach mal Ein Drachenherz Was eine neue Kraft ist in der Kathedrale der Drachenkommunion verfügbar. Ja, da weiß ich auch, wo sie ist Die würde ich mir dann auch nämlich mitnehmen wollen Ich sag ja, ein, zwei Waffen Upgrades, alles easy Alles easy 6000 Seelen, ich glaub da gehen wir als erstes mal skillen Ist ein Level Lol No, aber damit haben wir den Zoom-Falt freigeräumt Zwei Level Eher Stärke oder eher Geschick Was macht denn meine Waffe Ähm Was ist denn die R2-Waffe Die Fackel Hä, wieso ist denn meine R2-Waffe Rufen wir auf Abbrechen Ja Bin verwirrt, wieso hab ich denn eine R2-Waffe Und wie komm ich auf den Wert 137 Äh 147 153 153 Aber was ist denn die R2-Waffe Weil die Fackel hat nicht diesen Wert Okay, das verstehe ich nicht Okay I don't get it Einmal Speichern Äh, Speichern soll ich schon Einmal übernehmen Stufe 22 Ja, tatsächlich Wie gesagt Äh Geist Noch auf 14 Irgendwann 10 Weisheit 10 Arkan-Energie Und dann halt Geschicklichkeit, Stärke Und ähm Glaube Beziehungsweise Dann noch irgendwann mehr Leben Weil das Leben ist ja relativ klein Ich hab halt mehr Stamina Als Das ist wild Das ist halt irgendwie wild Und Lu, dann komm gut ins Bett Schlaf gut, bis morgen Ähm Die Ruinen Hab ich Jetzt gucken wir Keine Ahnung Wir gucken uns nochmal Vielleicht den See hier nochmal an Ob da irgendwas Interessantes Auf dem See ist Weil jetzt Wo wir halt quasi Den See frei haben Können wir morgen Theoretisch an die Küste Zur Drachenkommunion Und gucken Was wir da halt bekommen Also ob das immer noch Dieser Imbar Zauber ist Na jetzt müsste ja hier Chilliger sein Weiß ich gar nicht Gaben die Krabbis was? Aber hier ist jetzt auch nichts Einfach nur da und nervig Na gut Hier waren wir Das ist der Puff hier Das ist der Puff hier Das ist der Puff hier Bis zum nächsten Mal Hier ist es Wir haben Herbert gefunden, ok. Äh? Steht der hier nochmal? Lol. Was musst du denn hier? Das weiß ich schon. Das weiß ich schon. Die, die in Dragon Communion, will one day shed their humanity, their hunger for Dragon. Their yearning only worsens, until the floodgates burst, unleashing eternal torment. The strength of a mighty Dragon. Magnificent, but deadly. It's no surprise that Dragon Communion is ruinous. You must not forget, though, those who partake in Dragon Communion, their hunger for Dragon. Ok. Was ist das hier schon wieder für Möpse? Streifen weißes Fleisch. Irgendwie eine Schlangenkugel. Genau, da mussten wir ja irgendwie runter. Oh, da ist sogar noch ein Leuchtweuer. Dutz am Dutzgerät. Dutz am Dutzgerät. Ruine an der Küste. Also ist da unten, wobei hier oben müsste dann ja vielleicht auch noch eine Höhle sein. Also sieht zumindest so aus. Okay, hier sind irgendwelche Affenmenschen. ... ... ... ... ... Ne, lebt ja nicht mehr. Faden und Regenbogensteinen. Die kämpfen gegen die Affenmenschen. Ok. Ist das keine Höhle? Das ist ein Baum, ne? Das ist eine Höhle. Ja. Das ist eine Höhle. Wenn zwei sich streiten, tötet euch der dritte. Was ein Quatsch. Soldatenschuppen. Das war die Brücke, wo der drunter saß. Ich habe noch ein Leuchtfeuer gefunden. Südseite. Ist das jetzt eigentlich, wo die Karawane entlang kommt? Ja, ne? Weil da oben... Oder? Ne, die Karawane kam oben lang, ne? Aber das ist quasi so ein Rundweg. Ja, der reitet aber ganz schön weit weg. Wow. Ah! What the hell? Okay, ich habe Bär gefunden. Wo kam Bär her? Finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ja, uff! Oh Gott. Oh Gott. Es wurde hier sein gegrüßt. White Wolf, du auch. Und Sascha, uff. Äh, ich glaube das eine ist von meinem Amulett. Das ist Leben nach oben. Was der Debuff bedeutet. Leben nach unten. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Weil das kann ich jetzt ja, wie gesagt, hier auch nicht irgendwo anklicken. Ähm... Es ist anscheinend Leben nach unten. Aber warum, weiß ich nicht. Also, ist eine interessante Frage. Ähm... Weil es kommt mir so vor, als wenn ich super wenig Leben hätte. Obwohl ich schon 20 Punkte reingeskillt habe. Ähm... Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, was der Bär jetzt da gemacht hat, weiß ich nicht. Und ich hätte erst den Reiter erledigen sollen. Der kam dann auch just in dem Moment, wo der Bär gekommen ist. So, wo ist denn der Kackreiter? Da. Weißt du, wo ist es denn, White Wolf? So, wir müssen nicht weiterentwickeln. Das ist eine Fische. Das ist das. Fische. Anfänger. Es kam mir nämlich bei meinem Run auch schon so vor, als dass das abnimmt. Ja, keine Ahnung. Wird es wahrscheinlich dann irgendwie eine Mechanik geben, um das irgendwie umzukehren? Hm, gute Frage. Ich weiß es nicht. Erstmal, wo kam jetzt der Bär her? Muss ich mal die BOD gucken? Da sieht man halt quasi, kann man ja quasi vergleichen mit meinem Leben, wie viel ich hatte. Also es ist definitiv weniger als in der Beta. Da hatte ich, als ich schon 20 Punkte reingeskillt hatte, definitiv schon die doppelte oder dreifache Menge an Leben. Also ich weiß halt nicht, ob das jetzt halt eher so ein Neukalibrierung für das Live-Spiel ist, also jetzt, wo es live gegangen ist, oder ob das tatsächlich irgendwas mit diesem Debuff da zu tun hat. Ja, das kann sein, Ansteller. Das kann sein. Aber man kann leider die Debuffs nicht einsehen. Nein, das sehe ich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Nein, das sehe ich nicht. Was halt irgendwie aber auch dumm ist, wenn man, sag ich mal, das nicht einsehen kann irgendwie. Die Waffe? Mö. An der Rüstung liegt sie auch nicht. Ich habe keine Stimmung. Kann ich dir nicht sagen. Müssen wir mal weiter beobachten, ob es so eine Art Hüllensystem halt gibt. Okay. Da schießt ein Magimon. Ich sehe noch nicht mal, Ach, der ganz oben auf dem Berg steht. Ja. Okay. Na, erst mal hochzukommen ist ja schon eine Odyssee. Der da. Schriftrolle des Königshauses. Okay. Ich weiß, wie man das jetzt ja bedeutet. Und Loot, der runtergefallen ist. Also es gibt viele von diesen kleinen Bäumen und da ist so ein riesiger Baum. Was immer diese Bäume bedeuten. Bo, 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 bo. Schwerer Sub. Und Nuni. Zu so später früher Stunde. Was ist denn da kaputt? Ich danke dir, mein Freund. Dankeschön für 10 Geschenksubs. Und natürlich geht's nett an die, die es erwischt hat. Danke, Mann. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß hier. Während ich so heute erst mal versuche, so ein bisschen ins Spiel halt reinzukommen. Wird die nächsten Tage besser werden. Wie gesagt, erst mal habe ich halt den großen Konflikt, dass es halt anders ist als damals zur Beta, zum Stress Test. Und deswegen erst mal, obwohl es bekannt ist, alles anders ist. Damit muss ich mich erst mal immer arrangieren. Aber ich glaube, so langsam kommen wir rein. Haben wir ein bisschen Progress heute gemacht auch. Ein paar Bosse. War nicht ganz verschwendet. Dankeschön, Nuni. Sehr lieb von dir. Und das Pferd ist echt nice. Also, kann man echt gut mit kämpfen. Gefällt mir. Sascha, kommen wir auch gut ins Feld. Schlaf gut bis morgen. Ja, ich wollte auch gar nicht mehr so lange machen. Nur wenn ich jetzt gerade hier nochmal am Lager bin, dann können wir uns das Lager hier auch ganz kurz einmal angucken. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Das war... Mach das, Nuni. Viel Spaß beim Selberspielen, mein Freund. Ist wirklich gut. Ist wirklich richtig nice. Gerade wenn du Open World Spieler halt magst. Äh... Also, ich muss tatsächlich erst die Sniper wegmachen und nacheinander. Alles klar, okay. Okay. Verstehe ich. Soviel zum Thema Progress und wir kommen langsam ins Spiel. Kommt die nächste Ecke. Zack. Tot. Oh, Manni. Oh, Manni. Und halt nicht zu selbstsicher anscheinend werden. Ist immer das Schlimmste, Alter. Die Kaster haben aber auch wirklich die Reichweite des Todes, ne? Was ist das da oben eigentlich? Sternen-Licht-Splitter. Alter, es gibt hier so viel zu entdecken, Jet. Insane. Alter, okay. Lektion für jetzt und alle Ewigkeit. Immer die Kaster bitte zuerst machen. Niemals nicht machen. Oh, der andere Kaster ist da drüben. Komme ich ja zu dem, Otto. Alter, aber wenn du einmal... Ich wollte gerade sagen, wenn du einmal gestunnt bist, dann ist es halt, äh... nicht lustig. Also stunnen lassen, ganz gefährlich. Glauben, mein Pferd ist jetzt, äh... Okay, ist doch nicht RIP. Ähm... Steht der jetzt hier oben? Ja, steht er. Komme ich denn da hoch? Ah, hier. Also, leicht. Na, oder? Ich muss hier rüber. Ah! Ah! So, aber was ist denn jetzt hier eigentlich? Was bewachen diese Ottos denn? Weil hier sehe ich ja noch nicht mal einen Eingang oder irgendwie eine, ähm... irgendwie was von wert, das will ich sagen ich kann gerade nicht denken, weil ich hier reiten muss Also kein Dungeon-Eingang oder kein irgendwas. Aber ich kann mich auch noch nicht wirklich umgucken, weil ich hier noch kloppe. Aber ich glaube, hier ist nix. Hi, Jungs, sei gerüst. Also es ist einfach nur quasi ein Camp. Na, jetzt habe ich wieder hier die Möglichkeit, vielleicht zwei zu pullen. Na gut, machen wir erstmal den. Wow, ich wollte eigentlich noch daschen. Kann so einfach sein, kann so schwierig sein. Da ist eine Kiste. Großer Degen. Ja super, jetzt habe ich gerade die Waffen aufgewertet, jetzt griechen Degen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, da habe ich auch meine drei Estos wieder und Reitergeißel, auch noch eine Waffe. Gut, also das Camp hier oben ist dann quasi clear, also zumindest das, was ich jetzt gerade sehe. Eigentlich wollte ich mir nur den See nochmal angucken. Jetzt ist die Frage, ob es hier am unteren Rand noch einen Höhleneingang gibt oder so einen Dungeon. Weil hier oben sehe ich jetzt nichts mehr. Nice, Iron, nice. Vorne sind so komische Stinger, die hatten wir schon mal gesehen in dem anderen Statuengebiet. Da kommen wir runter. In dem Statuengebiet, da wo die Arena halt war. Wow. Ja, was halt gerade mit dem Bär war, weiß ich nicht. Oh, ich habe noch eine Estos wieder bekommen. Ich habe einen Bär gefunden. Again. Was ist denn mit diesem Bär? Kann ihm mal jemand rasieren? Aber es ist wieder dieselbe Stelle. Achso, lol. Deswegen. Alter, der Bär ist ja wirklich die Hölle. Gar nicht übertrieben, dieser Bär. Ich mache hier so einen Känguru. Judy, ich glaube, wir haben nochmal ein Level ab, ne? Da vorne ist ein Baum. So, er ist doch ein ganz schönes Stückchen weiter weg, ne? Der ist da irgendwo. Ja gut, morgen hier die Ecke, das Ding. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich hier alles gemacht haben. Wo ist denn das in der Mitte? Aber da standen die Dinger drauf, da ist der Drache gelandet, oder? Da können wir nochmal gucken gehen, aber ansonsten. Weiß ich jetzt nur auch nicht, ob hier noch irgendwas ist. Da sind nochmal die großen Krabbies. Doch, es gab doch noch, da vorne bei den Eiern gab es noch was. Da. Da weiß man noch nicht mehr, was da war. Da. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach so, die Höhle von dem Kriegsgolem könnten wir machen. Tunnel von Limgrave. Da war ja der Golem, ne? Ich denke schon, Nuke. Ich denke schon. Ähm, weil du halt viele Möglichkeiten hast, wobei am Anfang die Möglichkeiten noch gar nicht so offensichtlich sind. Wir kommen dann anscheinend etwas später. Äh, 57, 57. Also machen wir erstmal 15. So, dann muss ich hier die nächste Etage runterfahren, ne? Und dann gucken wir nochmal den Golem an. Dann haben wir heute, wenn ich den jetzt besiege, alle Bosse besiege, die ich heute gesehen habe, ne? Oder? Oder doch nicht? Oder doch? Ach, ich bin dumm. Ich muss ja im Zwischengang aussteigen. Ich depp. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Kriegsasche. Kriegsasche? Ähm, meinst du die Waffen? Also die machst du quasi auf deine Waffen. So, das musst du am Leuchtfeuer machen und dann kannst du dir quasi, äh, Dinge auf die Waffe halt machen. Du siehst jetzt unten links, dass da bei meiner Waffe so ein zweites Symbol halt drauf ist, dann am rechten Rand. Und die Beschwörungsaschen, die tust du einfach als Inventar, so wie ich jetzt gleich eine hier aufrufe und dann kommen gleich Doggos. Gibt halt zwei verschiedene. Die heißen beide Asche. Das ist super äußere führend irgendwie. Ah, sehr grüß, Terrain. Ähm, so. So, machen wir mal. So, und dann komm jetzt Doggos. Und der, äh, kloppt mich halt immer nach oben. Ich muss zweihändig die Waffe... Ja, das war Brain After. Äh, ich muss die Waffe zweihändig nehmen, weil ich sonst von dem halt wegbounce. Das ist super eklig, der Boss. Na, ich weiß jetzt nicht, was näher ist. Eigentlich der Pfahl war jetzt auch nicht näher, oder? Da war nur ein anderer Laufweg. Na doch, okay, ist ein bisschen näher. Macht's aber auch nicht besser. Kann doch nicht sein, dass das der schwierigste Boss hier ist, ey. Also im Endeffekt damals, wie man Waffen verändern konnte mit dem Schmieden. Also irgendwie eine Art, ähm, ne, also... Von Stärke zu Beweglichkeit, Beweglichkeit zu Stärke oder Elemente drauf machen. Das machst du halt mit der Kriegssasche quasi. Ich hasse ihn, also das ist wirklich der erste Gegner, den ich echt nicht leiden kann. Aus, äh, vielerlei Gründen. Er ist halt super millionfreundlich. Und du triffst dann halt nicht. Hat ja nur ne Hitbox wie nen Wolkenkratzer. Ah, das macht wel toll. Und du triffst dann auch einen H Teil. Und du triffst dann? Juhhh Aaaah! Und du tippst dann? Aaaaaah! Und du triffst dann? Ja? Das ist halt der Kumpelkratzer. Und du triffst dann? Mann, 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 Mann. Ja, das war mit Ansagen. Ne, irgendwann nimmt es alles auseinander. Das passt sich nicht an. Das passt sich nicht an. Hat kein Level-Scaling. Kannst halt, wenn du klassisch überleveln willst, halt komplett die Open-World leer farmen und sich überleveln. Was in der Beta deutlich schneller ging. Tatsächlich, hier ist es eher... Sie haben es, zumindest jetzt so mein erster Eindruck vom ersten Gebiet, doch ein bisschen knackiger gemacht, dass du halt nach hinten raus wahrscheinlich ein bisschen länger brauchst, um halt super viel Leben und so zu haben. Wow, toll, danke again. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich jetzt überhaupt noch den Fokus beschwören kann. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Und dann rastet er halt komplett aus. Und der Boden, er stummt dich halt. Du kannst halt nichts machen. Ist okay, Großer. Ist okay. Oder ich habe vielleicht eine Mechanik nicht verstanden. Das kann natürlich sein. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Das war jetzt Greed. Komm ich nicht weg. Die Schockwelle ist halt so riesig. Mann, 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 Mann. Du bist jetzt schwerster Gegner im Spiel. Dieser Kack-Kohle, ey. Oh, Mann, ey. Ach, ich vergesse jedes Mal den Fahrstuhl wieder nach oben zu schicken. Ach, danke. Geil. Ich drück einfach heute auch die ganze Zeit die falschen Tasten. Kann man mal machen. Ich wollte eigentlich nichts trinken, aber egal. Fängt schon gut an. Vergieß es einfach, ey. Ich habe nur nicht einmal draufgehauen, schon kein erstes mehr. Mein Geist. Ich habe mir das gedacht. Das ist ja. Du kannst dich eher auf die Zeit. Machst. Ja. Ich muss mich verrufen. Du kannst mich, du kannst nicht machen. Du kannst aber auch echt wenig machen, ey. Mann, 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 Mann. Nicht schön, aber selten. Medaillon des Brüllens. Okay. Was ist ein Medaillon des Brüllens? Danke für die G. Wie? Wär jetzt rumgerumpelt, ey. Medaillon des Brüllens. Gut, dann war die Höhle auch abgeschlossen. Was ist denn ein Medaillon des Brüllens? Das war die vierte Estos, lol. Achso, das ist wahrscheinlich ein Medaillon, was ich ausrüste. Ich bin auch dumm. Verstärkt Brüllen oder Odem-Angriffe? Okay. Ja, okay. Haben wir ja natürlich noch nicht Brüllen-Angriffe. Also dementsprechend. Nun. Später. Das ist eine gute Frage, woher dieser Debuff kommt. Ich weiß noch nicht mal, wann der aufgetreten ist, ehrlich gesagt. Müsste ich mal gleich in die VOD gucken, ab wann der da ist. Der war nicht von Anfang an, glaube ich, da. Da habt ihr recht. Aber ich weiß nicht, wofür er da ist. Hm. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Finden wir bestimmt noch raus. So. Fehlen mir noch ein paar Seelen. Gut. Ich habe ja hier quasi gesaved, weil safen kann man nicht. Deswegen würde ich sagen, für heute. Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Nächstes Mal geht es weiter. Morgen Abend. Also gleich quasi um gegen 22 Uhr. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch finden. Morgen können wir theoretisch hier die Ecke machen, um das hier hinzukommen. Dann haben wir das Brüllending. Hier unten können wir gucken. Die Ecke haben wir noch. Ja, gut. Das war ja quasi schon die zweite Stele hier. Dann haben wir theoretisch das ganze Gebiet noch. Ja klar. Der Strand ist ja quasi, um da hinzukommen. Das ist easy. Hier oben ist noch. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also das müssen wir uns theoretisch auch nochmal angucken. Ah, Quatsch. Das ist, wenn wir hier durchkommen. Das ist der Arena Ring. Genau. Der ist da unten auch nochmal eine. Da müssen wir aber quasi hier durch. Dann haben wir hier oben die Plattform. Wenn wir da durchkommen. Und dann geht es ja quasi hier rein. Aber theoretisch können wir auch erstmal hier reingucken. Und da gucken wir da noch so rumwöpselt und pöpselt. Äh, ich gucke nochmal ganz kurz. Wir haben noch eine Waffe bekommen. Äh, und zwar den Degen. Alter, der ist ja richtig. Der, der, der ist ja richtig. Richtig dick. Scheiße, Mann. Der ist ja richtig gut. Für den Degen. Der macht ja so viel wie der hat. Was? Breitschwert. Lol. Reitergeißel. Krummes Großschwert. Alter, der ist ja ein Riesen-Otto. Der ist ja kein Degen. Der ist eine Lanze. Holy shit, ey. Was ist denn das bitte? Okay, das Ding gefällt mir. Bei allem, du kannst halt hinterm Ding pieksen. Mega gut. Puh, die Waffen sind ja hier alle riesig. Krass, der Scheiß. Und alles, was ich nutzen kann, ist eine Spalt-Axt. Die Kacke ist. Ja, dankeschön. Warum sortiert er die Waffen eigentlich so komisch? Gibt es dafür eigentlich einen Grund? Fällt mir jetzt erst auf, dass die Waffen alle untereinander sind und nicht nebeneinander? Also, Kategorie Dolche. Gerade Schwert. Großschwert. Schweres Stoßschwert. Krumm, Doppelklinge, Großaxt, Hammer, Flegel, Kriegshammer, Speer, Eleval, Faust. Weil es wirklich, ja okay, es sind immer alles andere Kategorien anscheinend. Ach du Scheiße, ey. Also für jede Kategorie eine Seite. Ja, gerade endlich, sei gegrüßt. So, ein anderes Schild haben wir mittlerweile auch, was besser wäre. Ist aber auch schwerer. Auch 16 Stärke. Krass, krass, krass. Oh wow, die alte Klacke war besser. Lol. Goodie. Einmal. 7 Stunden 30. Kommt hin. So, einmal lokale Recording aus.